Ja, also MKA, dann ist die Frage, ist Mohammed für dich der beste Mensch, der existiert hat und nach seinem Vorbild sollst du leben? Ja. Ja, also, das heißt, schau mal, da hast du dir doch die Antwort schon gegeben. Wenn du nach dem Vorbild Mohammed leben solltest, das heißt auch, dir ist es erlaubt, eine Neunjährige zu heiraten, wenn du 50 Jahre alt bist. Das hat er doch genauso gemacht. Ich meine, es geht jetzt nicht um die Sonderprivilegien, es geht noch nicht mal hier darum, dass er so viele Frauen haben konnte, wie er wollte oder so. Es geht hier darum, dass er eine Neunjährige im Alter von über 50 mit ihr Geschlechtsverkehr hatte. Das will man sich nicht mal vorstellen. Was ihr redet, worauf ihr euch fixiert, heute ist das doch gar nicht mehr möglich. Heute ist Geschlechtsverkehr erst ab 14. Es ist in Deutschland Kinder eben. Es werden immer, schau mal, du hast leider, damit müssen sich die Standesämter befassen, Kinder eben. Allein schon daran siehst du, dass jetzt vor kurzem ein Gesetz rausgekommen ist, dass darüber, wie gesagt, gesagt wird, hier, Frauen, die 18 Jahre alt jetzt sind, können, wenn sie vor, wenn sie mit Minderjährig, als sie Minderjährig waren, verheiratet worden sind, zu ihrem Ehemann zurückgeführt werden. Das haben wir hauptsächlich aus muslimischen Ländern, die Standesämter, die haben da echt Probleme mit. Was ist mit Rebecca? Oh mein Gott, es ist das Judentum. Geh zu den Juden, nervt die damit. Was ist denn jetzt das Judentum? Das ist das Christentum. Natürlich, das ist das Alte Testament. Und das Alte Testament sind die fünf Bücher Momente. In Amerika wird jedes Jahr über 200.000 Frauen, die unter 14 sind, verheiratet. Kannst du auch googeln. Aber nicht Christus unterschreibt das. Christus sagt, wer den Kindern ein Leid antut, der soll sich einen Mühlenstein um den Hals legen und in das tiefste Meer hinabsteigen. Es gibt tausend Widersprüche beim Christentum. Euer Freund von dieser Moritz, dieser Eliab, der hat doch gestern eine Debatte mit diesem Hamid gemacht. Hamid hat den zerstört. Ja, genau. Glaub ich nicht. Moritz ist ziemlich versiert. Ja, holy sunflower. Wie gesagt, sagen wir mal, es würde stimmen. Und wie gesagt, warte mal, sagen wir mal, es würde stimmen, trotz der vielen Gegenbeweise. Unter anderem, dass Rebecca selber die Kamele getränkt hat, von einem Kamel mit drei Jahren herabgesprungen ist. Sagen wir mal, trotz der ganzen Beweise würde das stimmen. In welchem christlichen oder jüdischen Land werden heute Männer mit Dreijährigen verheiratet und haben mit denen dann Geschlechtsverkehr? Sagen wir das mal. In Mexiko? Gibt es auch Beweise? Kannst du auch jetzt googeln? Mexiko. Ja, dann mach deine Kamera an, mach ein Screenshot, zeig es uns. Ich habe nicht so viele Abonnenten, dass ich Kamera anmachen kann. Wie viele Abonnenten braucht man für sowas? Tausend. Tausend? Oh, so viele Follower will ich gar nicht haben. Deswegen... Das ist zu viel Verantwortung. Warum, warum müsst ihr immer ausweichen, wenn wir das Thema mit Eiche ansprechen, warum müsst ihr immer aufs Christentum ausweichen? Könnt ihr euch nicht mit eurer angeblich selber perfekten Religion befassen? Könnt ihr euch nicht selber damit befassen? Steht, ab der Pubertät ist die Mädchen heiratsreif. Steht doch in der Bibel auch. Warte, ihr solltet nur heiratsreif, solltet ihr einen Geschlechtsakt voll. Für Daniel Hakikatu ist die sicher ein Begriff, Daniel Hakikatu sagt, wenn Zeichen der Pubertät erfolgen, so wenn das aber früher ist und der Vater damit einverstanden ist, sagen wir jetzt mal, ein Mädchen zeigt mit fünf oder sechs pubertäre Eigenschaften, so. Und der Vater sagt, er ist damit einverstanden. Dann ist es erlaubt, mit ihr den Geschlechtsakt zu praktizieren. Und das ist doch schon krank genug. Ja, was ist mit Salomon? Salomon hat auch so sieben, acht Jahre geheiratet. Und Gott hat ihn nicht kritisiert. Gott hat ihn nicht kritisiert dafür. Gott hat ihn nicht erlaubt. Es ist schlimm. Bei jedem Vergewaltiger, von Hollywood bis über den Vatikan bis zu den Kinder-Ehen, sind wir uns da einig. Das ist doch ein Prophet des Christens zum Salomon. Und Gott hat ihn nicht dafür kritisiert. Sind wir uns da einig? Sind wir uns da einig? Ja, da sind wir damit einig, ja. So, das heißt, es werden aber auf der Welt immer noch Kinder-Ehen praktiziert, richtig? Ja. Ja. So, und das aufgrund der Legitimation, dass der Prophet eine Sechsjährige geheiratet hat, richtig? Ja, wenn der aber das Kind, ich sag mal jetzt bei diesen Kinderheiraten in anderen Ländern, wenn das Kind damit nicht einverstanden ist, okay, dann ist es verboten. Achso, so ein Kind, weißt du, als ob das die Entscheidungsgewalt darüber hätte, zu entscheiden, ob es den Rest seines Lebens mit einem alten Sack verheiratet sein will. Ja, Maho, jetzt da musst du deinen Verstand als erwachsener Mensch benutzen. Es gibt halt noch Länder, die nicht in diesem Höhe Bildungsstand sind, wie wir es heutzutage. So, du musst deinen Verstand benutzen, das sagt Allah auch im Koran, so oft wie möglich, und benutzt dir nicht euren Verstand. So, jetzt musst du gucken, dieses Kind ist noch nicht im Kopf reif und hast nicht gesehen und möchte das gar nicht, okay, dann ist es nicht dein Recht, dieses Kind einfach zu heiraten, nur weil du denkst, oh, es ist besser für sie. Ja, aber das Kind wird doch massiv beeinflusst. So, und nach Überlieferung war Aisha im Kopf schon sehr bald. Ja, genau, Alter. Die Sahabe haben im Nachhinein sogar Aisha um Rat gefragt. Ja, wie gesagt, eine Erwachsene im Körper einer Sechsjährigen, alles klar. Ja, so wie heute, im Körper einer Frau. Ja, und war Isaak, ist Isaak der perfekte Mensch? Ist Isaak das Vorbild für Milliarden Menschen? Maho, wir gendern heutzutage... Ist aber ein Prophet des Christentums. Ist er der perfekte Mensch? Muss man ihm nachstreben als Christ oder Jesus Christus? Jesus Christus ist doch Gott, der ist doch kein Mensch. Du musst doch als Christ selber wissen, dass du Jesus nachahmen musst oder sonst irgendwas, weiß ich nicht, was da ist. Sie können ja nicht Jesus nachahmen. Jesus ist in den Augen Gott. Du kannst doch nicht jetzt hier hinsetzen, dich... Also... Komm doch als Christ erstmal auf deine Religion klar. Und fang nicht an, Janik, welche Religion erklärt das Bashing anderer Religionen? Keine. Hä? Okay? Wir dürfen kritisieren, was immer wir wollen. Ja, du sollst es kritisieren. Du kannst es kritisieren. Das tun wir. Und wenn ich sage, dass wenn ein Prophet, der als der perfekte Mensch gilt, dem man hinterherstreben soll, eine Sechsjährige geheiratet hat und das die Legitimation ist, dass irgendwelche alten Säcke sich an Kindern vergreifen dürfen, dann darf ich das ankreiden. Genauso wie ich den Vatikan ankreide, wenn er die Scheiße macht. Aber... Jetzt heiraten alle zwei Milliarden Muslime Kinder, klar. Ja, Gott sei Dank nicht. Ja, komm, klar, ich sag doch vorhin... Ja, Gott sei Dank nicht. Ich sag doch gerade, benutzt ihr nicht euren Verstand, versteht ihr? Ich hab ja auch nicht gesagt, ich hab ja auch nicht gesagt, es ist eine Pflicht, Kinder zu heiraten. Es ist ein Recht. Es ist ein Recht, ja, aber... Es ist keine Pflicht. Das hab ich nie behauptet. Also leg mir keine Worte in den Mund. Vollem, ganz ehrlich. Ich leg dir keine Worte in den Mund. Du erwartest, dass wir ehrlich sind. Du erwartest, dass wir ehrlich damit sind. Aber ihr selber seid, wenn es darum geht, in keinster Art und Weise ehrlich gestimmt. Der sagt doch ehrlich, der sagt doch die Wahrheit. Ich sage doch, ich sage ehrlich und offen, es war so. So, okay? So, aber es hat seine bestimmten Gründe. Kritisierst du das? Kritisierst du das? Sagst du, das war ein Fehler von Mohammed? Das hätte er nicht machen dürfen. Nein, warum sollte ich? Das war in einer anderen Zeit. Und das ist die Kritikbereitschaft, die ihr überhaupt nicht habt. Hä? Was redest du? Guck mal, der Islam ist so wahrhaftig, dass er alles überlegt hat. Selbst Pädophilie drüber wegguckt. Egal. Pädophilie? Was redest du da? Ohne Quatsch, es bringt nichts mit dir zu diskutieren. Du bist so resistent. Da könnte ich mit einer Wand reden. Wenn ein 54-jähriger Mann Sex mit einer 9-Jährigen hat, dann ist das Pädophilie. Und jeder, der was anderes sagt, ist eklisch. Pädophilie bedeutet doch, dieser Typ oder keine Ahnung, diese Frau oder sonst irgendwas steht ausschließlich auf jüngere Kinder. Nein, Pädophilie ist der Oberbegriff. Aber der bedeutet, dass man Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen hat. Und wenn man selber 54 Jahre alt ist und mit einer 9-Jährigen im Bett landet, dann ist man ein Ekelhafter. Ja, so ist der Prophet des Christentums. Ich sag auch ein Ekelhafter. Mit Rebekka? Wenn es so war, es ist zwar, wie gesagt, nicht mal bewiesen. Ihr könnt das nicht mal belegen anhand von Zürich etwas. Es wurde schon tausendmal belegt. Von wem? Von wem? Von wem? Hamid, Hamid. Hamid, Hamid. Wer ist Hamid? Ich kenne Hamid nicht. Eliad hat dann rumgeholt. Hamid und Eliad. Ich kenne die gar nicht. Ja, Moritz kennt den auf jeden Fall. Dann bring mir mal die Beweise hier hin. Nein, schau mal, Rebekka war nicht drei Jahre alt. Ganz ehrlich, das kann man insofern nicht beweisen. Wie gesagt, die Beweise sprechen ganz klar dagegen. Aber sagen wir mal, selbst wenn es so wäre, nochmal. Ich spule die Kassette nochmal ab. Ich sag ja nicht nur Isak, ich sag auch Salomon hat auch jüngere Gehreise. Klar, warte mal kurz. Sagen wir mal, es würde so stimmen. Sagen wir mal, es würde so stimmen, was es nicht tut. Okay? In welchen Ländern wird das praktiziert? Und wenn du mir mit Mexiko oder irgendwas kommst und es noch nicht mal belegen kannst, ganz ehrlich, dann ist das kein Argument. These, Begründung, Beispiel. Im alten Rom haben die Frauen schon mit elf, zwölf geheiratet. Ja, und deswegen heiraten wir in Deutschland jetzt, weil wir ja immer noch römisch-katholisch-christlich sind. Heiraten wir jetzt hier ab zwölf. Stopp, 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 stopp. Heiraten wir jetzt hier ab zwölf. Ist es in Deutschland erlaubt, ab 14 Geschlechtsverkehr zu haben? Ja, aber nur, wenn der Geschlechtspartner auch minderjährig ist. Haben wir in Deutschland zwölfjährige schwangere Kinder? Aber die Väter sind keine Erwachsenen. Zwölfjährige schwangere Kinder? Ja, haben wir, aber du hörst nicht zu. Die Väter sind keine 54-Jährigen. Das bedeutet, dass zwölfjährige... Er checkt es nicht. Nee, du fliegst jetzt raus. Du fliegst jetzt raus, schritt mit jemand anders weiter, jemand, der irgendwie Ahnung hat. Nee, ganz ehrlich, hier vergleicht einer den Koran in den Kommentaren mit Harry Potter. Dass selbst in Harry Potter irgend sowas steht, ganz ehrlich, wer so einen Schwachsinsvergleich bringt, der hat keine Ahnung, was der Koran für eine Bedeutung hat. Nee, da rede ich lieber mit jemand, der Ahnung hat, also ganz ehrlich. Samet, enttäusch mich nicht. Grüß dich. Du, Patrick, das Ding dabei ist, wenn du mit jemandem sprechen möchtest, der Ahnung hat, dann brauchst du eigentlich einen Taliban-Vertreter hier. Ja, ja, ist klar. Du stinkst nach Fisch. Okay, Samet ist eine Enttäuschung, scheiße. So wie deine Mutter. Oh, direkt dieses Bashing. Darfst du laut deiner Religion überhaupt schlecht über andere Mütter reden? Esel. Ich bin kein Moslem. Du bist gar kein Moslem. Was bist du dann? Esel ist von einem Esel. Du bist ein Esel. Esel ist ein Elefant. Deine Mutter. Ach so. Ah. Gut. Und jetzt? Nix. Und jetzt. Hast du es jetzt bis jetzt? Fertig. Warte mal, Samet, dann erklär mir mal, wie der Esel auf den Elefant hochkam. Ganz ehrlich, was redest du für ein Scheiß? Das musst du deinem Vater fragen. Der kann dir das beantworten. Guck mal, wir sehen wieder die PISA-Studie live. Leute, merkt euch das. Ich gebe mir das jetzt noch 30 Sekunden oder so. Ja, genau. Samet, was sagst du denn dazu? Patrick, lass den bitte drinnen. Ich möchte mal gerne von Samet wissen, was sagst du denn dazu, dass Mohamed ein pädophiles Arschloch war? Was sagst du denn dazu, dass deine Mutter dich gezeugt hat und du so dreckige Scheiße redest? Ja, aber das ist ja erstmal eine Gegenfrage. Wir müssen ja erstmal deine Frage. Ja, aber ich bin ja kein Moslem. Ich bin ja gar kein Moslem. Danach klären wir dann deine Frage. Was bist du denn, Samet? Ist das richtig? Ja, für mich schon. Ja, für mich nicht. Aber Samet, was sagst du denn dazu, dass Mohamed... Ihr seid nämlich einfach nur Islamhasser, ihr dumme Idioten. Ja, weil du den Islam... Warte mal, Patrick, bitte, das ist wichtig. Du liebst den Islam dementsprechend? Habe ich nicht gesagt, das ist deine Behauptung. Also, du findest das gut, dass hier... Das habe ich nicht gesagt. Wir haben ja das Hintergrundbild. Das schältst du mir gerade. Das heißt, du möchtest auch eine Sechsjährige heiraten, oder? Nee, du möchtest eine Sechsjährige heiraten. Nee, danke. Ich mache mich jeden Tag stark gegen Pädophilie, während du dich anscheinend... Ja, dann mach das doch mal richtig und nicht nur im Islam, du Esel. Ey, du kennst mich überhaupt nicht. Das sind alles deutsche Opfer, die kleine Kinder... Was für ein Quatsch, das geht von Eppstein, das geht von Eppstein über den Vatikan. Duma Esel. Schau mal, so ein Dokument verhandelt. Ja, aber warum bringst du nur beleidigen, du kannst nur beleidigen, weil heute das Thema der Islam ist. Heute ist das Thema der Islam. Ja, immer ist das Thema der Islam. Das stimmt überhaupt nicht. Ich mache nicht jeden Tag Islam-Content, da kannst du dir jeden Tag... Ach, laber, kein Scheiß. Ihr Schwätzer, Alter. Deine Mutter ist ein Schwätzer. Ja, genau. Du kannst, wie gesagt, nur über Mütter reden. Schäm dich. Ja, kann ich auch nur. Schäm du dich. Ich hoffe, dass deine Mutter das nicht miterleben muss. Ja, schäm du dich. Ja. Schmeiß mich doch endlich raus. Hoffentlich hat die sich impfen lassen. Ihr Versager. Ihr habt nichts zu tun den ganzen Tag. Hoffentlich hat die sich impfen lassen, ey. Und wir sind jetzt ganz elendig da hinkrepieren. Die wollen... Deine Mutter. Oder das ist ein AfD-Wähler. Alle sind AfD-Wähler. Nee, deine Mutter ist ein AfD-Wähler. Guck mal, was er für ein Typ ist, Alter. Ganz ehrlich. Ja, weil das ist genauso sinnlos wie eure Diskussion, aber ihr merkt es nicht. Jeden Tag dieselbe. Ja, der Typ ist der beste Beweis. Ciao. Einfach nur ein Vollfosten. Ein geimpftes Schäfchen, der alles mitmacht, was man ihm sagt, der keine Ahnung von überhaupt nichts hat und einfach im Prinzip nur den Ablauf gestört hat. Und wenn man sagt hier, wenn man auf die Wurzel geht, warum machen das Leute? Dann muss man doch schauen, okay, was ist die Grundlage? Worauf berufen die sich? Und Pädophilie an sich ist ja schon eine Krankheit an sich. Ja, wir wissen das. Wie oft willst du das noch erklären? Ja, schau mal. Aber das Problem ist halt, wie gesagt, dass dadurch, was Mohammed selber gemacht hat, er hat es seinen Anhängern empfohlen, Jungfrauen zu heiraten. Ja, in welchen Ländern wird das noch heute? Und das ist heutzutage gemacht. In welchen Ländern wird das heute so machen? Es gibt verschiedene islamische Länder. Wie gesagt, die Taliban hat neun- bis zwölfjährige Mädchen eingesetzt. Ja, meistens ungebildet. Hat die dann an die Mujahedin verhalten. Das wird nicht praktiziert, ganz ehrlich. In welchen islamischen Ländern? Und jetzt wird geleugnet. Jetzt wird wieder geleugnet. Kaum. Ja, genau, kaum. Jetzt wird runtergespielt. In Mailand auf jeden Fall nicht. Patrick, ich geh erst mal runter, ne? Wieso? Kannst auch hierbleiben. Ja, ich würde gerne hierbleiben. Aber leider haben die Muslime ein Problem damit, dass ich die Wahrheit über Mohammed sag. So ist das. Und Gasolin, Gasolin, was hängst denn du eigentlich immer noch in meinem Stream ab, Junge? Geh raus. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Ich würde mich dann auch mal verabschieden. Ganz ehrlich, bei den Leuten, mit denen du hier diskutierst, du kommst weiter. Wenn man zu irgendeinen gemeinsamen Männern kommt, dass man sagt... Moritz, die AfD wird niemals gewinnen. Also nervt nicht. Verschwenden deine Zeit nicht. Geh lieber arbeiten. Auch die Umfrage zahlen, sagen da was ganz anderes. Ja, komm. Die Umfragen sagen tatsächlich was anderes. Ja, das ist nur eine ganz kurze Zeit. Das ist eher wegen der Wirtschaftskrise, ist das so. Aber nicht irgendwie wegen Ausländer oder so. Wir wissen alle. Jetzt Wirtschaftskrise ist unten. Ausländern gibt ihr die Schuld dafür. Was? Also ich gebe tatsächlich nur den Ausländern Schuld, die hier tatsächlich schwerste Straftaten begehen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Welche denn? Ja, Vergewaltigung in Gruppenvergewaltigung. Was es halt vorher hier gar nicht so gab. Die ganzen Messerstechereien. Die ganzen Leute, die hier abgestochen werden. Solche Leute, die solche Taten begehen. Die können gerne mein Land verlassen, ja? Ja, und du gibst... Und solche Taten begehen nur Ausländer? Nicht nur Ausländer. Also ruhig, ruhig. Aber das ist ein deutsches Problem. Dafür haben wir Gefängnisse und bestrafen dann die Leute. Aber wir müssen uns doch nicht die Kriminellen aller Herren Länder hierher holen. Was glaubt ihr eigentlich? Ja, weil ich glaub hier... Erst denken, dann reden. Ich denke und rede. Ja, und dann kommt... Also mach es doch besser, wie ich gesagt habe. Habe ich jetzt... Habe ich jetzt... Habe ich jetzt... Habe ich jetzt gesagt? Ja, ja, hast du gerade. Ja, und es ist... Macht aber nicht euer Problem zu der Problem der ganzen Menschheit. Ja, aber das ist ein Problem, weil ihr uns anlügt, weil ihr uns erzählt, dass das alles friedlich und toll und dies und das ist und das ist und das ist und das ist es nun mal nicht. Nein, wir haben ja wirklich Probleme. Jetzt sag ich mal stopp, stopp, stopp. Kennst du mich? Ich bin 57 Jahre alt. Nein, der Islam hat Probleme. Ich habe ja auch kein Problem mit den Muslimen, sondern mit dem Islam, mit dem, was Mohammed gesagt hat, mit den Hadithen, mit all dem, was dadurch möglich wird. Damit habe ich ein Problem. Ich habe nichts gegen Menschen. Dich versteht man irgendwie nicht. Wie, du verstehst mich nicht? Du bist, glaube ich, krank in deinem Kopf. Nein, es geht darum, dass ich zum Beispiel jemanden, der weiß geschnürt und mit Glatze rumläuft und einfach nur jemanden hasst, weil er eine andere Outfarbe hat, dass ich den genauso angehe und zudem sage, er soll sein dummes Maul halten. Weil ich das auch nicht akzeptiere. Ganz klar. Aber das Problem ist, der Islam ist doch selbst in vielerlei Hinsicht rassistisch. Oder warum nennt Mohammed die schwarzen Rosinenköpfe? Also ich bitte dich. Ja, was hat dein Christentum mit den ganzen Schwarzen? Ja, schön, aber bevor die Schwarzen überhaupt irgendwann mal einen Weißen gesehen haben, waren sie schon Jahrhunderte die Sklaven von den Muslimen. Also laber keinen. Ja, ja, ist klar. Ja, das ist so. Schwarzen waren Sklaven von Muslimen? Ja. Ich glaube, die ersten Menschen, die die Schwarzen versklavt waren, waren Christen. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Nein, du laber kacke. Nein, ich lesen Geschichtsbuch. Ich lesen Geschichtsbuch. Guck mal, wer die meisten Schwarzen versklavt haben, das waren meine Landsleute. Das waren die Muslime, ja, genau, das waren die Muslime. Das waren die Kanzosen, das waren Engländer, das waren keine Muslime. Das waren keine Muslime. Nein, war es nicht. Nein, war es nicht. Bilal war sogar ein Sklave. Was erzählt ihr hier? Mohammed war selbst ein Sklavenhalter. Leute, der hat Sklaven getauscht. Ja, natürlich, natürlich. Ja, und das ist das Problem mit euch, ihr seid Leugner, ihr seid Leugner. Ich bin ein Christ, seit meiner Geburt, seit 1996 bin ich... Ja, du und Christ, Alter, laber mir keinen an die Backe. Was? Wenn du ein Christ wärst, ja, dann würdest du es niemals dulden, dass dir der Islam kommt und aus Jesus Isa macht, aus dem Sohn Gottes einfach nur einen gewöhnlichen Propheten macht. Das würdest du als Christ niemals ernsthaft mit dir machen lassen. Jetzt ist es eine andere Frage als erwachsener Mensch. Das ist das Problem der Muslime, nicht mein Problem. Ich mache nicht, ihren Problem zu meinen. Ich habe da kein Problem damit. Ich habe keine Probleme. Ich habe kein Problem damit. Das ist das Problem der Muslimen. Das ist das Problem der Muslimen. Ich bin kein Muslim, ich bin Christ, also juckt mich das die Boden. Was ist denn die meistverfolgte Gruppe auf dieser Erde? Inwiefern? Ja, die meistverfolgte Glaubensrichtung. Es gibt ja einen Weltverfolgungsindex. Und auf dem wir festgehalten haben... Da merkt man schon, wie krank die Leute sind. Wie hat ein Platz 1 und asiatische Länder? Aber wer ist denn der, wer am meisten verfolgt? Ich will ja immer noch wissen, wer derjenige ist, der am meisten verfolgt wird. Verfolgt? Ja. Was für eine Welt lebst du denn? Komm mal in der Realität an. Ich lebe in der gleichen Welt wie du. Ja, nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Weil du weißt nicht mal, dass Menschen verfolgt werden. Doch, ich schätze mal, dass die meisten Menschen verfolgt werden sind. Doch, nee, du bist AIDS. Sorry, aber du kannst dich überhaupt nicht mit mir messen. Ist das der Sinn der Sache, dass sie zwei Männer messen über Islam? Bist du Moslem? Nein, aber es geht doch ums Prinzip. Ich frage dich, bist du Moslem? Es geht doch ums Prinzip, Junge. Und es spielt keine Rolle, ob ich Moslem bin oder nicht. Du bist kein Moslem. Du bist kein Moslem. Du bist so wie ich ein Christ. Werde ich auch nicht. Nee, ich bin auch kein Christ. Ich bin auch kein Christ. Also bist du irgendetwas... Ist das der Sinn der Sache, dass man sich messen muss? Ich bin... Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, aber es geht hier um Artikulation, wer die besseren Argumente bringt. Und da du keine Argumente hast, weil du anscheinend nicht mal weißt... Ja, wer ist denn die meistverfolgte Gruppe auf diesem Planeten? Ich schätze mal, da sind bestimmt Moslems. Nee, es sind die Christen. Und von wem werden die verfolgt? Ja, dann solltest du dich informieren, John Michel. Ja, Jean-Michel heißt das. Jean-Patrick. Ja, da bist du halt halb gegendert, Michel, I'm sorry. Patrick. Nein, ich bin Franzose. Bei uns in Frankreich gibt es solche Namen wie Jean-Pierre, Jean-Michel. Ich bin Französ und kann mich mit dir messen. Du bist ein Schwächster. Du kannst dich nicht mit mir messen. Du kannst dich nicht mit mir messen. Du willst dich mit mir messen. Was bist denn du für ein Vogel? Was bist du für ein Vogel? Du kannst dich mit mir messen, Junge. Über den Islam und du bist kein Moslem. Du hast du von... Patrick. So, was willst du? Alles klar, was willst du? Welches Land wird am meisten die Christen verfolgt? Soll ich das jetzt extra für dich raussuchen? Nein. Oder schaffst du das selbst? Ist das ein islamisches Land oder ein asiatisches Land? Ja, ein islamisches Land. Ja, welche denn? Soll ich es jetzt extra für dich raussuchen? Bist du nicht in der Lage dazu? Ja, ich glaube, das ist doch Südkorea oder so, ne? Soll ich dir alles auf ein Silbertablett bringen, oder was? Nordkorea oder Südkorea, irgendwie sowas da. Ah, okay. Und dann die nächsten neun folgenden Länder? Nee, nee, das ist ja nur Platz 1. Das ist ja nur Platz 1, wo ich schon gesagt habe. Ja, okay. Und was ist mit Platz 2 bis 10? Nee, aber ich wollte nur sagen, wer Platz 1 ist. Ja, ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Aber was ist mit Platz 1 bis 10? Äh, 2 bis 10? Keine Ahnung. Ich denke mal islamische Länder. Der friedliche Islam, der die Christen verfolgt. For real? Ja, ich kann das... Das verstehe ich selber nicht, ja. Ja, ich hab dich. Aber egal, ich bin jetzt so weg. Zum Beispiel in meinem Land leben. Ja, dann brauchst du jetzt auch kein Abschlusswort mehr zu halten. Kannst du einfach gehen, wenn du gehen willst. Ja, schick mal nochmal deine Schwester, die ich durchballere. Aha, guck mal, jetzt kommt das wahre Gesicht zum Schluss. Die ganze Zeit freundlich und höflich versucht mitzudiskutieren. Und jetzt wird noch am Ende beleidigt. Alles klar. Haben wir wieder ein Paradebeispiel. Du musst eine Anfrage stellen, wie auch immer du heißt. Ich kann dir keine Anfrage stellen. Konstruktiv, ne, Demokratia? Das ist wieder der typische Ablauf. So, dann holen wir mal ein paar neue Leute rein. Mal gucken, wie es weitergeht. Hallo. Grüß dich. Ich bin Daniel. Guck mal, ich will nicht viel sagen, aber ich beobachte in den letzten Jahren vermehrt im Grunde, dass diese ganzen aggressiven Straftaten und so, wie mochte ich einen Totschlag und so, meistens von Emigrierten ausgehen. So, und klar, machen auch Straftaten und so begehen die und so, aber die gönnen dann auch in deutsche Gefängnisse. Und wie gesagt, ich beobachte es einfach, die Medien sind voll damit, dass im Grunde immer nur Emigrierte solche Straftaten begehen, die total unmenschlich sind, sie dann auch noch auf ihre tolle Religion berufen, um das dann zu legitimieren, dass das total in Ordnung ist. Und so was halt... Eine Sekunde, bitte. Pauline schreibt hier, wäre mir neu, dass Nordkorea ein muslimisches Land ist. Stimmt. Das stimmt sogar, dass auf Platz 1 Nordkorea steht. Stimmt. Aber die nächsten neun Länder sind alles islamische Länder, Pauline. Wie willst du das denn jetzt erklären? Du kannst überhaupt froh sein, dass ich nicht bin wie du und dass du überhaupt hier schreiben darfst, Pauline. Wir leben ja hier. Wir leben ja hier, oder? Was? Wir leben ja hier in Deutschland, oder? Wir sollen uns erst mal mit unserem Problem beschäftigen. Und das Problem ist leider importiert. Ah, guck mal hier, wie geil. Pauline sagt, die Sechs, dann Nigeria. Das ist christlich. Da musst du dir mal überlegen, da gehen Muslime hin und verfolgen Christen in einem christlichen Land. Pauline, du hast dir gerade in deinen eigenen Arsch getreten. Nein, das wollte ich nämlich eben noch anführen, aber leider ist er raus. Nämlich, dass tatsächlich Boko Haram und Co. immer noch Sklaven halten. Nämlich werden dort die Frauen entführt. Ja, und die werden zum Teil immer noch gefangen gehalten. Ja, dann das Jesiden-Problem. Ja, wollen wir das echt alles mal auftischen? Dass es das immer noch gibt, dass Menschen entführt werden und als Sklaven gehalten werden, vergewaltigt werden und dann getötet werden nach Belieben. Und das passiert in der heutigen Zeit. Und das muss man sich geben. Und ich denke, wie gesagt, Religion kann jeder praktizieren, wie er möchte. Das ist völlig legitim. Aber jemanden den Glauben aufzuzwingen oder zu verfolgen. Und das, was ich so paradox finde, dass man ausgerechnet in einem Land, wo wir wirklich alle Freiheiten ja haben könnten, dass man das auch noch dann hierher holen möchte. Das versteht mich. Ja, und legitimieren sollte ich das. Das ist ja noch viel schlimmer, dass man das hier als rechtmäßig uns auftischen will. Das ist das Schlimme. Ich wollte den Themas Kavareis erinnern. Ich habe mit Kinderpickerei und so ein Problem. Ich habe damit ein Problem, wenn das legitimiert wird. Wenn das hier über einen wahrhaftigen Glauben und so gerechtfertigt wird. Damit habe ich ein Problem, ja. Und ich weiß ganz genau, auch die, wie sagt man, die, wie sagt man, die Gemäßigteren, die werden dann sich anschließen, wenn die erstmal in der Überzahl sind. Bevor hier irgendwer von den Vögeln... Ja, als ob die Gemäßigsten haben gar keine Wahl. ...deutschen und so, die kassieren ist eine Tatsache, Mann. Ich wollte dem Thema Sklavarei was sagen. Und zwar, bevor der... Dann redet man über das Ausland. Tut mir leid. Kann ich was sagen? Ja, du kannst uns mal sagen, wie wir dich ansprechen sollen. Es ist irrelevant auf jeden Fall, was Sklavarei betrifft, bevor der portugiesische Sklavarei, quasi Sklavenhandel stattgefunden hat, haben die Araber bereits seit Jahrhunderten aktiv die Sklavarei betrieben. Also darum geht es. Jaja, das wurde ja gerade abgestritten. Das wurde ja gerade massiv abgestritten. Ja, die Kreuzflüge wurden übrigens auch nur dann aktiv, als man gesehen hat, dass das Osmanische Reich sich verbreitet hat. Im Jahre 1095 ausgerufen von Papst Urban, weil eben die Pilger nicht mehr nach Bethlehem und Jerusalem pilgern konnten, weil das Ganze in muslimischer Hand war. Danke, wunderbar. Komm, Pauline, ich habe dir eine Einladung geschickt, weil wie gesagt, ich darf ja nicht bei dir rein, aber du kannst ja gerne dann hier reinkommen und dann brauchst du ja jetzt nicht da unten im Chat einen auf überintelligent machen, obwohl du in der Scharia überhaupt nichts zu lachen hättest. Darf ich mal was dazwischenhauen? Bitte. Ganz einfach. Christen, Moslems, hin oder her, das Pünktige ist ganz einfach, Glauben sind leer. Das bedeutet in dem Sinne von Wege, egal welcher Glauben, egal was man tut oder so und so, schlussendlich ist es ganz einfach, jeder sollte seinen Glauben haben, jeder sollte in dem Sinne von Wegen für sich selbst stehen. Und wenn sich ein Moslem oder ein Christ oder ein Buddhist oder wie auch immer halt begegnet mit Freundlichkeit und fertig und nicht gelenkt von irgendwelchen Diktatoren oder von irgendwelcher Politik und fertig, aus Ende. Und da ist genau das Problem, was wir nämlich im TikTok genauso haben, dass wir immer verabscheuen Moslems oder Christen oder wie auch immer und diesen Jenen. Ich verabscheue keine Moslems. Ich verabscheue den Islam. Das ist ein riesiger Unterschied. Ja, okay, okay. Ja, ich weiß, ich weiß. Den verabscheue ich auch. Alles gut. Da bin ich komplett bei dir. Ich verabscheue in dem Sinne, dass man so radikal vorgeht und das im Prinzip halt in einem christlichen oder sonstigen Land halt, in dem Sinne so praktiziert, wie sie es tun. Abscheue ich auch. Stimmt. Aber Patrick, du hast vorhin gemeint, dass du kein Christ bist. Ich bin, ich folge dem Weg des Siddhartha Gautama, dem ersten wahren Buddha. Ach so. Geil. Geil. Wow. Cool. Weil der Buddhismus sagt halt einfach, du kannst nicht verlieren komplett. Du kannst zwar ein schlechtes Karma haben und dann mit einem schlechten Karma wiedergeboren werden, aber du kannst es immer wieder rausholen. Das heißt, es ist niemals ein kompletter Verlust, so wie das bei den monotheistischen Religionen ist. Von denen, weißt du, da erwartet man ja auch gar nicht viel von dir, außer dass du kniest, den Mund hältst und alles nachlaberst, was man dir sagt. Und wenn du das nicht tust, dann endest du in der Hölle. Das ist ja schon so, wenn du an einem Tisch sitzt mit einem Imam, mit einem Rabbi und mit einem Priester, dann steht es immer 2 zu 1 für die Hölle. Egal, für wen du dich entscheidest. Kinder. Ja, das ist nun mal leider wirklich so. Und der Buddhismus, der lehrt einen erst mal nicht zu missionieren. Wenn mich jemand danach fragt, erzähl ich ihm gern was, aber ich würde niemals hingehen und den Leuten sagen, ey, ihr müsst den Buddhismus annehmen. Das ist viel besser als alles andere. Weil, wie gesagt, für mich hat der Buddhismus, der hat mich überzeugt mit dem letzten Satz, den Siddhartha Gautama gesagt hat. Das war einfach zu einem Schüler, zu dem er gesagt hat, alles, was ich dich gelehrt habe, alles, was ich dir gesagt habe, alles, was ich dir gezeigt habe an Schriften und so weiter, hinterfrage alles. Glaub mir nichts. Geh los und mach deine eigenen Erfahrungen, weil nur das ist wahres Wissen. Und damit hat er mich überzeugt. Ja, Patrick, und genau da ist nämlich genau der Punkt. So, und jetzt, pass auf, jetzt, pass auf, jetzt kommt der Knackpunkt, halt, ja, ich bin der Heide. Also, das bedeutet, ja, ich bin der Heide. Und das Lustige ist halt, dass sich alle Leute immer lustig darüber machen, von wegen halt, ja, das ist ja sowieso schon tot und dies und jedes und da, da, da und bla, bla, bla. Aber der Punkt ist genau das, das ist genau das, was ich auch zu den Leuten jedes Mal sage. Ja, und das wissen die nicht. Guck mal, die monotuistischen Religionen, die halten sich für so alt. Jetzt mal ganz ehrlich, Siddhartha Gautama hat vor 2500 Jahren gelebt. Das heißt, 500 Jahre vor Christus. Der Hinduismus, der ist 4000 Jahre alt. Da hat noch niemand überhaupt ans Christentum, ans Judentum oder sonst was gedacht. Ja, und Zeitentum genau dasselbe, ja. Und das Lustige dabei ist, halt, ne, da wollte mir gestern, gestern, also, nee, heute Nacht, das wollte mich jemand überzeugen vor, dass ich zu Allah gehen soll und wie auch immer. Und da waren sie dann voll bös auf mich, die Leute halt, ja. Aber der Punkt ist genau das, genau das ist, was mich abstößt von sowas. Ja, weil, hey, warum muss ich denn von, also, ich bin, wie gesagt, der Heide, ja, und dann denken die dann gleich an Marvel und Thor und Odin und diesen der und boah, 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 ja, das, was sie im Fernsehen kennengelernt haben. Aber die wissen nichts. Die wissen gar nichts. Und da ist genau der Punkt. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt der Knaller, ja. Wenn ich als Heide mit dir normal reden kann, wenn du ein Buddhist bist, halt, ja, dann frage ich mich, warum ist das mit anderen Religionen nicht möglich? Ich verstehe es nicht. Ich begreife das einfach nicht. Ja, weil das ist ein Problem der monotheistischen Religionen, weil jede einzelne von denen für sich die einzig wahre Wahrheit beansprucht. Ja, ja, ganz genau. Und keinen Gott neben sich zulässt. Das ist das erste Gebot. Du darfst ja keinen Gott neben mir zulassen. Und da sind sich ja im Prinzip Christentum, Judentum und der Islam einig. Ja, aber nur in der Sache. Und jetzt prügeln sie sich seit Jahrtausenden und dann wollen sie halt noch Leute davon überzeugen, dass das gut ist. Ich verstehe es nicht. Ja, ich höre dich. Okay, dann. Erst mal hallo. Schönen Tag. Hi. Ich möchte nur kurz sagen, was es genau geht. Es geht darum, halt, ja, warum sich Religionen, halt, also ich nehme das Wort jetzt mal, in dem Sinne, warum sich jedes Mal Religionen prügeln. Ja, stimmt, 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 ja. Okay. Und wenn sie sich hier im Hintergrund, da hast du, ich weiß nicht, einen Screenshot mit dem Islam. Ja. Warum dich dann fragen darfst du? Dieses Ganze ist sahih. Wir hatten vorhin ein Streitgespräch. Ich habe es einfach nur nicht geändert. Und da hat jemand behauptet, dass der Prophet eben keine Sechsjährige geheiratet hat. Also habe ich ihm von Sunan Abu Dawood eben den entsprechenden Vers gezeigt. Und deswegen hängt er jetzt halt noch da. Ja, jetzt ganz, ich mache es jetzt natürlich erst mal ganz friedlich. In damaligen der Zeit, da hat man das alte erst auf der Pubertät gezählt. Und auch wegen den anderen Sachen. Na, es stimmt nicht. Sonst hätte man auch nicht gesagt, dass man mit sechs mit Wuppen gespielt hat. Dann wäre es die 16. Oder jetzt noch mal was anderes. Und zwar, ich habe jetzt gerade vor mir auch ein paar Widersprüche. Ich bin da ganz, ganz formal. Ich habe da viele Dokumente gesichert. Weil ich da oft, ich bin halt gerne, ich sage jetzt nicht, ich bin offen für Diskussionen. Natürlich auch für Respekt und so. Im Koran steht aber auch unter anderem, dass man kleine Mädchen heiraten darf, die noch keine Pubertät hatten. Dass man sich scheiden darf. Und dementsprechend heißt es ja auch, dass man mit einem Kind Geschlechtsverkehr gehabt haben soll. Wenn man halt drei Monate lang saßen soll. Das ist der berühmte Scheidungsvers. Ist jemand von euch christlich? Oder buddhistisch? Ich habe gerade gemeint, buddhistisch. Ich bin ex-musvlim. Ich bin buddhistisch. Wer ist ex-musvlim? Ich. Und ich bin in Heide. Das ist gut. Du kannst ja gerne mal mit einem Heidel reden. Ja, ich beschwärte das alle. Weißt du, was da passiert? Weißt du, was da passiert? Wenn im Prinzip, in meinem Brauch, in dem Sinne von wegen, so was gemacht wird. Weißt du, was da passiert? Gnade dir Gott, in dem Sinne von wegen halt, dass so was passiert. Gnade dir Gott. Ganz gut, ganz gut. Wer ist noch mein ex-muslim? Der mit schwarzem Bildschirm, also ich. Ganz unten. Ganz unten, okay. Wie heißt du? Ich frage, darfst du dich mit Namen? Na, darfst du nicht. Darf ich nicht, okay. Du bist ex-muslim. Kannst du mir mal die Schahada vielleicht aussagen? Die Schahada? An die Schahada kann ich mich jetzt nicht wortwörtlich erinnern, aber ich kannte Sura al-Fatih hervorlesen. Sura al-Fatih kann jeder aussehen. Okay, okay, ganz gut, ganz gut. Wie viele? Ja, okay, aber ich sage dir jetzt eins, ich musste nichts beweisen, ich könnte noch ein ex-muslim. Der ist absichtlich nicht schwarz, was ist, ich könnte auch ein ex-muslim. Ich könnte auch ein Atheist sein, der jetzt absichtlich Sura al-Fatih auswendig gelernt hat und vorzutäuschen, dass ich ex-muslim gewesen bin. Eine Frage als muslim, weil ich zu sehen habe, wie viele Raqqa hat denn Schawarma? Schawarma? Ja, wie viele Raqa hat er? Lass dich nicht auf den Blödsinn einlassen. Ja, das meine ich auch. Sehr lustig bist du, Schawarma, genau. Ja, weil es gibt halt viele so lustige Leute, die sagen, es ist ja nicht schlimm, dass man... Ich sage ja eins, ich kenne auch viele Muslime, die null von ihrem Glauben wissen, also würde es jetzt auch nichts beweisen. Du kannst nicht sagen, dass die keine Muslime sind. Okay, aber du sagst, du bist schmossen, aber du kannst die Schahada nicht. Ich finde es halt ein bisschen suspekt. Ich brauche keine Schahada auswendig kennen als ex-muslim. Nein, nein, warte, warte, ich erkläre es nicht. Erstens, ich habe nie Schahada aussprechen müssen, weil ich von Geburt an als Moslem zählte. Und ich habe die Schahada auch nie wirklich tagtäglich rezitiert, weil ich... Rezitieren tut man die schon mal gar nicht. Ja, eben, meine ich auch. Also habe ich das auch nie gebraucht. In zwei Jahren bin ich auch kein Moslem mehr. Ey, entschuldigung, Leute, geht es jetzt hier in meinem Stream darum, ob er ein Moslem war oder nicht. Nein, auf keinen Fall. Ist das das Thema? Das ist ja schon wieder schwarz. Nein, aber ich möchte mir doch nur nicht den Mund verbieten lassen. Ganz kurz, bitte. Macht doch gar keiner. Wissen Sie... Was hast du für Paras, Alter? Ich sehe sogar noch, sorry, guck mal ganz kurz. Was nicht sieht's, ne? Sorry, war auszusehen, ich bin immer ganz respektvoll. Aber wie geht das nicht? Ja, ja. Ey, Baba, kannst du ihn jetzt mal reden lassen? Wenn ihr beide redet, versteht man gar nicht. Ah, richtig. Wenn ich fertig bin, dann sage ich das, dann kann jeder weiterreden, wir machen das alle. Darf ich Kenan eine Gegenfrage stellen? Wie gesagt, ey, Kenan, 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 wenn du jetzt so kommst und die Tour jetzt fährst, dann gehst du jetzt auf meinem Live und machst deinen eigenen Live auf, dann kannst du da die Bestimmungen machen. Aber nicht hier, weil du hier versuchst, mir meinen Stream wegzunehmen. Nein, doch nicht. Darf ich ganz gut Kenan eine Frage stellen? Ich würde auch sein Glauben prüfen. Aber der hatte doch zuerst eine Frage. Kenan, Kenan, zu welchen... Kenan. Kenan, okay. Welche Rechtsschule gehörte Ibn Abbas an? Uninteressant. Uninteressant. Na, ist das nicht? Keine Ahnung, nee. Aha, okay. Gar keine, gar keine. Zu damaligen Zeiten gab es noch keine Rechtsschulen. Aber gut, dann bist du auch kein Muslim. Ich? Ganz kurz, ganz kurz. Ich bedurfe mich nur. Nein, nein, du bist kein echter Muslim. Deine Meinung zählt jetzt nicht. Das ist ein europäischer Muslim. In meinen Augen bist du kein echter Muslim. Das ist einer, der hier in Europa aufgewachsen ist mit der Freiheit der Demokratie und der dann nach Scharia schreit. Der hat sie nicht alle. Nein. Nein, nein, okay. Nach deiner Logik bist du kein Muslim für mich. Du hast den Fest nicht bestanden. Darf ich mal reden? Nein, darfst du nicht. Deine Meinung zählt immer. Du bist kein Muslim mehr. Wartet mal bitte. 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 Du bist ein Käfer. Genau so ein Käfer. Ein Käfer. Ja, genau, Alter. Offiziell von nun an. Ich habe schon ein Käfer getauft. Du wurdest überführt. Kennen Sie diesen Mann? Er ist kein Muslim. Also ich beruf mich nur auf den Koran. Aha, da bist du Koranit. Ich bin... Da bist du erst recht kein Moslem. Da bist du erst recht kein Moslem. Also du darfst dich nicht auf Koran ausschließlich berufen. Du sollst auch Hadife mit einbeziehen. Denn Hadife, die vervollständigen Koran. Du kannst das Koran nicht ohne Hadife verstehen. Genauso wie du auch ohne Taftiere nicht ausgehen kannst. Okay. Scheran, Scheran, Scheran. Stoppieren. Bitte, danke. Heiland, sag ich, warum schreibst du denn? Ja, tut mir leid, aber dein Wissen ist sehr erbärmlich. Du bist kein Moslem in meinen Augen. Ich sag, ich schade, ich schade, ich schade, ich schade, ich schade, ich bin Mohammed, und ich schade, ich bin Mohammed, und ich schade. Ja, und? Okay, aber hast du nicht vorhin gemeint? Okay, okay, aber hast du nicht vorhin gemeint? Man soll irgendwelche Informationen wissen, um als Moslem zu zählen? Dann sollst du auch keine glauben. Ich hätte mal eine gerne andere. Er ist Ex-Muslim, aber er sagt, ich kann die Schahada nicht. Ich brauche die Schahada nicht, dafür bin ich auch Ex-Muslim. Ich bin seit Jahren kein Moslem mehr. Ich brauche keine Schahada. Ich brauche keine Schahada. Ja, aber jeder Moslem hat die Schahada in seinem Kopf. Nein, ich bin eben kein Moslem mehr. Was checkst du nicht? Ich praktiziere den Islam seit sechs Jahren nicht mehr. Was verstehst du darunter nicht? Sag mal, Kenan, warte mal kurz. Also, dumm, ich schahada-König. Danke. Definitiv, mich schahada-König. Ja, wenn du dich als Moslem siehst, aber ich sehe mich als Moslem schon seit Jahren nicht mehr. Ich könnte von mir aus... Du wachst, du wachst, du wachst. Ja, ist da... Okay, okay, wenn du jetzt bestimmte Sachen nicht weißt aus dem Islam, dann bist du auch kein Moslem mehr in meinen Augen, oder wie? Was? Was? Also, ehrlich, es ist ja abartig. Wir können jetzt erst mal ganz kurz noch mal von Anfang. Bitte, Kenan. Darf ich jetzt mal was sagen, anstatt ihr zwei? Genau, so kann man machen. Okay. Okay, schahada kann ich eigentlich schon, aber ich konnte mich jetzt nicht erinnern, was genau das ist. Aschadalaya, Hirabha, 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 Hirabha. In jedem Gebet wird die schahada rezitiert. Ja. Ja, aber glaubst du, ich kann es so spontan... Ich kann es spontan einfach die Erinnerungen wieder freischalten und das auswendig rezitieren. Was für mich du in Luzinanzkunden fragen darf? Na, darfst du nicht fragen. Darf ich nicht fragen. Darf ich jetzt mal was sagen? Darf ich mal was fragen? Du musst dir dein Wort hier nehmen. Das ist einfach ein Dschungel. Okay. Okay, also mein Dschungel. Okay. Ah, Dschungel. Der Punkt, der Punkt ist, Shenan, oder wie du auch immer heißt. Für dich Gabriel, Gabriel passt auch. Okay, Gabriel, den Namen mag ich gar nicht, weil das ist mein Sohn. Alles gut? Dein Sohn warst du also nicht stark? Nee, den finde ich überhaupt nicht gut. Nee, Baba Leif, du darfst nicht mehr hoch. Ich habe an Shenan eine Frage. Ja, bitte. Jeder Glaube ist so sein Glaube. Selbst die Christen haben gelernt, in dem Sinne von wegen, dass man Glaube nicht mit Kriegen führt. Und warum unbedingt musst du andere Leute davon überzeugen, dass sie unbedingt zu diesem Moslem blöp 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 gehen? Warum denn überhaupt? Mach ich gar nicht. Ich mach nur, guck mal, darf ich kurz reden? Also jetzt ganz normal. Ich will niemanden überzeugen. Natürlich, ich habe als Muslim die Pflicht, Leute in meinen Islam und in meine Religion zu rufen. Das ist total krank. Entschuldigung. Das Missionieren, das ist ein Problem. Ja, genau. Aber ich persönlich komme nur in Streams rein, wenn ich dann sowas sehe. Islam-Hass ist sehr verbreitet und Leute... Das ist kein Hass, das ist ein Fakt, Junge. Das ist ein Fakt. Dann lass es ein Fakt sein. Das ist keine Hetze. Ich geh nochmal kurz raus und komm wieder rein, okay? Okay, bis gleich. Bis gleich. So, ich bin da ganz formal. Ich habe vor mir immer ganz viele Dokumente von der Bibel, weil ich weiß, dass meine Religion leider einfach nur verhasst wird. Von jedem Menschen, von der LGBTQ-Community oder irgendwas. Ganz im Gegenteil. Das ist so, wirklich wissen Sie, wollen Sie auch mal... Die beschützen euch noch, obwohl die gar nicht wissen, was mit denen in der Scharia passiert. Sagen wir mal ehrlich, Chenan, was passiert denn mit den ganzen LGBTQ-Typen in der Scharia? In der Scharia? Ja. Die müssen sich halt noch aufpassen, ne? Ja, die werden hingerichtet. Ich will wissen, was passiert. Die werden hingerichtet. Ich sag's dir für ihn, er kennt sich null aus anscheinend. Die werden hingerichtet. Die werden öffentlich hingerichtet, damit sie anderen Speicheln dran nehmen. Da sind sich noch nicht einig. Die Gelehrten sind sich noch nicht einig, wie genau nicht hingerichtet werden sollen. In der Bibel ist doch genauso Zeug drin. Die alten Bücher... Das sind keine Christen. Die alten Bücher... Ja, ich weiß, aber ich will's nochmal gesagt haben, weil... Ja, aber wir leben auch nicht nach christlichem Recht. Verstehst du das überhaupt, Chenan? Ah, Senan, Senan... Du vergleichst hier gerade Äpfel mit Birnen. Nein, tue ich nicht jetzt an... Doch, Senan, wie viele Christen siehst du auf den Straßen, die... Jesus ist groß rumschreien und andere abschlachten. Das ist WTF. Ja, genau. Es gibt... Ja, genau. Es ist sehr absurd, weil heutzutage sind genau die eine bestimmte Religion, die versuchen, das umzusetzen. Und das sind nämlich die Muslime. Tut mir leid. Ich seh keinen Islamisten in Deutschland, der jemals... Allein in Österreich gab es... In diesem Jahr... In diesem Jahr gab es allein in Österreich fünf Anschlagsversuche seitens der Muslime. Was willst du dazu sagen? Und keinen einzigen Versuch seitens der Christen. Es gibt immer Menschen... Es gibt nur schlechte Menschen... Aber die berufen sich auf die Schriften, also kannst du jetzt nicht sagen, dass das nicht mit dem Islam zu tun haben. Ja, interessiert uns nicht. Das ist ein Problem unter euch, unter eurer Community. Aber Fakt ist, wir sehen die als Muslime. Okay, meiner Meinung nach, dass wir euch... Keiner, der irgendwie jemanden umbringen will. Ich lebe nach dem Frieden, denn Islam heißt in meinem... Ja, ja, genau. Das App in Islam steht für Frieden. Das haben wir gecheckt, aber eigentlich heißt Islam Unterwerfung und das weißt du auch ganz genau. Unterwerfung gegenüber Allah, über unseren Gott. Ja, aber es heißt nicht Frieden. Frieden steckt in dem Wort Salam. Aber ich unterwerfe mich nicht deinem Gott. Friede steht im Wort Salam. Schenan, verstehst du das? Ich unterwerfe mich deinem Gott nicht. Ich habe eine Frage. Ey, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Wenn ich unbedingt rumpullen muss, weil ich will eigentlich nicht rumpullen. Ich auch nicht. Aber ich habe eine Frage und zwar nämlich die... Okay, was ist denn dann in dem Sinne, wenn deine Scharia oder wie auch immer das ist, heißt in dem Sinne von wegen, dass alle in deinem Glauben herrschaften sollen. Dann frage ich mich, ja, ich bin eine Heide. So, und jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich aber nicht zum Moslem werden will, was ist denn dann? Du sollst Steuer zahlen. Nee, das mit den Steuern steht nur für Christen. Nein, 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 nein. Christen und Juden. Das wählt nicht für Götzenanbeter. Wenn sich die Heiden... Ich bin ein Götzenanbeter, okay? Wenn sich die Heiden weigern, freiwillig in Sklaverei zu begeben, dann werden sie bei einem wenigen Leibe eigentlich verprangt. Aber die ist schon klar? Ich darf als Moslem keinem die Religion aufzwingen. Shannon, Shannon, aber dir ist schon klar, halt, ne? Dass ich als Heide, in dem Sinne... Bitte erklär mir das, was ein Heide ist. Ich weiß es nicht. Wirklich, sorry. Okay. Oh mein Gott, Alter. Ja, aber wie kann man mitdiskutieren mit so wenig Wissen? Guck mal, ich hab sowas noch nie gehört, Heide. Was heißt, du müsst... Heidentum ist keine bestimmte Religion, es gibt mehrere bei der anderen von Heidentümen. Nein, Heide sind Menschen, die mehrere Götter anbeten und... Also das ist keine monistische Religion. Genau, also die halt, die ursprünglichen heidischen Glauben... Ich hab nicht in den Griff gewusst, Heide, was für wenig Wissen. Ich bin wirklich sehr... Ich hab mich genug informiert, finde ich. Du hast auch nicht genug Wissen über deinen eigenen Glauben. So, der Punkt ist, Senan, 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 das bedeutet also in dem Sinne, jetzt denk mal logisch nach, ja? Also, ich bin ein Heide und du bist ein Moslem. So, und du sagst in dem Sinne von wegen halt, das ist deine wahre Religion und... Ja. Alles klar, okay, kein Problem. Ja, ja, klar. So, wieso habe ich kein Problem mit dir, aber dein Glauben mit mir? Also, ganz kurz nochmal von vorne, okay? Wir meinen Religion, okay? Die Götzendiener und alles Mögliche sind bei uns Ungläubige. Das stimmt auf jeden Fall. Was sind Götzendiener? Was sind denn das? Götzendiener sind Menschen, die zum Beispiel jetzt Statuen anbieten. Über uns damals im Mekka der Hoba, wo immer angebetet wurde. Ach so, und wieso braucht ihr dann Häuser? Wieso braucht ihr dann Häuser, damit ihr dann da reinlauft und euren... Was ist denn die Kaaba, um die rumgeschlichen wird? Kaaba ist eigentlich ein ganz lustiges Thema, denn Kaaba hat ihren Ursprung noch präislamische Zeiten der Araber und da haben die auch die arabischen Heiden, die die Kaaba umkreist und angebetet. Ja, das stimmt. Rosa, warte mal kurz, ich möchte gerne von... Aber das ist doch Götzen an Beterei, oder nicht, Ceynan? Ja, das war früher. Ceynan, ich will... Ach so, es wird jetzt nicht mehr jedes Jahr im Kaaba rumgelaufen. Aber Ceynan, siehst du es nicht irgendwie als nicht besonders glaubwürdig, wenn ein Glaube die Bräuche und Sitten von einem anderen Glauben entlehnt und umsetzt quasi? Nein. Weißt du, was passiert, Ceynan, wenn so eine Person in dem Sinne von mir sagen will, halt vom Wege, dass ich einen Glauben annehme soll, der mir nicht gerecht ist? Weißt du, was da passiert? Das ist dir schon klar, oder? Nochmal bitte? Ich habe es nicht... Ist dir schon klar, dass dir das im Prinzip, wenn du zu meiner Türe kommst und mir unbedingt sagen willst, was ich einen Glauben haben soll, der mir nicht zusteht, der nicht meine ist, dann ist dir schon klar, was da passiert, oder? Was passiert denn dann? Ich verstehe es nicht, was du genau... Ja, das ist ganz einfach. Also, bedrohst du mich? Ich bedrohe dich doch gar nicht. Nein, nein, nein. Bedrohst du mich? Und sagst mir, und wisse in dem Sinne von wegen halt, dass das in der Geschichte schon war. Der Punkt ist an der Grundsatz, bedrohst du mich mit deinem Glauben? Und ich habe diesen aber nicht und soll den übernehmen, ja, dann sage ich dir klipp und klar, hey, wo die Türe ist. Und das sage ich dir einmal... Ja, aber was bringt das denn überhaupt, Leute, Leute, was bringt das denn überhaupt, jemand anders dazu zu zwingen, eine Religion anzunehmen? Dann kriegst du maximal ein Lippenbekenntnis. Es, wie gesagt, ich als Moslem... Bekämpft sie überall, bis sie die Schahada sprechen. Erzähl uns keine Scheiße, Kenan. What the fuck? Nein, hör mir doch mal zu. Bekämpft sie, bis die alleinige Verherrlichung auf Allah liegt. Erzähl kein Quatsch, Junge. Du kennst deine eigene Religion nicht. Sag mir den Vers, sag mir den Vers bitte. Muss ich jetzt raussuchen, ich bin kein Imam. Dann such sie mal raus, ich bin nämlich auch kein Imam, aber... Okay, aber Kenan, diesen Vers kennen viele Muslime. Ja? Ganz kurz, aber... Den musst du auch kennen als Moslem. Kennt der nicht. Der kennt nur die, der kennt nur die schönen Verse. Achso, du kannst hauptsache die Schahada, das reicht schon auf. Heiland, sag, wenn ich euch nochmal, soll ich nochmal das sage? Zu mir kommen ja auch Leute an die Tür, zum Beispiel die Eroba. Ich bin da auch ganz normal. Die Leute wollen mir was beibringen. Okay, ich schicke sie ganz respektvoll weg. Keiner sagt zu euch, nehmt den Islam unbedingt an. Weil wir hier noch in einem christlichen Land leben, aber weil die Islamisierung voranschreitet und wenn ihr... Pass auf, Kenan, Kenan, du bist jetzt mal kurz ruhig. Ich stelle dir jetzt eine Frage, dann darfst du antworten. Dann darfst du antworten. Pass auf, ich stelle dir jetzt eine Frage. Was passiert, wenn die Muslime in einem Land in der Mehrheit sind? Zu was seid ihr dann verpflichtet? Ich sag nur eins, Lebanon. Lebanon. Zu was seid ihr dann verpflichtet? Die, ich muss mein Herz, danke schön, Uchti. Ich küsse ein Herz, Uchti. Ich danke dir für deine Dinge. Kannst du jetzt beim Thema bleiben? Was müsst ihr tun, wenn ihr in der Mehrheit seid? Wir müssen auf jeden Fall niemanden umbringen. Nein, ihr müsst die Scharia fordern. Ja, das stimmt. Und in der Scharia steht eben drin, dass entweder Christen und Juden als Demis die Jizia zu bezahlen haben oder alle Götzendiener das Land zu verlassen haben. Wer sich weigert, wird getötet. Okay. Ja. Dann sollen sie mal an meine Hörstür klopfen. Aber mal ganz einfach. Also. Sollen sie mal herkommen. Ganz kurz. Darf ich nochmal reden? Ja, es war ja eine Frage an dich, aber du konntest sie ja nicht beantworten. Das musste ja ich übernehmen. Oh, sorry. Du bist ja Imam geworden. Du warst ja voll viel über den Islam. Wieso kommentierst du nicht gleich? Ja, weil ich keinem pädophilen folge. Ah. Ja. Ja, sicher, Alter. Deswegen folge ich auch mit der katholischen Mütze. Sorry, aber ich normal denkende Mensch kann sich in ein sechstägiges Mädchen verknallen. Verknallen? Krank. Ohne Spaß. Und der arme Abu Bakr, wie er das steht und sagt zu ihm, hey, aber Mohammed, das ist doch meine Tochter, die du da heiraten willst. Und der das eigentlich... Waren wir keine Brüder? Ja. Wir sind Brüder. Und mit neun fickt man sie dann. Ja, genau. Läuft. Der Glauben ist richtig gut. Pass mal auf deine Sprache auf, Christian. Sonst holt dich die Tocke raus. Ich weiß. Hey, pass auf. Also, seh dann halt. Ja, ganz einfach. Also, Moslem und Heide stehen voreinander. Ja, so, und jetzt ist im Prinzip der Großglaube in dieser Welt, wo du lebst, halt Moslem, ja? Und was willst du denn eigentlich machen? Ja, hör auf, jetzt ist er geflüchtet. Es war auch ein kleines Kind, so ein Shisha-Euro-Moslem, der gar keine Ahnung hat, der nur glaubt, dass er auf dem richtigen Weg ist, weil man ihm das eingeredet hat. Das ist eine gefährliche Ideologie. Wie gesagt, früher hat Adolf Hitler hier den Leuten eingeredet, bist du blond und blauäugig, bist du besser als alle anderen. Darf ich jetzt meinen Satz beenden? Jawohl. Ich stimme dir nur zu. Ja, aber das nervt. Okay. Weil das kommt mit Verzögerung, das ist dir bewusst. Ach so, okay, nee, sorry. Naja, wie gesagt, Adolf Hitler hat den Leuten eingeredet, dass wenn sie blond und blauäugig sind, dass sie dann besser sind als alle anderen Menschen. Und diese Ideologie, einfach nur den Menschen einzureden, glaub an Allah und du bist besser als alle anderen, weil das die ungläubigen Kuffar sind, das ist die gleiche Ideologie. Einfach nur in einer anderen Verpackung. Ja, hast du recht. Ja, ich stimme dir ja zu. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute heute ja unbedingt immer auf Glauben gehen müssen. Das Pünktleramt der ganzen Sache ist doch ganz einfach, oder Patrick? In dem Sinne von mir geholt, ja, hey, leben, leben, leben lasse, oder? Fertig, Ende. Und da kommen sie, da kommen sie mir, heute, heute Nacht kommen sie mir mit so einem Blödsinn, pass auf, selbst der Christ, also da war eine Christin und da war ein Moslem, ja, und da wollen sie mir erzählen, ich muss konvertieren und dies und jenes, pass auf, und du wirst, was das Geile war. Dann erzählen sie mir von wegen, ja, Himmel und Hölle. Ich sage, was, 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 Himmel und Hölle, ja, und dann sage ich, na, da pass mal auf, okay, wenn ihr meint unbedingt halt in die Hölle oder in den Himmel zu kommen, ja, ist eure Sache, okay, kein Problem. Aber für mich alleine, also für mich selber, eine Seite, ja, gibt's das nicht. Warum, warum, warum sollte man Menschen bestrafen, nachdem, dass sie im Leben schon bestraft wurden? Und wenn sie, indem sie, und Wege heute ja schon bestraft wurden oder nicht bestraft wurden. Jo, Christian, das geht doch jetzt so Hammer in die, in die ganze Glaubenssache rein, ey, jetzt ganz ehrlich, ist mir doch scheißegal, was die Leute sich vorstellen, was nach dem Tod ist. Wenn sie es rausfinden wollen, es gibt einen ganz einfachen Weg, das heute noch rauszufinden. Ja. Wenn sie es unbedingt wissen wollen. Los geht's, Olle. Ja. Reisende soll man nicht aufhalten. Richtig. So einfach ist das. Und bis dahin ist alles nur ein Glaube. Ein Glaube, mehr nicht. Das meine ich ja auch. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Wissen zu tun. Richtig. Weil du kannst weder wissen, was du glaubst, noch kannst du glauben, was du schon weißt. Richtig. Genau. Ja, genau. Ganz genau. Ganz genau. Und da ist nämlich genau der Punkt heute, ja. Und wenn ich mich mit Moslems oder Christen unterhalte, das ist furchtbar. Es ist einfach nur noch furchtbar, weil die, du kannst denen sagen, was du willst, die bleiben auf diesem Trip hängen und fertig. Richtig. Ja. Das ist einfach abnormal. Also wirklich, da fragen sie mich heute, ja, was ist denn das Heidentum und dies und jenes? Ich sage, ja, das ist das und das. Ja, das hat was mit Desinteresse zu tun. Richtig. Für die bist du einfach ein Ungläubiger. Den ist doch scheißegal, was du glaubst. Genau. Den ist nur wichtig, dass du nicht glaubst, was die glauben. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist echt schlimm. Ich weiß, ja. Aber geil, Buddhismus, du bist also Buddhist, oder? Ja, wie gesagt, ich habe mich mit allen Religionen auseinandergesetzt. Und das war die einzige Religion, die mich eben nicht dazu zwingt, irgendwas zu tun. Ja, ja. Die dich abgeholt hat. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich so gut. Das hat halt viel damit zu tun, dass Siddhartha Gautama einfach ein paar richtig krasse Sachen aufgestellt hat. Das ist einmal der diamantene Weg, die vier edlen Wahrheiten und der achtfache Pfad. Und damit muss man sich mal auseinandersetzen. Und dann sieht man, dass einfach sogar Jesus nach dem achtfachen Pfad lebt. Ja, nee, ich finde es, wirklich, Patrick, ich finde es voll cool. Also wirklich, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, aber es hat nichts mit cool zu tun, Alter. Außerdem, wenn, es ist völlig falscher Ort, um dieses Wort anzuwenden. Es ist einfach, es ist einfach ein Glaube, der dich als allererstes mal dazu bringt, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Und nicht damit, dass andere Leute das glauben, was du glaubst. Weil das ist völlig irrelevant für deinen eigenen Glauben, ob irgendjemand das glaubt, was du glaubst. Also nur, weil du jetzt plötzlich sagst, ich werde auch Buddhist, wird mein buddhistischer Glaube weder besser noch schlechter. Hey, 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 Patrick, 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 stopp, stopp, pass auf. Also, sorry, aber das muss ich jetzt mal so sagen, pass auf. Ich finde das tiptop, nenne ich es so, okay. Ich finde das tiptop halt, dass du buddhistisch unterwegs bist, weil ich habe diese Lehren auch gelesen. Um Gottes Willen, ja. Ich habe auch die Bibel gelesen und ein Teil von den Moslems, das hat mir dann gereicht. Also wirklich ganz wenig davor. Und schlussendlich, ich bin ein Heide und fühle mich zu meinen Göttern alles gut. So, der Punkt ist aber, dass ich echt sage, muss halt der Buddhismus zum Beispiel, finde ich, tiptop klasse. Nicht, um zu sagen, von wegen, dass Leute dahin konvertieren sollen, sondern ich finde, dass der Buddhismus eine Lehre ist. Also eine Lehre und nicht leer, sondern eine Lehre. Ja, schon klar. Aber das verstehen viele Menschen falsch. Richtig. Credo schreibt, wo steht denn in der Bibel, dass, wenn du glaubst, es besser für mich ist. Ja, warum müsst ihr dann missionieren? Warum müsst ihr dann überall rumrennen und den Leuten sagen, Jesus ist das Licht, Jesus ist die Wahrheit. Und wenn du nicht bis zum Schluss deines Lebens an Jesus glaubst, dann kommst du für immer, für immer ins ewige Höllenfeuer. Ja, Digga, also das ist ja eigentlich schon eine schwere Bedrohung. Ja, das ist aber das Geile daran halt, ja, von wegen, dass die alle in diesen Glaubensrichtungen halt denken halt, ja, wenn ich das nicht mache, dann komme ich da und da hin. Also, ehrlich. Credo, weißt du, das Christentum ist auch nur ein Glauben. Es ist kein Wissen. Und wenn du wirklich glaubst, dass wenn du nach dem Tod ins Paradies aufsteigst, dann glaub, was du willst, aber verkauf mir dein Glauben nicht als Wissen. Das musst du den Unterschied lernen. Ja, ist richtig, Patrick, ist vollkommen richtig. Ja, wenn ich zum Beispiel von meinen sogenannten Göttern erzähle, ja, dann, ja, gut, die wurden verfilmt, ja. Dann denken die Leute halt, ja, das ist so Marvel Fantasy oder irgend so ein Scheißdreck. Ja, ist nur schade, dass jetzt die Muslime das nicht mehr mitbekommen haben, dass jetzt einfach ein fanatischer Christ kommt, der mir einfach mit meinem ewigen Seelenunheil droht, wenn ich nicht zu Jesus Christus finde. Das ist sowas lächerliches. Ganz ehrlich. Wie frem dich einfach, dass du überhaupt sowas denkst? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Da fällt mir nichts vor ein. Patrick, ey, du, pass auf. Der Punkt ist halt, ja, in dem Sinne sind wir konform halt, ja, definitiv halt mein Brauch oder dein Glauben oder wie auch immer. Das sind wir definitiv konform. Und da ist genau der Knackpunkt, weil schlussendlich... Ja, mir ist schlussendlich relativ egal, was du glaubst. Solange dein Glaube nicht beinhaltet, dass ich weniger wert bin, dann ist es okay. Nee, null, null, gar nicht, überhaupt nicht. Ein Heide ist ein Heide. Und der Heide ist in dem Sinne von wegen... Guck mal, dieser Trottel von Credo, der droht mir mit seinem Glauben, mit der Hölle, wenn ich nicht Jesus annehme. Und jetzt sagt er, ich wäre voller Hass. Naja, das ist aber die... Das ist die typische Vorgehensweise. Entweder glaubst du, was ich sage, oder du bist nicht ganz dicht, oder du bist hasserfüllt, oder sonst irgendwas. Digga, du bist einfach auf den oldest trick in the book reingefallen. Du bist ein Sektenmitglied, Junge. Ja. Ist richtig. Komplett richtig. Und wenn ich dich beleidigt hätte, Credo, dann würde mein Leib ja gesperrt werden. Ich habe dich aber nicht beleidigt. Du hast es nur als Beleidigung aufgefasst. Schau mal, da schreibt Odin. Ja, genau. Odin hat nämlich komplett recht. Es gibt keine Hölle. Das gibt es nicht. Es ist totaler Blödsinn. Das ist nur in dem Sinne von wegen, man geht zum nächsten, nächsten Leben, oder man ist im Valhall. Oder bei dir zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, Patrick, wie funktioniert es bei euch? Ja, bei uns ist das so, wir haben halt das Rad des Samsara und das Ganze wird gehalten von Mara. Und Mara ist sowas wie der Teufel, ja. Und in diesem Rad des Samsara sind wir eben gefangen, unsere Seelen, ja. Und unsere Seelen werden so oft im Rad des Samsara wiedergeboren, bis wir erleuchtet sind und dann ins Nirvana eingehen. Oh, das ist ja eigentlich, ja, das... Aber der, der hier alles erschaffen hat, die Energie, die ist das, der will im Nirvana nur reine Seelen. Ja. Aber du kannst nicht einfach eine Schahara aussprechen, du kannst nicht einfach sagen, ey Jesus, du bist mein Erlöser. Aber das reicht nicht. Nee. Das sind Lippenbekenntnisse und sonst gar nichts. Richtig. Man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen und dann wird man erstmal feststellen, wie wenig man eigentlich im Leben braucht, um zu überleben. Mhm. Ja, richtig. Weil, guck mal, ich kann dir mal kurz die Geschichte von Siddhartha Gautama erzählen. Wie gesagt, der war vor 2500 Jahren, hat der gelebt in Indien und ist demnach unter dem Hinduismus aufgewachsen. Und der Typ war halt ein reicher Prinz, ja. Und der war so unermesslich reich, dem hat es nie an irgendwas gefehlt, ja. Das heißt, der war absolut behütet, glücklich aufgewachsen und irgendwann hat er den Palast mal verlassen. Und da hat er dann praktisch Tod, Elend und Leid kennengelernt. Daraufhin ist er zurück in seinen Palast und dann konnte er sich an nichts mehr erfreuen. Ja, klar, logischerweise. Also hat er dann beschlossen, den Palast zu verlassen und erstmal in Askese zu leben. Und Askese, das ist halt wirklich, du machst nichts außer beten, meditieren, meditieren, beten, meditieren. Also du isst auch so gut wie nichts. Und dann ist er richtig abgemagert und dann hat er die erste Weisheit aufgestellt, nämlich der diamantene Weg. Sich voll zu fressen ist nicht gut, aber nichts zu essen geht eben auch nicht. Man muss die Balance finden. Balance, genau. Den mittleren Weg, die Balance, ja genau. So, und daraufhin ist er dann immer weiter gezogen und immer weiter. Und irgendwann hat er dann einen Bodibaum gefunden, unter den er sich gesetzt hat. Und dann hat er angefangen zu meditieren und das glaube ich für 40 Tage. So, und in den 40 Tagen sagt man, dass er in der Lage war, alle seine vorherigen Leben noch einmal durchzuleben. Ja, ey guck, das klingt wie mein Glaube. Das klingt fast genauso. Genau, und daraufhin hat er dann die Erleuchtung erhalten, hat seine Lehren aufgestellt und dann ist der Mann ganz friedlich von uns gegangen. Ja, und bei mir heißt es in dem Sinne von wegen halt Odin, ja, also der alte Vater oder Bodan, ja, war ein normaler Sterblicher halt, aber der sehr, sehr viel Respekt hatte. Aber damit er im Prinzip sein allwissendes Wissen bekommt, ja, hing er dann an einem Baum, den hat man aufgehängt und in Sperrneigejagt und ihm das Auge genommen. Und dann, dann wurde er in dem Sinne von wegen Allvater und Allvater... Ach, du redest gerade von Odin, der für Weisheit ein Auge geopfert hat. Ja. Ja, das ist auch sehr interessant, ich finde es auch schade, ich finde es auch schade, dass ganz wenige Deutsche... Wenn man das mal über den Germanischen glauben, die Moslem, wie gesagt, die Weltenschlange, der Weltenbaum, das sind alles supergeile... Jigrasil, 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 Jigrasil... Aber ja, das spiegelt es wider, im Prinzip ist es... Baldur, Thor, wie sie alle heißen halt, ne? Ja, genau. Aber es ist toll, dass es eigentlich widerspiegelt... Eigentlich einer meiner Lieblingsgötter gewesen, der Loki, bis sie ihn bei Marvel völlig verarscht haben. Ja, genau. Das ist zum Beispiel auch so, weil normalerweise, also es war wirklich so, dass der Loki ja ein Riese war, oder noch ist. Und der Punkt ist halt, ja, es wird immer in den Dreck hineingezogen, halt, ja. Aber, weißt du, was cool ist, Patrick? Ey, wenn sich die Leute nicht dafür interessieren würden halt, von wegen halt die nordische Götter, dann hätten sie es nicht verfehlen. Naja, ich sag dir mal, für die damalige Zeit war der germanische Glauben einfach sehr praktisch, ja. Man hat den Männern eben erzählt, wenn sie mit ihrer Axt auf der Brust sterben für Germanien, dass sie halt einfach direkt nach Valhall durchgehen und einfach dann mit Odin, ja... Nee, Odin war nicht drinnen, aber ja, du gehst nach Valhall, also das... Genau, und zwar ohne Umschweife. Und das ist ja im Prinzip das Gleiche, wie wenn man einem Dschihadisten sagt, naja, wenn du dich für Allah in die Luft sprengst, dann kommst du direkt ins Parlament. Nee, nee, im Gottes Willen, nein. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Das hat schon Ähnlichkeiten, doch. Ja, okay, aber das ist sehr, sehr hoch gegriffen, Holt. In dem Sinne, neu, neu. Es bedeutet eigentlich nur wirklich tatsächlich, Holt, der auf den Wege Holt, dass du nur, also wenn du stirbst, aber ehrenvoll, ja, ehrenvoll bedeutet, da man nicht in die Luft springen oder irgendeinen Scheißdreck, ja, sondern wirklich aus Ehre. Ja, in dem Sinne von wegen, wenn du deine Familie verteidigst, dein Volk verteidigst, etc., so und so, dann kommst du nach Valhallen. Das ist richtig. Naja, aber wie gesagt, die Griechen haben auch nichts anderes geglaubt, die Spatiaten. Die haben auch geglaubt, dass sie besonders behandelt werden, wenn sie im Krieg für Sparta sterben. Das hat man im Mittelalter halt so eingeführt, damit die Leute überhaupt bereit sind, sich gegenseitig abzuschlachten. Ja, okay, 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 ich sehe das ein, was du da sagst, definitiv kein Problem. Also, ich muss dir ganz ehrlich dazu sagen, in dem Sinne halt, ja, wenn man, also, einen ehrenvollen Tod stirbt, nicht hier mit einer Bombe irgendwo hinrennen oder so und so, ja, sondern wirklich tatsächlich für etwas gekämpft hat, was wirklich Ehre beinhaltet, dann gehst du nach Valhallen. Wenn du aber stirbst auf dem Schlachtfeld oder wie auch immer, halt, ja, dann ist es so, dass du entweder in die nächste Stufe des Lebens gehst oder du gehst nochmal zurück. Das bedeutet halt, ja, wenn du viel, viel Blödsinn gebaut hast, halt, ja, dann musst du leider nochmal zurück und nochmal die Klasse sozusagen oder das Leben nochmal wiederholen. Wenn du aber... Im germanischen Glauben gehst du nach Hellheim. Hellheim, ja. Nach Hellheim. Und da gibt es kein Zurück. Oh, ja, ja, du meinst die, die, okay. Hellheim ist das in dem Sinne von Wegeholz, ja, dass die Leute, die einen Scheiß gebaut haben... Ja, was meinst du denn, wo das Wort Hölle herkommt? Ja, 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 ich weiß nichts. Hellheim. Da gehen, da gehen Menschen hin, da gehen Menschen hin und da wird die Seele einfach nur verbrannt. Fertig. Ende. Schluss. Ja, daraus ist irgendwann der christliche Höllenglaube entstanden. Deswegen heißt es auch im Englischen Hell. Mhm. Von Hellheim. Ja. Ja, ich weiß. Alles gut. Ich weiß. Aber das darf man sich halt nicht so vorstellen. Hä? Pauline, warte mal ganz kurz. Pauline schreibt, etwa 5% aller Menschen in Deutschland sind Muslime. Ich weiß ja nicht, lebst du noch in 2005 oder so, Pauline, kann das sein? Ich würde mir mal die aktuellen Zahlen da raussuchen, Pauline. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Oh, guck, ich lehne Jesus ab. Interessant. Okay. Ich muss mal kurz was gucken, ja. Jo. Okay, also hast du irgendwann dich mit der Asad Truh, warte mal, Moment, Entschuldigung, oder Eda beschäftigt? Alles falsch. Ähm, ja, aber nicht in dem Sinne, wie du das denkst, sollt. Definitiv nicht. Ist interessant, sollt. Um Gottes Willen. Aber merkt ihr was? Komischerweise ein Buddhist und ein Heide, sozusagen, ja, können sich komischerweise gut verstehen. Aber wieso bestehen sich Christen und Moslems nicht? Und das ist eigentlich die Frage. Ja, das ist doch eine ganz einfache Sache. Der Christ sagt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und die Muslime sagen, nö, das ist nur ein Prophet. Genau. Das macht Sinn. Ja, ja, du musst dir mal überlegen, warum es Sunniten und Schiiten gibt. Weil nach dem Tod von Mohammed einfach die eine Gruppe gesagt hat, das ist der Anführer, der künftige. Und die andere Gruppe hat gesagt, nee, nee, das ist der Anführer. Und dann hat sich das einfach geteilt. Aber das ist beim Christentum ja auch so gelaufen. Da gibt es ja auch ewig viele Abspaltungen. Sind es 6,7 Prozent. Ja, aber für 6,7 Prozent Bevölkerung, Pauline, machen die ganz schön viel Stress. Meinst du nicht? Silvester, Domplatte, die Gruppenvergewaltigung, zwei Stück am Tag, Pauline. Zwei Stück am Tag. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Patrick, ja. Nee, machen sie nicht. Nee, machen sie nicht. Wir haben keine Probleme mit der Integration. Absolut gar keine. Ist das richtig so? LL. Warte mal kurz, ich komme da wieder, warte mal. Ey, wenn wir im Jahr über 700 Gruppenvergewaltigungen haben, Pauline, dann ist das im Durchschnitt zwei Stück am Tag, ja. Kannst du wahrscheinlich noch selber ausrechnen, oder? Wir haben Probleme mit der Integration. Ja, woher kommt das denn? Dass man Ghettos schafft, dass es dann eben Bezirke gibt, wo nur Muslime leben, wo teilweise die nicht mal gezwungen sind, die Sprache zu lernen, weil sie einfach unter sich bleiben können. Aber das ist doch nicht unser Problem. Richtig, Patrick. Richtig. 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 Ja. Ja, wie gesagt, der kommt aus dem Shit-Hole an der Spree aus Berlin, da brauchst du gar nichts zu sagen, Alter. Berlin ist verloren. Nö, nee, 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 es kommt schon wieder zurück. Alles gut. Alles gut. Patrick, mach dir keine Sorgen in dem Sinne, weil dir auch alles geil. Ach, nee, 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 Berlin, ey, wie gesagt, Berlin ist es, da leben die Menschen teilweise mit Ratten zusammen. Immer noch. Ja. Doch, Berlin hat eine riesige Rattenplage, das ist wirklich wahr. Ja. Ja. Das bünkt an der ganzen Sache, ja, aber wenn wir jetzt so weiterreden, ja, dann wird uns jeder für Nazi oder wie auch immer halten, weißt, und genau da ist genau der Punkt halt, ja, wo wir dann einfach aufhören müssen, weil es bringt nichts. Den Leuten kannst du sagen, was du willst, ne. Der Punkt ist halt, ich finde es geil, ich finde es wirklich geil halt, ja, hey, Buddhismus fand ich schon immer recht interessant, absolut, definitiv. Ja. Nee, wirklich, also wirklich tatsächlich, weil das sehr, sehr viel Ähnlichkeit hat halt in meinem Brauch, ne, und ich finde es, ich finde es toll und so Moslems und Blödsinn und dro-dor-dor halt, ja, ja, gut und schön, macht's euer Ding und ja, lasst Leute konvertieren, das machen sie ja selbst auf TikTok schon, weißt du schon, Patrick, ja. Das ist ja einfach nur noch krank. Und das Geile ist dabei halt, dass man dann Kinder, also Kinder auf TikTok konvertieren lässt oder irgendwelche sozial Schwachen, weil man denen irgendwelchen Scheiß einredet, unglaublich. Warte mal kurz, Designer und Marken original. Buddhismus ist keine Religion, sondern eine Philosophie. Ja, genau. Es ist zwar nur die, ja, eine der größten Weltreligionen überhaupt und du weißt vom Buddhismus gar nichts. Es gibt nur drei Religionen, ja, genau, und du gehörst wahrscheinlich zu einer von den dreien und behauptest das einfach für dich. Das ist natürlich ein super Standpunkt, von dem man aus diskutieren kann, ne? Die sind so lächerlich, die Leute. Aber wie gesagt, den Buddhismus, den Buddhismus gab es schon weit bevor es überhaupt das Christentum, den Islam und so gab, also was wollt ihr? Richtig. Der Suchende. Du hast eine Anfrage gestellt. Grüß dich. Also, ich sehe da, ihr habt den HDs gebraucht. Was solltet ihr damit preisen? Gar nichts. Doch, vorhin hat jemand behauptet, das wäre nicht so. Kann ich mich jetzt weg machen, bitte? Ne, kann ich nicht. Warum denn nicht? Ich muss das nicht mal begründen, einfach nein. Ich werde es nicht ändern. Bist du Christ? Ich bin Buddhist. Buddhist? Ja. Und ich bin ein Heide. Und was glaubt ihr denn? An die Wiedergeburt. An das Nirvana. Wieviel Geld habt ihr? Bitte, wir haben keine Götter. Was? Ja, wir haben keine Götter. Ah, okay. Habt ihr Bücher oder so? Es gibt nur Schriften. Es gibt nur Schriften. Ey, bist du Moslem? Bist du Moslem? Alhamdulillah. Ja, genau. Das habe ich schon am ersten Satz gehört. Ja. Mein Gott, man erkennt die Leute doch schon. Ja, sofort. Ja, ja. Wie gesagt, es sind eure Schriften. Ich weiß nicht, warum dir das unangenehm ist, dass dieser Hadith hier steht. Was stört dich denn daran? Nein, das stört mich. Ich habe heute Fragen, was dein Problem damit ist. Was mein Problem damit ist, dass heute immer noch Kinder aufgrund dessen verheiratet werden. Wirklich? Ja. Also in welchen Ländern? Selbst hier. in muslimischen Ländern vorwiegen. Also eine Frage, ich kenne den Grundgesetz von den islamischen Kindern hier? Sag mal. Sag mal. Ja, ich möchte mich mal wissen. Warte, ich kenne das nicht, aber ich wollte über das Thema... Ja, ja, mach mal. Mach mal. Ne, ne, ne. Nicht einen auflabern, sondern mach mal. Aber wann darf man eine Frau heiraten? Das weiß ich nicht. Also wenn sie mit neun Jahren ihre Periode hat, kann man drauf, oder was? Wirklich, ganz ehrlich, Doktor? Eine Frage an dich, eine Frage an dich. Ne, 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 pass mal auf, der Suchende, wir haben dir jetzt gerade eine Frage gestellt. Also, wenn du eine neunjährige Tochter hast, dann würdest du die an einen 54-Jährigen geben? Wenn es Muhammad sallallahu alaihi sallam hat... Puh, die Teufel, Alter! Alter, deine eigene Tochter, Alter! Lass mich doch was sagen, bitte. Ekelhaft. Nein, weg, raus! Wieso, hä? Ich meinte, sag nicht schnell. Puh, die Teufel! Christian, warte kurz, das scheint nicht zu heftig. Mein Gott. Also meine Frage an dich war, warum hat Muhammad sallallahu alaihi sallam gewartet? Weil sie sechs Jahre alt war und einfach noch zu schwach war, um überhaupt den Geschlechtsakt mit einem 54-Jährigen zu überleben. Patrick, Patrick, bitte, behalte meine Frage sachlich. Ich habe deine Frage beantwortet. Hast du nicht, hast du nicht tot? Doch, er hat sie gemästet, damit sie dann irgendwann alt genug war und er den Geschlechtsakt vollziehen konnte. Teufel, Alter! Ach, komm! Ne, ey, 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 wirklich, Patrick, hau den raus! Ehrlich! Fuh Teufel, Alter! Na, bis jetzt ist er ja noch höflich. Ich meine, er sollte sich zwar bei www.kein-täter-werden.de melden, aber bis jetzt geht's ja noch. Patrick, 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 bitte bleib sachlich. Erstens. Ich bleib sachlich. Also, nochmal, meine Frage ist jetzt, warum hat er heute drei Jahre? Hab ich dir grad erklärt? Okay, dann weiß ich mir, wo er das sagt. Digga. Hast du einen Beweis darüber, was du da sagst? Wie gesagt, er hat sie als Sechsjährige geheiratet. Es steht im Koran, mein Soll. Nee, pass auf, pass auf, dann gehen wir nach deiner Sache. Wie gesagt, hier steht ja, dass he intercused with me when I was nine years old. Das heißt, dann gehen wir von einer Neunjährigen aus. Das heißt, der Sex mit einer Neunjährigen ist für dich attraktiv, oder? Warum hat der Geier gewartet? Ja, ist mir scheißegal. Also, wieso ist es scheißegal? Ja, weil's mir scheißegal ist, weil er immer noch 54 war und Sex hatte mit einer Neunjährigen, Bruder. Aber sie war ja reif genug, Alter. Mit neun reif genug, Junge. Ey, das ist echt eklig, was du hier abziehst. Eklig? Ja? Ja, sicher. Also, wenn eine Frau reif genug ist, z.B. Es ist ein neunjähriges Kind. Hör auf, Alter, hör auf, das Frau zu nennen. Also, mit welchem Alter hat man verheiratet vor 100 Jahren? Das interessiert nicht vor 100 Jahren, weil wir leben nicht vor 100 Jahren. Hey, hey, hey. Wir leben im Hier und Jetzt. Alter. Sorry, Alter. Ist mir scheißegal. Selbst vor diesen Jahren. Wir leben im Hier und Jetzt. Alter. Und jetzt ist es nun mal so, dass aufgrund dessen, dass der Prophet als bester Mensch überhaupt eben eine 6-Jährige geheiratet hat. Und das ist eben der Punkt, warum es legitimiert ist, dass in verschiedenen muslimischen Ländern arme Kinder an alte Säcke verheiratet werden. Wenn du das geil findest, komisch. Ich find das nicht geil. Also, ich find das einfach normal. Ja, du findest es normal, Alter. Oh Gott. Hey, 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 hey. Patrick, Patrick. Ich raste aus. Ich schwör. Ich raste aus. Nee, Christian, ist doch gut. Ist doch gut, dass meine deutschen Mitbürger, die hier zuhören, einfach sehen, dass dieser Typ die Pädophilie absolut gut heißt. Also, es heißt für dich, ist jemand ein Pädophil, der wartet drei Jahre. Ist jemand ein Pädophil, der wartet drei Jahre? Ja oder nein? Wer mit einer 9-Jährigen schläft, ist ein Pädophiler. Hör zu, hör zu. Ab wann ist man ein Pädophil? Wenn du mit einem Kind schläfst. Okay. Hat ihm dein Kind geschlafen, ja oder nein? Ja, sie war 9. Weiß es mir. Sie war 9. Okay. War sie in diesem Alter 9 noch eine Frau, noch ein Kind oder noch ein ... Ein Kind? Ein Kind. Sie hat noch mit Puppen gespielt. Was ist mir? Ich könnte eine Hadithin sagen, wo sie ... Okay, pass auf. Pass auf. Nee, nee. Pass auf. Hast du was zu schreiben? Hör zusuchen da. Hast du was zu schreiben? Ich ... ich kann ... Sag mal. Okay, dann Sahih Muslim 14, 22. Sahih Muslim Buch 8, Hadith 33, 11. Sahih Al-Bukhari 51, 33. Sahih Al-Bukhari 61, 30. Sahih Muslim 24, 40. Sahih Muslim Buch 31, Hadith 59, 81. Sahih Al-Bukhari 38, 96. Sahih Al-Bukhari 51, 58. Ähm ... Wenn du jemals ... Ibn Satt Ab ... Äh ... Ibn Abbas ... Ibn Abbas ... Ibn Abbas ... Äh ... 323 bis 333. What the fuck? Alter, Suchender, wenn du ein Mol ... Ich kenne mich besser aus mit dem Koran als du. Alter, wenn du ein Mol ... Ein Mol ... Wenn du ein Mol ... Ne ... An meine Türschwelle klopfen würdest. Ein einziges Mol. Christian, warte ... Hör doch jetzt auf zu drohen, Christian. Alter ... Christian ... Trusse ... Trusse ... Trusse ... Hau ab, ey. Christian, bitte stammt euch bitte. Ich bin mit dem Hose nicht mit dir. Hau ab. Bist du ein Christ, Christian? Fick dich, ich bin ein Heide. Ey. Boah, jetzt musst du leider rausgehen, weil Beleidigung ist nicht. Ey. Was macht der? Er ist dein Ernst? So ... Ah, ich kann das verstehen. Ich meine, du verteidigst hier den Sex mit einer Neunjährigen. Das ist natürlich ... doch, das ist schwierig. Hör zu, weißt du, du musst dich ... Ich muss mal in der Frage gehen. Warst du hier noch ein Kind oder warst du ... Ja, ja. Beweis es mir, bitte. Alter, ein Neunjähriger ... Wenn jemand neun Jahre alt ist oder noch ein Kind ... Hör zu. Sind die Kinder heute die gleichen wie vor 1000 Jahren? Ja, ja. Beweis es mir. Ja, beweist du mir das Gegenteil. Also, warte kurz. Beweis du mir das Gegenteil. Ich komm gleich. Warte kurz. Ja, mach. Dass Kinder früher ... früher reif waren, mit neun waren die schon ganze Frauen. Mit allen ... mit allen ... äh ... Geschlechtsmerkmalen. Ganz klar, Leute. In den westlichen, wo die Frauen so viel ... also ... das heißt, in westlichen kamen die Frauen, die Kinder ... ähm ... Jetzt wird wieder mit dem Finger auf jemand anders gezeigt. Bleibt bei Aisha und der sechsjährigen, beziehungsweise neunjährigen, als sie Opfer ... Opfer eines 54-jährigen geworden ist. Welcome to Aisha. Welcome to Aisha. Nein, das war die Tochter von Abu Bakr. Und Abu Bakr hat gesagt, wieso willst du meine Tochter heiraten? Du bist doch sowas wie mein Bruder. Und es war Mohammed einfach scheißegal. Nein, scheiß. Nein, weiß nicht. Der arme Abu Bakr. Der arme Abu Bakr. Der arme Abu Bakr. Der musste seine Tochter hergeben. Schrei bitte nicht. Lass uns bitte sachlich reden und normal ... Das ist sachlich. Bitte. Beruhig dich. Hat Abu Bakr seine sechsjährige Tochter an den Propheten gegeben? Meinst du, der hat das gern gemacht? Denkst du, der hat das aus voller Überzeugung gemacht? Ja. Ja? Ja. Dann war es ein schlechter Vater. Wieso? Ja, weil er seine Tochter dann nicht liebt. Du kennst immer die Weisheit, die Weisheit der Heirat des ... ähm ... durch diesen Heirat. Aisha mit neun war sie eine Gelehrtin. Jaha, genau, Alter. Tja, was? Was ist das nicht? Wirst du hier rumlachen? Ja, das ist ein Witz, was du gerade erzählst. Eine neunjährige. Ich war also nie eine Gelehrtin. Später, aber nicht als neunjährige. Doch, die war ... Nein. 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 Falsch. Beweis das. Beleg das. Zeig mir, dass sie als neunjährige einfach schon eine Prophetin war. Eine Prophetin. Prophetin? Sie war kein Prophet. Eine Gelehrtin, ja, meinetwegen. Ja, eine Gelehrtin. Also sie war schon ... sie war die größte Gelehrtin von allem. Von allem. Jaja. Von allen Menschen. Mehr als jedermann. Ganz klar. Ich kann da nicht zuhören. Ja, Anna, es tut mir furchtbar leid. Aber wir müssen das ja ans Licht holen. Wie gesagt, man versucht jetzt zu diskutieren, dass weil Aische eben irgendwie hochintelligent war vielleicht das, was deshalb ist, rechtfertigt für einen 54-jährigen Sex mit ihr zu haben. Leute, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht so viel kotzen. Jetzt kommt er wieder mit Rebecca. Genau, dann zeig mir mal, wo Rebecca drei Jahre alt war. Beleg das mal so, wie ich hier belegt habe, dass Aischer sechs Jahre alt bei der Heirat war. Und dann haben wir's. Lass uns bitte lieber nicht mit Rebecca. Ja, doch. Doch, warum nicht? Da hat doch hier einer im Chat gerade angefangen. Ein Rabbi hat doch das selber gesagt. Es war drei. Ein Rabbi. Wer hat das gesagt? Ein Rabbi. Ja, das ist mir egal, was ein Rabbi sagt. Ist es deshalb jetzt wahr? Wer ist Rabbi? Rabbi, ja, das sind die Gelehrten der Juden. Was willst du denn? Die Gelehrten? Auf was beziehen sich die Rabbis? Ja, auf die Tora. Perfekt. Und war Rebecca keine Judin? Bitte? War Rebecca keine Judin? Wie keine Jüdin, hä? War sie nicht eine Jude? Eine Judin, ja. Ja, ja. Also, das heißt, er hat die Wachzeit. Das ist er Rabbi, Rabbi. Aber sie war doch nicht drei Jahre alt. Doch, sie war drei Jahre alt. Sie ist von einem Kamel gesprungen. Hör zu. Mit drei? War die noch höher entwickelt als Aische? War die noch höher entwickelt? Lass uns sagen bitte. Ihr labert eine Kacke, Alter. Ohne Spaß. Darf ich was sagen, bitte? Ja, mach doch. Mach doch. Mach doch. Also, Rabbi. Rabbi. Überleg dir, was du sagen willst. Und dann ruhig. Willst du mich überleiden oder wie? Ne, ich mach mich lustig. Machst du dich lustig über deine Gäste? Ja. Wer mich kennt, weiß das auch. Ist mir egal. Was? Ist mir egal. Was du denkst, wie ein Gastgeber sich zu benehmen hat. Du bist auch total unhöflich. Du kommst hier rein und sagst zu mir, ich soll mein Bild ändern. Das geht dich ein Scheißdreck an. Doch, das geht dich an natürlich. Das geht dich gar nichts an. Das ist mein Live, mein Hintergrundbild. Erstens, du kennst nicht mal die Weisheit des Heirats zu Mohammed und Aisha. Und zweitens, du behauptest, dass sie nicht mal ein Kind war. Na, ne neunjährige ist kein Kind, ja. Ne neunjährige ist kein Kind, ist okay. Lass uns das sagen. Warte, wir machen einfach eine Umfrage mit 136 Leuten. Lass uns das sagen. Ich mach eine Schnellumfrage. Ob eine neunjährige ein Kind ist. Wer dafür ist, bitte, wer dagegen ist. Also warte, ich sag's nochmal von Anfang. Der lachende Smiley, wer sagt, dass praktisch eine neunjährige noch ein Kind ist. Und der heulende, wenn man sagt, eine neunjährige ist schon eine erwachsene Frau. Einmal abstimmen, bitte. Na, das sieht nicht gut aus für dich. Boah, drei Leute, die wirklich sagen, eine neunjährige ist schon eine erwachsene Frau. Das ist so erschreckend widerlich. Fünf Leute, was? Ja, ja. Alter. 24 Leute, die abgestimmt haben. Sogar Pauline, da sind wir uns ja mal einer Meinung. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut. Neunjährige. Ich weiß gar nicht. Über was diskutiere ich hier eigentlich mit dem? Die fünf wählen die grünen. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So Leute, während wir jetzt hier warten, kann ich euch ja einmal anheizen. Like mal durch, dass wir die 100.000 noch vollkriegen. Hälte. Hälte. Schlag mal auf, Sahih al-Bukhari. 4,7. Ich hab nichts verstanden. Du bist schon wieder auf Pause. Schreib mal auf Sahih al-Bukhari, 4,7,6 bitte. Moment. Al-Bukhari. Wie war die Nummer? Ich brauch die Nummer. Sahih al-Bukhari, 4,7,6. 4,7,6. 4,7,6. 4,6. Also 4,6. Nochmal. 4,7,6. Also 4,6. 4,7,6. 4,7,6. 4,7,6. Ja. Alles klar. Ich guck an. Schlag vor bitte. Lies laut vor. Für alle hier. Mit einer neuen freundlichen Frau. Ach, der ja. Sorry, wenn die Kinder früher besser waren als die Frauen heutzutage. Sorry, der ja. Das kann man nicht sagen. Es ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass die Kinder von früher nicht die gleichen sind wie die heute, wie die von heute. Das kann man nicht vergleichen. Aisha radiallahu al-assad zwar selber eine Frau. Und eine Gelegenheit sagt selber, sie, äh, Mohammed hat gewartet, damit sie zu einem reiflich und reifliche Frau aufweist. Das heißt, dass sie, mit 9 war nie eine Frau. Das Problem ist, ihr vergleicht die Kinder heutzutage wie die anderen, wie die von tausend Jahren. Das ist so krank von euch. So. Lies mal, lies mal selber vor alles. Lies mal selber vor alles. Saikh al-Bukhari 4,7,6. Hast du gelesen? Ich hab ihn mitgebracht. Also, wo ist das? Lies bitte laut vor. Lies du vor? Ist ja dein Vers. Lies vor. Lies vor. Nee, lies vor, komm. Lies vor. Du wolltest das. Ja, du kannst es doch jetzt bei mir hier lesen. Moment. Ich mach sie das. Kannst du komplett lesen jetzt? Also, the wife of the prophet I had seen my parents following Islam since I attained the age of property. Das heißt, ich hab so die Seite. Ich hab gesehen, dass meine Eltern folgenden Islams seit ich die Pubertät erreicht hatte. Das heißt, was jetzt? Sie war eine Frau. Ja, das heißt, sie hat gesehen, dass ihre Eltern dem Islam gefolgt sind, seitdem sie selbst in der Pubertät war und weiter. Seitdem was? Age of property oder nicht? Seins I. Hallo, I. Was heißt, was heißt I? Kannst du Englisch? Seins I attained the age of property. Seins I. Ja, seitdem ich ... Seitdem ich das Alter der Pubertät erreichte. Ja. Und was sagt das jetzt aus? Das sagt doch jetzt nur aus, dass die Eltern von Ayshe erst zum Islam gefolgt sind, als sie in der Pubertät waren. Mehr sagt das doch gar nicht aus. Was? Ja, übersetzt es doch. Also, ich habe ein Hadith gebraucht, wo es sagt, dass Ayshe einen Pubertät erreicht hatte. Und das heißt, wenn jemand einen Pubertät erreicht hat, ist sie genug ... Ja, aber da steht doch gar nichts vom Geschlechtsverkehr. Lies mal weiter. Lies mal weiter. Da steht doch nichts vom Geschlechtsverkehr. Was? Was steht denn da vom Geschlechtsverkehr? Nein, ich lese es schon nicht. Aber ich habe heute gewusst, dass sie nicht noch ein Kind war. Ja, sie war noch ein Kind. Komm, lass mal weiterlesen bitte am besten. Ja, dann lese weiter. Lässt du was? Weil ich kann die Englisch-Englisch-Läschen. Ja, ich kann es auch selber. Mach das. Du wolltest das. Nein? Ich hätte eine Frage ... Ich hätte eine Frage ... Ich hätte eine Frage ... Dr. Suchender, eine Frage an dich. Und zwar, das heißt also, für mich zum Verständnis, wenn ein Mädchen die Regelglutung bekommen hat, also menstruiert, ist sie eine Frau. Ist das richtig? Ist das so dargestellt? Nicht nur das ist es wichtig. Auch, dass sie reiflich und physisch zu einer Frau gewachsen ist. Ähm, nochmal. Also pass auf, dir ist schon bekannt, dass gerade kleine Kinder durch ihre Eltern lernen und auch von Kleinen auf indoktriniert werden können und dorthin getrimmt werden können. Der zweite Punkt ist, Pubertherapie Cox, sagt dir das was? Das heißt, das ist eine Krankheit, die bedeutet, dass auch Kleinstkinder frühzeitig eine Menstruation erleiden können. Das heißt, jetzt stell dir vor, eine Fünfjährige bekommt schon eine Menstruation aufgrund einer krankhaften Erscheinung. Unmöglich. Unmöglich. Nein, ist nicht unmöglich, diese Krankheit ist bekannt. Unmöglich. Unmöglich. Sie kann ja eine Fünfjährige... Es ist ein... Es gibt... Es ist ein Defekt, hat sie doch gerade erklärt. Und dieses... Die gibt es. So. Und es gibt Kinder, die gehen schon sehr früh rein in die Menstruation. Aus welchen Ländern? Das hat mit Ländern nichts zu tun, das ist überall auf der Welt. Das ist überall auf der Welt. Weil in den westlichen Ländern kommen die Frauen früher in die Pubertät und in die... und wachsen früher zu einer Frau. So. Was? Was weißt du denn überhaupt darüber, wie es ist, zu einer Frau heranzuwachsen? Was weißt du denn als Mann darüber überhaupt? Ich würde mir nicht mal das Recht rausnehmen, zu sagen, wann eine Frau eine Frau ist. Das entscheidet die Frau vielleicht noch selbst. Google mal bitte. Ja, ich schon, aber schon. Ja, aber das ist halt eure vorsinnflutliche Religion, die den Frauen nicht mal zugesteht, selbst zu sagen, ab wann sie dazu bereit sind. Nee, das sagt, gebt ihr vor. Sobald sie bluten, kann man drauf. Falsch. Guck mal! Ja, wie kommt's? Ja? Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Erstens, die Ehe bei einer Frau ist keine Zwang. Ist keine Zwang. Wenn einer, Mohammed sagt selber, wenn eine Frau, dass es gesungen ist, zu heiraten mit einem Mann, wo sie nicht möchte, dann ist die Ehe ungültig. Mhm, 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 mhm. Guck mal, Videos, die ich dir jetzt schicken könnte. Ja? Ich hab keine Videos schauen. Entschuldigung von, nein, ich sag dir das nur, von erzwungenen Ehen. Nämlich, wo das Mädel nicht unterschreiben will, aber die Eltern das Kind schlagen, bis es unterschreiben. Was zeigt der Islam dazu? Du, ich frag... Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Es ist passiert, es passiert jedes Mal auf dieser Welt. Warte kurz. Hat der Prophet nicht sogar Eiche selbst geschlagen? Beweis es mir, bitte. Müsste ich jetzt den Hadith wieder raussuchen, aber das ist das Problem bei euch. Ihr wollt alles bewiesen haben. Beweis du mir jetzt mal bitte, dass Rebecca 3 war. Bring mal den Beweis jetzt. Kann ja nicht sein. Immer man sagt was und jedes Mal muss man dann selber da die Bücher durchlesen, weil die ihre eigene Religion nicht kennen. Nein, nein, Patrick, Patrick, du hast gesagt, Mohammed hat Eiche geschlagen, bitte beweis es mir. Bitte, zeig mir ein Hadith, wo es steht, dass Mohammed seine eigene Frau geschlagen hat. Bitte, zeig es mir. Ich suche es raus. Dann suche es, dann suche es raus. Oh mein Gott, ja. Hey. 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 Henry. So, hier ist dann auch direkt die Ausrede, die ich dir direkt mitgeliefert habe, weil, wie gesagt, das ist dann ein Übersetzungsfehler, dann wird nämlich aus to push drücken und dann hat er ihr nur auf die Brust gedrückt, aber es hat ihr ja trotzdem Schmerzen verursacht, aber der Originaltext ist halt einfach, dass er schlug mich auf die Brust, bitte? Ist das ein Hadith? Ja, ich habe jetzt den Hadith nicht gefunden, weil ich mir nicht drei Millionen Hadithe merken kann. Warte kurz, warte kurz. Ich suche weiter, ich suche weiter, warte, ich suche weiter. Dann suche weiter, bitte. Ich glaube nicht an anderen Webseiten, bitte. Hä? Höffentlich sind wir, Mann. So, da sind wir wieder. Es ist Sahih, Muslim, Buch 4, Hadith 21, 27. Er, Mohammed, schlug mich, Aisha, schlug mich auf den Rücken, was mir Schmerzen bereitete und sagte, glaubst du, dass Allah und seine Apostel dich ungerecht behandeln würden? Was willst du noch? Sahih, Muslim, Buch 4, Hadith 21, 27. Hadith 21, 27. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, 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 ich bin Dein Buch. Ja komisch, ich finde das ohne Probleme, ich finde das ohne Probleme, gar kein Thema. Der Hadith ist nicht mal vollständig und erstens der Hadith, ist er halt so authentisch gebraucht? Ja natürlich, der ist Sahih. Was heißt denn Sahih? Was heißt denn Sahih? Sag mir, nein, 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 du fliegst jetzt gleich raus, wenn du weiter so machst. Ich hab, ey, ganz ehrlich, ich hab die Schnauze voll von dir. Ich bring dir einen Beweis nach dem anderen und dann fragst du mich ernsthaft, ob Sahih, ob das authentisch ist. Ich hab dich weiterholt, ich hab mich ausgedrückt, warte kurz, ich hab mich ausgedrückt, sorry. Der Hadith ist ja, der Hadith ist ja, der Sahih, der Sahih, der Sahih, der Sahih, der Sahih, Leugnet eure eigenen Schriften, es ist lächerlich. Habe ich was geleugnet? Ich hab hier nichts geleugnet. Also hat er sie geschlagen. Wo steht das? Welchen Hadith? In dem Hadith. Buch 4, Hadith 27. 21, 27, ja, 2127. Ich find den Hadith aber nicht. Ja, dann bist du nicht in der Lage zu googeln, ich hab das einmal eingegeben, hab's direkt gefunden, direkt. Hast du aus zunah.com oder so? Bitte? Hast du aus zunah.com oder? Nee, von Koran. Weil ich finde es nicht. Weil ich finde es nicht. Von Hadith Collection, von Koran Ex, von dies, von das, es gibt x Seiten davon. Du doch nicht so. Du doch nicht so. Jetzt Einlauf blöd machen, ja, kennen wir. Hab ich noch nie gehört, gibt's gar nicht. Ich hab das nicht gehört, ja, stimmt auch. Was? Ich hab das nicht gehört. Ja, da weiß man, da, da, da sieht man mal, woran du glaubst. An Sachen, die du gar nicht weißt. Du glaubst an Sachen, die du nicht weißt. Was soll ich sagen? Es gibt ein Hadith, als sie, Mohammed hat nie jemand, je eine Hand gegen eine Frau, eine Sklaven oder sonstiges, aufgehoben. Ja, jetzt kommt der mit einem anderen Hadith. Es bleibt bei, es bleibt bei Sahih Muslim Hadith 2127. Bleib dabei. Hä? Hä? Diesen Hadith ist gar nicht weilig. Was? Weil diesen Hadith... Gut, damit bist du offiziell aus dem Islam ausgeschieden, weil du die Schriften leugnest. Warum? Warum? Ja, weil du die Schriften leugnest. Ich leugne nicht, ich leugne nicht, weil ich bin ein Hadith da nicht. Achso, und wenn du den nicht findest, gibt's den auch nicht. Ja, weil ich finde, ich finde, ja. Alles klar, mach's gut suchen da. Viel Spaß auf der Suche. War ein nettes Gespräch, eigentlich nicht, aber gucken wir mal, was der Nächste kann. Grüß dich. Grüß dich. Wie geht's? Es geht. Ja, wieso regst du dich auf? Wieso regst du dich auf? Man kann doch mit Respekt... Nein, da ist kein Respekt, das sind Lügner. Und für Lügner gibt's keinen Respekt. Guck mal, aber das hat doch nichts mit Lügen zu tun. Natürlich hat das was mit Lügen zu tun. Glaub mir, das hat nichts mit Lügen zu tun. Glaub mir, das hat nichts mit Lügen zu tun. Was heißt Patet erreichen? Warte, warte, ganz kurz. Jetzt ist das gleiche Gespräch wieder. Nein, sobald sie bluten, kann man sie nicht besteigen, Abu. Wann ist eine Frau Geschlecht? Das wird sie wohl dir selbst sagen, wann sie bereit ist dazu. Nicht irgendwas. 21, 27 hast du gesagt, ne? Ey, ich hab gesagt, das muss eine Frau für sich selbst entscheiden. Ja, und hast du den Hadith nicht, wo die selber sagt? Wo die was selber sagt? Dass sie das wollte? Ja. Als Neunjährige? Ja. Sie wollte das. Okay, jetzt gehen wir mal... Sag mir den Hadith, komm, sag mir den Hadith, ich such den raus. Wo sie sagt, jawohl, als neunjähriges Kind hat sie richtig Spaß dran, mit einem 54-Jährigen das Bett zu teilen. Guck mal, wir reden mit Fakten. 140 Jahren oder 200 Jahre. Ab wann haben die Deutschen hier geheiratet? Deine Oma... Es interessiert mich nicht. Nein, warum? Weil wir tun es heute nicht mehr. Weil wir verstanden haben, dass das falsch ist. Tja, hat deine Oma und die Omas Oma... Ja, das war falsch. Und was ist daran falsch? Wir haben was daraus gelernt. Deswegen lassen wir die Kinder heute selbst entscheiden, wann sie bereit sind, mit irgendjemandem Sex zu haben. Und wenn sich darüber jemand hinweg setzt und er dann zur Pädophilie greift, dann wird er für Normalfall ins Gefängnis gesteckt. Leider, muss ich ehrlich zugeben, sind mir die ganzen Sachen zu... Also wird zu lasch bestraft, finde ich. Da lässt sich auf jeden Fall darüber diskutieren, was Deutschland angeht. Aber was man bei diesen ganzen Vergewaltigern noch wenigstens dazu sagen muss, ist, die heiraten die Kinder nicht vorher noch. Ganz kurz. Ja, hoffentlich hast du das jetzt verstanden. Warum? Sie wurde Sex versprochen und hat drei Jahre gewartet. Kannst du mir das sagen? Warum? Ja, weil sie sonst gestorben wäre. Du kannst nicht mit einer sechsjährigen Sex haben. Ekelhaft! Hörst du dich eigentlich? Du hast gesagt, was ist daran falsch? Ich könnte kotzen! Kotzen könnte ich! Kotzen! Im Stahl! Merkst du es eigentlich noch? Zu sagen noch, was ist daran falsch? Ich kotze! Ehrlich! Ekelhaft! Hallo! Die hören dich nicht! Die hören dich nicht! Ist okay! Ist okay! Ja, der eine hört uns nicht! Der eine hört uns nicht! Der andere findet die Hadise nicht! Es ist echt... Es ist ernüchternd heute! Ernüchternd heute! Ekelhaft! Ekelhaft! Ich musste dich jetzt einmal stummen, weil du doppelst dich. Ich weiß nicht warum Patriot. Nee, Abu Sokol, ich geb dir hier keine Plattform, um weiterhin ... Ey, Patriot, das geht so nicht. Nee, ich nehm dich auch nicht mehr hoch. Du versuchst mir hier einzureden, dass sobald eine Frau geschlechtsreif ist, dass man sie dann auch pflücken darf. Und dann sagt er, was ist daran falsch? Daran sagt er noch, was ist daran falsch? Ich könnte ihm strahlkotzen. Ja, das ist jetzt der dritte oder vierte gewesen, ne, Patriot? Ja, ekelhaft. Ich bin zwar mit dem Auto unterwegs, aber ich bin geplatzt im Auto, wo der gesagt hat, was ist daran falsch? Alter! Was ist daran falsch? Alles! Einfach alles! Einfach alles! Haben die einen Pürierstab im Kopf oder was? Haben die den auf volle Leistung gestellt und nicht mehr aufgehört? Ja, genau, Alex, wenn ein Kind noch nicht weit genug aus ... ja, erwachsen ist, herangewachsen ist und man dann mit dem Kind Geschlechtsverkehr hat, dann kann man das Kind töten dabei, ja! Alter, über was für Themen man sich hier unterhalten muss, ehrlich! Hier geht's um Kinder! Ohne Spaß! Weißt du, warum die so sauer auf dich sind, Patrick? Weißt du, warum die so sauer auf dich sind? Ja, weil ich recht hab! Ja, weil ich recht hab! Recht hab! Ja, pass auf! Weil, du weißt doch, was ein Spiegel ist! Spiegel heißt Psyche! So, und du hältst dir einen eigenen Spiegel vor! Ja? Ja? Ja! Eine kranke Psyche hältst du ihnen vor! Und deswegen sind sie so wütend! Weiter ist das nicht! Das sind doch ihre eigenen Scheißschriften! In ihren eigenen Büchern steht das! Nee! Der Suchende, du brauchst auch keine Anfrage mehr zu stellen! Geh in ein islamisches Land, heirate da eine neunjährige! Oder bitte besser gesagt, tu's nicht! Aber ich kann's ja eh nicht davon abhalten, weil dein Buch erlaubt es ja! Und dann mach es! Mach es! Wie du willst, Junge! Aber komm nicht mehr in meinen Chat! Geh bitte einfach raus! Und damit hat sich der Fall! Ehrlich! Und ich sag's jetzt auch noch mal ins Live! Ein Unrecht legitimiert nicht das andere! Nur weil mein Nachbar seine Frau schlägt oder vergewaltigt, legitimiert mich das noch lange nicht, das auch mit meiner zu tun! Und das macht's auch nicht besser! Und hört auf, da immer mit dem Finger auf andere zu zeigen! Der Patrick, der nimmt sich die anderen genauso vor! Das ist genauso zu verurteilen! Ja, drum geht's! Aber guck mal, der Unterschied ist, dieser Abu Sokol, der sagt jetzt einfach, Dein Opa war selbst ein Pädophil! Pädophilär in dem Sinne, dann hätte ich wenigstens noch ein bisschen was zur Integration heute beigetragen! Ähm, wie gesagt, ähm, ich hab ja gar nicht persönlich deinen Opa angegriffen, sondern nur den Propheten, der eine 6-jährige weggeballert hat! Junge Leute, was ist los mit euch? Ja, und dann beleidigen! Das hatten wir jetzt auch schon öfter, ja! Pubertät, Teil der Entwicklung, kein Abschluss! J.K. Dankeschön für diesen geistreichen Beitrag! Das ist nämlich die Wahrheit! Weil nur, weil man anfängt mit der Pubertät, ist die Pubertät ja nicht abgeschlossen! Hm? Und erst ab dem Abschluss der Pubertät, ne? Könnte man ja, äh, darüber reden, aber dann wär's ja immer noch moralisch vorzuwerfen! Gerade wenn's dann, äh, der Altersunterschied so hoch ist! Ich mein, vorhin hat ja auch einer uns hier vorgeworfen, ja, wenn eine 14-Jährige hier mit, äh, hier Sex hat, ist das doch in Ordnung! Ja, aber der, mit dem sie Sex hat, der ist vielleicht auch 14 oder 15! Und sobald er älter als 18 ist, hat der Junge ein Problem! Oder seh ich das falsch, Patriot? Wenn das, wenn das meine, wenn das meine Tochter wär, dann hättet der dann kein Problem mehr! Mehr sag ich dazu nicht! Ne, aber, äh, jetzt, das lassen wir mal außen vor! Das lassen wir mal außen vor! Aber jetzt einfach, wenn man sagt, ähm, ich doppel mich, das ist zum Kotzen, Patriot! Was habt ihr alle nur für ne Technik, Alter, das ist doch nicht normal! Ich sitz im Auto, weißt du, Entschuldigung! Du hast noch Glück mit dieser Beleidigung, ja, als ob ich hier noch keine Morddrohungen gekriegt hätte! Wie oft schon? Grad gestern! Dass man sich überhaupt unterhalten muss, dass man sich darüber, dass das überhaupt ein Diskussionspunkt ist! Das ist ja schon das, was mein Blut zum Kochen bringt, ganz ehrlich! Ja, aber das Witzige ist, wenn man dann anfängt, über den, äh, über die Pädophilie im Vatikan zu reden, da pflichten die dir alle bei! Natürlich, die Kinderficker, alles klar! Aber wenn's dann um die eigene Scheiße geht, ja, da wird abgestritten, dann wird erst gesagt, nein, die war gar nicht so alt! Dann holt man den Hadith raus und zeigt es ihnen einfach, dass sie wirklich so alt war! Und dann, ah ja, das war ja schon eine Erwachsenenfrau! Ja, Leute, wen wollt ihr denn verarschen? Sag mal ehrlich! Sag mal ehrlich! Mhm! 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 Ja, Deutscher, das ist ja das Problem. Der Islam kann sich ja gar nicht reformieren, weil das das Gesetz Gottes ist. Ja, ich hole Leute hoch, aber nur, wenn es dann auch Sinn macht. Ja, wenn ich dann jetzt wieder einen habe, der alles abstreitet und wieder einen, der sagt, dass eine neunjährige eine Frau ist, dann, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Jetzt? Jetzt hört man dich perfekt. Dem lief das irgendwie nicht. Also grundsätzlich, Leute, man muss sich das bildlich bitte mal vorhalten. Ja, eine neunjährige als Frau zu bezeichnen. Das ist absurd. Warum bezeichnet man, selbst wenn ich jetzt mit 15 schwanger werde und ich möchte ein Kind bekommen oder werde ein Kind bekommen, das bezeichnet man ja nicht umsonst als Risikoschwangerschaft. Und nie Mutter. Genau, richtig. Und ich finde es absurd. Ich meine, schaut euch doch mal alle, wenn ihr jetzt selber Kinder habt oder hattet, schaut euch das mal bitte an mit neun. Wie waren sie die? Heutzutage sind die wesentlich reifer als damals. Damals haben diese Kinder nur das aufgesagt, was die Eltern ihnen von klein auf eingetrichtert haben. Und das ist das, was wir hier auch an Erwachsenen sehen. Die werden mit diesem Glauben indoktriniert und die wachsen dann auf. Ergo sagt ein neunjähriges Kind, ja, mein Prophet, ja, mein hast nicht gesehen, weil sie es so gelernt hat. Kinder bekommen das einindoktriniert. Wenn ich denen als Christ die ganze Zeit sage, du musst fromm sein, du bist das, du bist das, dann wird dieses Kind exakt so werden. Das ist sektenartig, ja. Und jede absolut überindoktrinierten Eltern, die würden bei einer Sekte ihrem Sektenguru auch ihrem Kind oder ihr Kind anbieten. Ja. Weil das ist ja was Heiliges, was Gutes. So, aber never ever hat ein sechsjähriges oder neunjähriges Kind selber von sich behauptet, ich bin eine Gelehrte, ich bin klug, ich möchte Sex mit einem 54-jährigen Mann. Never. Das ist auch so nicht passiert. Ganz klar nicht. So, grüße euch. Grüß dich. Ich hoffe, das Rauschen im Hintergrund bei mir ist akzeptabel. Es geht, ja. Okay. Und zwar, ich hatte tatsächlich heute das Thema mit meiner Frau, meine Frau ist zufällig Ärztin. Und deswegen, ich kann jetzt an meine, an die letzte Sprecherin, ja, jetzt nochmal das auch mehr oder weniger bestätigen. Ein Kind, ein junges Kind, egal ob männlich oder weiblich, spielt keine Rolle, ist in einem Alter von neun Jahren, nicht mal auch von 15 Jahren, körperlich überhaupt noch nicht dazu entwickelt, Kinder zu gebären. Das wächst noch, das ist in der Entwicklung, das bereitet sich gerade erst darauf vor, in ein paar Jahren ein Kind zu empfangen. Das bedeutet, die meisten Frauen sind tatsächlich endgültig gebärfähig mit minimalstem Risiko zwischen 18 und 26. Das variiert im Schnitt bei 20 bis 22, jetzt mal, um das mal einzugranzen. So, das hatte ich heute mit meiner Frau. Die ist Ärztin. Ja, sie hat das gelernt. Das ist zufällig auch ihr Gebiet. Und wenn ich dann, ich habe sehr großen Respekt vor dem muslimischen Glauben, ich habe da sehr großen Respekt davor, aber ich kann natürlich auch an der einen Seite sagen, dass ich mit sehr, sehr vielen Dingen natürlich dort auch nicht konform gehe. Und dieses Extreme, ich muss mal unabhängig vom moralischen Aspekt, der ja natürlich, okay, das ist natürlich immer eine Ansichtssache, ja, was ist jetzt richtig und falsch, das ist eine Sache der Meinung, ja. Ja, aber mit Kindern überhaupt etwas zu tun, in dieser Art ist schwerst schädlich für das Kind, kann auch eine, hat ein hohes Risiko von einer Behinderten, einer Totgeburt und massives Risiko für das Leib und Leben des Kindes. Und es ist ja ein Kind, das ein Kind gebären soll. Das ist ja Widerspruch in sich. Also so viel mal von meiner Seite dazu. Also das ist überhaupt noch nicht körperlich dazu ausgereift und kann schwerwiegende medizinische Folgen haben. Auch für das Gebärdekind, also für beide. Ja, das neunjährige Kind wird 20 Jahre später 29 sein und denkst du, dass diese 29-Jährige diese Entscheidung gutheißen würde, die sie als Neunjährige aufindoktriniert bekommen hat? Ja, wahrscheinlich schon, wenn es jemand ihr entsprechend erzählt hat. Ich würde gerne darauf eingehen, wenn es möglich ist. Erstens, ich finde bei diesem Thema ist es halt immer so, dass ein wissenschaftlicher Aspekt also weggelassen wird. Erstens und zweitens, es ist halt so, dass man eine Stelle, also zum Beispiel diesen Hadith hier nimmt, zeigt, aber auch nur an den glaubt. Ich meine, wenn man etwas aus einer Welle entnimmt, dann sollte man entweder die gesamte Information nehmen oder es komplett lassen. Nur einen Teil von einer Information zu nehmen könnte zu Missverständnissen führen. Ich möchte das kurz erklären. Vorhin hat jemand abgestritten, dass Eiche sechs Jahre alt bei der Hochzeit war und neun bei dem Geschlechtsakt. Also habe ich den Hadith rausgesucht, indem ich ihm das belegt habe. Und das sagt dieser Hadith aus. Dazu muss ich weder das vorher noch nachher lesen. Es ging nur darum. Nein, nein, es geht nicht um vorher und nachher. Es geht darum, wenn zum Beispiel dieser Junge sagt, es gibt viele Muslime, die glauben nicht, dass sie sechs Jahre alt war. Erstens, sie war sechs Jahre alt. Das ist aber Sahin, ne? Ja, genau. Genau, sie war ja auch sechs Jahre alt. Aber ich kann dir erklären, warum sie es überhaupt nicht so ansehen. Weil wenn wir die anderen Hadithe von Eiche anschauen, merkt man direkt, dass sie reiflich, also was Reife angeht, die Reife einer 40-jährigen Frau hatte. Und wenn das muss man mal lesen, lass mich kurz bitte einmal kurz outen. Sie hat noch mit Puppen gespielt, Bro. Mit Puppen, ich kenne noch heutzutage noch 16-Jährige, 18-Jährige Frauen, die mit Puppen spielen. Das ist kein Witz, das ist kein Witz, das ist kein Witz, das ist kein Witz. Also solche Frauen haben den Knack weg. Aber jetzt lass mich auf das gesamte Thema eingehen. Der versucht, Pädophilie... Wir müssen uns die ganze Zeit unterbrechen, Leute. Wir müssen uns die ganze Zeit unterbrechen, dann kommt nichts weiter. Das hat auch mit dir schon wieder gar keinen Wert, weil du versuchst, Alter, irgendwie recht zu fertigen, dass ein 54-Jähriger mit einer 9-Jährigen schläft. Wie willst du das rechtfertigen? Das geht überhaupt nicht. Genau, das geht nicht heute. Patrick, ich bin voll bei dir. Warte mal bitte ganz kurz, Alter. Patrick, ich bin absolut bei dir. Aber wenn du einen Dialog führen möchtest, wenn du eine Diskussion führen möchtest, dann musst du beide Seiten anhören. Ja, aber ich hab das heute doch schon zum fünften... Ey, Kollege, ich hör mir das jetzt zum fünften Mal an. Beräug dich mal, beräug dich mal. Verstehst du das? Ich mach das jetzt schon seit Stunden und jedes Mal kommt wieder einer rein und will mir erzählen, eine 9-Jährige ist eine aufgewachsene Frau. Und irgendwann platzt mir der Kopf. Guck mal, das meine ich ja eigentlich nicht. Es gibt Menschen, die haben eine andere Meinung. Das ist bei allem so. Egal, ob es um Politik oder sonst was geht. Wir reden aber nicht über Meinungen. Doch, genau darüber... Nein, nein, nein. Wenn man sagt, dass eine 9-Jährige eine erwachsene Frau ist, dann ist das keine Meinung. Dann ist man ein pädophiler Penner. Das mag ja sein. Aber es gibt Menschen, die vertreten dort eine andere Ansicht. Und wenn du einen Dialog führen möchtest, indem du Menschen dazu aufklärst, weißt du, warum das mit der veganen... Wie heißt sie nochmal? Exzentrische militante Veganerin. Was glaubst du, warum die alle hassen? Weil sie genauso rumschreit wie du. Ja, und es ist mir doch scheißegal, Dominik. Alter, bist du jetzt hier, Alter? Aber du möchtest doch Menschen erreichen. Nee, Digga, weißt du was? Du sagst mir auch nicht, wie ich zu diskutieren hab. Aber du möchtest doch Menschen erreichen, oder nicht? Nicht mehr. Ich erreiche die richtigen Menschen. Die richtigen Menschen, die sitzen im Chat und hören zu, wie hier ein Moslem nach dem anderen reinkommt und rechtfertigt, dass eine 9-Jährige eine erwachsene Frau ist. Aber wenn du auf der richtige Seite stehst und wenn du doch recht hast... Hört ihr mal selber zu. Wie kannst du das überhaupt verteidigen, Junge? Darum geht es mir nicht darum, dass man einen Dialog führt. Und wenn du diese Menschen erreichen möchtest, die noch nicht auf deiner Seite stehen, dann musst du einen Dialog führen. Er wird niemals auf meiner Seite stehen. Er wird es nicht, weil er niemals irgendwie dem Islam abschwören wird. Er wird für immer dieser Ideologie hinterherrennen. Und deswegen bin ich der Feind für ihn. Ich bin ein ungläubiger Götzenanbeter. Aber ich denke, von den 135 Zuschauern, da gibt es bestimmt paar neutrale Menschen und neutrale Menschen kannst du von einer Seite überzeugen. Ja, aber dich kann ich doch nicht mal davon überzeugen, dass ein 9-Jährige keine Frau ist. Aber falls es hier gerade neutrale Menschen gibt, die werden sehen, dass ich die ganze Zeit unterbrochen werde, wobei ich eigentlich etwas sagen will, was du bis jetzt nicht gehört hast. Aber jetzt muss ich ja nicht einmal das so klar machen. Ja, dann red doch jetzt. Patrick meint Schlusswort. Nimm deine Pillen, Alter. Ah, jetzt kommen wir auf die Tour. Nimm du deine Pillen, Junge. Bitte, Patrick, beruhig dich mal. Erstens, ich wollte ja auf den wissenschaftlichen Aspekt eingehen und da kannst du selber eine deutsche Studie lesen, die zeigt, dass das Blutungsart ist, wann man halt hegel ist, Kinder zu holen und so weiter vor 160 Jahren anders war. Vor 160 Jahren. Da gab es Worte, das hast du nicht gehört. Demokratia, aber nimm du das mal bitte. Ich will das gar nicht hören. Ich will das überhaupt nicht hören, wie du hier irgendwie versuchst, den Sex zwischen Erwachsenen und Kindern gut zu reden. Geh doch zu den Grünen. Ich heiße ja auch nicht den Sex zwischen Erwachsenen und Kindern gut. Tust du wohl. Aber ich sag ja gerade was Neues und du rastest dennoch aus. Ja, weil du versuchst, die Pädophilie recht zu fertigen. Du merkst das nicht mal. Ganz gut, Salahudin. Aber das war grundsätzlich damals mit Wissenschaft, das ist ja wohl ein Scherz. Und dann der zweite Punkt auch Koran und Wissenschaft. Was für damals für Wissenschaft? Ich sagte eine Studie von 160 Jahren. Nein, es ist keine Studie. Die zeigt, dass die Medikation der Frau damals vor 160 Jahren mit 17 begann. Mit 17. Heute ist sie mit 13 oder 12. Achso, aber Aisha hatte sie schon mit 19? Das zeigt, warte kurz, das zeigt die Schwankungen. Das zeigt, dass es in der Zeit, also schon in diesen 160 Jahren, ich meine von 17 auf 13. Die Frauen kriegen auch heute nicht alle zur gleichen Zeit die Periode. Ist dir das eigentlich bewusst? Ist dir das eigentlich bewusst? Selbst heute kriegen nicht alle Frauen zur gleichen Zeit die Periode. Ja, aber ich habe gerade von einer Statistik gesprochen. In Deutschland vor 160 Jahren warst du mit 17 Jahren, hast du die Blutungen. Und heute ist es mit 13 Jahren. Das bedeutet, dass es sogar bis zur Zeitspanne von 1400 Jahren viele Schwankungen geben kann. Und erst recht, wenn er aus den islamischen Quellen kam, dass sie ihre Minderstattung mit 9 hatte. Entweder nicht schon die gesamte Information, oder musst du akzeptieren, dass sie vollste, dass sie alt genug war. Mach das, Junge. Entweder musst du es akzeptieren, dass sie alt genug war. Wie man Rechtfertigungen dafür sucht. Es ist so abstoßend. Ganz ehrlich. Ehrlich. Aber warte, ich suche gerade keine Rechtfertigung dafür. Ich sage nur, dass deine Information, die du geholt hast, falsch ist. Die Tatsache nur, dass sie 9 Jahre alt war, so wie eine 9-Jährige von heute, ist falsch. Sie war nicht die Einzige, die mit 9 Jahren geheiratet hat. Das war das normale Heiratsalter. Der Römer, damals zu jeder Zeit. Das war ganz normal. Warum? Weil die Menschen damals bei 9 Jahren Und das ist, Moment, Moment. Und das ist falsch. Einfach eine andere körperliche Beschaffung hatten. Siehst du das Ganze als falsch an? Nein, sie hatten eine andere körperliche Beschaffung. Siehst du das Ganze als falsch an, Junge? Siehst du das als falsch an? Was falsch? Was da gemacht wurde von den Römern, von was weiß ich? Siehst du das als falsch an, dass man da Kinder geheiratet hat? Siehst du das als falsch an? Wenn du heute, warte heute, wenn du heute... Digga, nee, das war's, nee, das war's. Sorry, du kannst das nicht als Kinder bezeichnen, Junge. Du bist ein Pädophiler, Junge. Ja, ich bin Pädophiler wahrscheinlich. Ja, bist du auch. Du bist ein Pädophiler. Weil du sagst, die ist 9, die hat ihre Tage, da kann man drauf. Erstmal kannst du das überhaupt nicht an der Menstruation festmachen. Das ist absoluter Blödsinn, zu glauben, dass eine Regelblutung es aussagt, was eine Frau ertragen kann und was nicht noch mal. Das ist eine Vorbereitung für den Körper. Das bedeutet nicht, sie ist endgültig bereit dafür. Das ist der erste Punkt. Zweitens, ich sage... Ich meine allgemein die körperliche Beschaffenheit. Ganz kurz. Die Legitimation meistens in den Kindern, junge Mädchen zu nehmen, bedeutet nur, dass die Eltern dafür Geld bekommen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass dann diese Ehe, die dort arrangiert wird, das Freiwillige, das heißt, das Mädchen schreit nicht nach der Ehe und sagt, ich möchte gerne. Das ist blöd, das ist dumm. Das andere ist, dass sie überhaupt gerade eine Legitimation für euch, ein gutes Lebenssystem. Ja, guck mal, ich habe dir tausendmal gesagt, entweder nimmst du die gesamte Quelle oder du kannst nicht eine Quelle nehmen und das, was dir nicht gefällt, das, was dich gut anhört, lässt du dann weg. Guck mal, wenn aus der islamischen Quelle hat Aisha die Heirat gewollt, wenn du dann aus einer anderen islamischen Quelle holen willst, dass sie mit neun Jahren geheiratet hast, dann musst du die islamische Quelle akzeptieren, dass sie es gewollt hat, dass sie ihre Regelblutung hatte, dass sie körperlich bereit war, solch einen Akt zu vollziehen und dabei ungeschädigt rauskommt und es war dann auch so, sie wurde nicht geschädigt. Nein, ich rede eigentlich, du hörst mir nicht zu, du musst eine Quelle nehmen, du kannst nicht nur eine Quelle nehmen, verstehst du das nicht? Passt das in deinem Gehirn nicht rein? Hast du nicht genug graue Zellen oder sowas? Also das ist respektlos, ich bin weitaus... Das hört sich nicht gut an, Digga, das hört sich nicht gut an, weil er sagt, nur das, was sich gut anhört, das hört sich scheiße an, hört sich das, wir könnten kotzen, das hört sich nicht gut an. Was erzählst du? Ja, das, was die die ganze Zeit nimmt. Nein, nein, guck mal, ein Beispiel, ein Beispiel. Geh dich selber einsperren, ehrlich, du bist ein Pädophiler. Aber guck mal, dass du sagst, dass du sagst, dass ein Kind nicht entscheiden kann, das stimmt, aus islamischer Quelle nehmen. Guck mal, wenn du das kritisieren willst, wenn du das, was der Prophet Mohammed kritisieren willst, dann musst du aus islamischer Quelle nehmen, was er alles gemacht hat. Okay, und was heißt aber? Reiche hat Reiche mit neun Jahren, 2000, hör zu, 2000 hat sie geschrieben, die sich alle nach Erwachsenen-Hadis anhört. Sie hat beschrieben, wie eine Frau, die sich verhalten hat mit Kindern und so weiter, sie war eine Gelehrte quasi mit neun. Glaubst du das? Glaub mir, sie war genug gebildet, um selber zu entscheiden, um selber zu reden. So, Saladin, ich hab jetzt, Saladin, Huni, was auch immer du heißt, ich hab jetzt noch eine Frage an dich und dann hab ich genug von dir. Und zwar, was wäre, wenn du das neunjährige Kind bist? Wenn ich das neunjährige Kind? Eine Frage von heute oder von damals? Egal. Nein, nicht egal. Stell dir vor, du wärst Eiche gewesen. Wärst du gerne mit einem 54-Jährigen da im Bett gelegen, oder was? Was heißt gerne? Erstens, ich bin ein Junge. Das, damit du schon mal gecheckt hast. Ich weiß nicht, was gerade mit dir los ist. Zweitens, ähm, das war das normale Heiratsart. Ich wollte von dir, dass du dich mal in die Lage des Opfers versetzt. Was heißt denn der Lage des Opfers, das Opfer hat das gewollt. Er hat gesagt, ich wollte, guck mal. Er hat das gewollt, ich war Abu Bakr, wollte das. Nein, 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 mein Lieber. Abu Bakr hat gesagt, Abu Bakr hat zu Mohammed gesagt, äh, das ist meine Tochter, du bist doch sowas wie mein Bruder. Wie kannst du nur? Du bist, du bist, guck mal, du bist, ähm, du musst die anderen Quellen von Eiche nehmen. Eiche hat gesagt, sie war neidisch, man kann aus den Quellen lesen, dass sie neidisch auf andere Frauen war von Propheten Mohammed. Das bedeutet, sie wollte das. Sie wollte das? Ja, genau, das musst du nehmen, guck mal. Ja, ey, 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 pass auf, Demokratia. Ich hab, ich stehe doch gerade gewiesen, dass ich wollte, das steht doch so. Guck mal, die ganze Sache ist so, Eiche hat nämlich eigentlich Mohammed vergewaltigt. So ist das nämlich eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Guck mal. Das ist so lächerlich ohne Spaß, ey. Sie hat es doch gewollt. Und das ist der Punkt, der nicht. Das ist bei allem so. Jedes Mal muss dann die Frau irgendwas getan haben, um irgendwie zu zeigen, ja, sie hat es ja gewollt. Sie hat nicht klein gesagt. Ja, aber wenn du es nicht sagen, woher das Problem hat. Du nimmst doch gerade hier diese islamische Quelle. Du nimmst gerade das Sunan Abidawu 2.121. Warum das eine islamische Quelle und die nimmst du? Warum nimmst du nicht die andere, nicht die sagt, dass sie es gewollt hat? Warum nicht? Dann sag mir den Hadith, wo sie steht, dass sie das gewollt hat. Sag mir den Hadith. Sag ihn mir. Ich kann gerade keinen Hadith aussuchen. Kannst du natürlich nicht, weil es den gar nicht gibt. Doch, mein Lieber. Ja, dann such ihn jetzt raus. Doch mal kurz. Dann such ihn jetzt raus. Du sollst ihn raussuchen. Ich kann gerade den Haussuchen. Du hast gerade wahrscheinlich dein Leben lang gesucht für diesen Hadith. Also ich schirr mal. So, erst mal. Das war damals so, dass der Prophet ist damals auf seinem... Bring mir jetzt eine Quelle, sonst fliegst du hier raus. Ich habe dir gesagt, ich kann dir gerade keine Quelle. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ganz einfach. Ich mache mit euch nicht mehr so ewig lang rum. Ihr behauptet, es gibt Hadithe. Dann bin ich bereit, die nachzuforschen. Und ihr könnt mir die Nummer nicht nennen von Hadithen, die ganz wichtig sind. Ja, ich habe eine heuchte Frage, dass eine Neue keine Erwachsene ist. Und es kann mir keiner erzählen, dass... Und ich gehe noch weiter. Ich gehe noch weiter. Das ist nicht nur heute so. Das ist in allen Zeiten so gewesen. Richtig. Richtig, ja. Und das beziehe ich nicht nur auf den Islam. Ich beziehe es auf alle. Ja. Ich sehe das grundsätzlich. Es ist absolut nicht zu rechtfertigen, Kinder für sowas zu benutzen. Das wird ja nicht nur da gemacht. Es gibt ja andere Kulturen auch, die auch so jung ihre Kinder verheiraten. Manchmal ist es wirklich nur aus Geldgründen, weil sie die Kinder nicht ernähren können. Dann kommen irgendwelche, Entschuldigung, äh, Alten, Geib, Punkt, 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 Säcke und holen dann der Familie das Kind weg. Und bieten dafür Geld. Das findet statt in Indien. Es findet in Afghanistan statt. Und das hat nichts nur mit dem Glauben zu tun, nur mit einer Religion. Patrick. Entschuldigung, Patrick. Hol mal die Mona hoch. Die ist auch so hardcore drauf. Die pisst mich jetzt schon hier immer zu an. Die ist genauso hardcore drauf. Dann hast du auch mal eine Muslima. Wie kann man als Frau nur so eine Ansichten haben? Jetzt mal ohne Mist. Aber hol die mal hoch, die Mona. Stell mal Anfrage und laber da unten nicht rum. Nee, Salah, Houdin, wie gesagt, arbeite du mal in deiner Hochzeit mit Kindern und geh mir nicht weiter auf den Sack. Das hat mit dir gar keinen Wert. Du willst uns hier erzählen aus wissenschaftlicher Sicht, ja, ist eine Frau, sobald sie blutet, eine Frau, als ob das das Einzige ist, was das Ganze ausmacht. Nee, Digga, lass mal. Geh mal woanders hinspielen. Junge, du bist mir nicht gewachsen. Wie gesagt, ich komm bestimmt nicht hoch. Richtig. Warum kommt sie nicht hoch? Weil sie nichts zu sagen hat. Das ist der Punkt. Dann hör auch auf zu schreiben. Die Möglichkeit nehme ich dir jetzt übrigens auch weg. Ich würde mal jeden fragen, wie würdet ihr euch fühlen jetzt mit neun Jahren? Da kommt jemand nach Hause, der ist, was weiß ich, 50, 60 Jahre und sagt, ich möchte deine Neunjährige haben. Ja, dann holt die Polizei mich ab. Ja, ich sag's jetzt nur. Würdet ihr das machen? Hand aufs Herz. Keine Mutter von euch. Ich spreche euch Mütter an. Niemand von euch würde das machen. Ihr kennt doch eure Kinder. Im Leben nicht. Boah, schönes Argument hier. Und ein Kendler hat auch wissenschaftlich argumentiert. Richtig. Vollkommen richtig. Dennis, grüß dich. Aber sie leben immer noch danach. Das heißt, das ist ja, ich sag mal, der Koran ist ja nicht zeitlich gebunden. Nein, das ist Gottes Wort. Du kannst doch nicht einfach hingehen und Gottes Wort ändern. Dazu brüchtest du ja erst einen neuen Propheten, der dann eben neue Verse herabgesandt bekommt. Bis dahin ist der Koran unveränderbar. Dann schreibt ein Stinkerwinker, ach, ich weiß nicht, wie man auf so einen Namen kommt, aber egal. Es war vor 1500 Jahren her. Gut, okay, ja. Aber das Problem ist, und das ist das, warum der Patrick auch solche Lives macht, dass es heute noch die Kinderehen legitimiert. Das ist das Problem. Heute noch die Kinderehen legitimiert. Weil sie sagen, das war der beste Mensch auf der Welt und der hat einen sechsjährigen geheiratet. Mit neun hat er die Ehe vollzogen. Also können wir auch mit zwölf einen Großonkel, der 45 ist, verheiraten. Das ist das Problem. Aber wie kann man sich Stinkerwinkern nennen? Muta, Pedophiles is forbidden in Islam. Warum wurde dann nicht der Prophet zum Tode verurteilt? Ich meine, er war ja auch ein Pädophiler. Achso, der kann wahrscheinlich nur Englisch, ne? Soll ich das jetzt echt noch machen? Ne, kein Bock. Ja, und jetzt schreiben Sie wieder was vom Vatikan. Ja, im Vatikan gibt es das auch. Würde Sie abstreiten. Nein, das streiten wir auch nicht ab. Aber im Neuen Testament steht das nicht, dass Sie das machen dürfen. Das ist auch der große Unterschied. Wie gesagt, das Pädophilie ist ja auch keine Religion. Yes, Muta. Yes, Muta. A nine-year-old is the same as for 1.500 years ago. The same. Das steht auch nicht im Koran, schreibt hier der Stinkerwinker. Ach, das steht auch nicht im Koran. Nein, das steht nicht im Koran. Nein, das steht ja auch nicht im Koran. Ja, das natürlich nicht. Das steht ja in den Hadisen, aber die sind Sahih und Sunnah. Wer das abstreitet, ist raus aus dem Islam. Ganz einfach. Jeder, der sagt, dass dieser Vers nicht wahr ist, ist kein Muslime. Fertig. Meine Fresse, ey, ehrlich. Jetzt scheint es zu sagen, wo steht es, dass man neunjährig geheiraten soll? Ja, von soll? Immer wieder seit fünf Stunden dieselbe Scheiße. Ja, genau, weil das ist ja der Punkt. Es geht ja nicht ums Sollen, sondern es geht ums Dürfen. Versteht ihr den Unterschied? Niemand sagt, dass es im Islam vorgeschrieben ist, Kinder zu heiraten. Aber wenn du das möchtest, dann kannst du das tun und das Ganze ist legitimiert. Wir wiederholen uns jetzt zum hundertsten Mal, weil der Prophet es selbst getan hat. Oh mein Gott. Und deswegen gibt es Kinder eben. Ja. Sag mal, also jetzt mal ohne Mist, Patrick. So intelligent muss man jetzt nicht sein, um die zwei Sätze zu verstehen. Ich weiß nicht, du redest seit fünf Stunden. Müsste doch eigentlich jeder mal kapieren. Nee, die kapieren gar nichts. Die checken das nicht. Wie gesagt, das war jetzt der vierte oder fünfte Typ, der mir erzählen wollte, dass eine neunjährige, erwachsene Frau ist. So, erst mal moin zusammen. Ich gehe noch mal runter. Ich bin noch mal unterwegs. Bis später. Nee, bleib mal hier, Patriot. Warte mal. Ja, bitte. Ich habe mal eine Frage an dich. Stimmt das, dass du daher kommst, aus dem Ort, wo ich vor kurzem erst ein paar Tage im Urlaub war? Da habe ich meine Wurzeln, ja. Deine Wurzeln, aber du wohnst dort nicht. Na, meine Mutter wohnt dort und ab nächstes Jahr bin ich auch wieder vermehrt dort. Und jetzt, ich fahre nächste Woche wieder hin, natürlich, nach Südthüringen, da in den Ort. Ja, natürlich. Ja, weil das Ding ist, wenn ich das gewusst hätte und du wärst da zugegen gewesen, dann hätte ich natürlich Bescheid gesagt. Ja, wenn ich das gewusst hätte, ich war ganz erstaunt. Ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Thüringen ist so groß und der Ort ist ja jetzt auch nicht so groß, dass der Dennis genau dort ist in Südthüringen in dem besagten Ort. Das ist ja Wahnsinn. Ja, da fahre ich seit zehn Jahren hin. Wahnsinn. Seit zehn Jahren regelmäßig. Ja, dann komme ich mal besuchen. Ich bin ab Januar bin ich wieder eigentlich öfters dort, sagen wir es mal so. Ja, nicht schlecht. Ja. Hallo. Also ich habe auch Übernachtungsmöglichkeiten, das ist ein großes Anwesen. Es gibt diverse Ferienwohnungen, es gibt noch ein Ferienhaus, also da sind alle Möglichkeiten da. Ja, gut, ich meine, das sollte nun nicht heißen, dass ich mich bei dir einnisten möchte. Aber es gibt keinen Dings da, was Gebetsdeppich da nach Mekka ausgerichtet ist. Da muss ich jetzt die Leute, da muss ich mich entschuldigen dafür, so weit bin ich noch nicht. Ja, also ich finde ein bisschen Multikulti muss sein. Ich finde auch, dass du die heilige Ziege da noch irgendwo abbilden musst. Übrigens. Hallo. Patrick, Patrick, was ist, was ist, was ist eine muslimische Heizdecke? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Flieger der Teppich mit Sitzheizung. Achso, ja, gut. Hi Patrick. Ja, grüß dich. Ich muss aber raus. Ciao. Ja, ich verstehe das auch nicht, wie du so locker bleiben kannst hier. Hä, locker? Locker, Alter? Ja, ich verschäde dich 100 Prozent, dass du so abdrehst und es bleibt auch nicht anders aus. Also wenn man sich anhören muss, dass sowas schön geredet wird, da wird es echt allen schlecht. Also mit Themen, Sachen wie früher war das anders, also das kann nicht wahr sein. Also wissenschaftlich eher gesehen ist das eher andersrum, dass früher sogar das jetzt, also ist es eher andersrum. Wie kann man sagen, dass sie jetzt immer frühreifer werden und früher das eher später der Fall war. Genau so ist es nämlich. Richtig, genau so ist es. Und dass man versucht, sowas schön zu reden, also da könnte ich auch nicht gut bleiben. Das Schlimme ist, unsere Regierung fängt ja an, diese Sachen zu legitimieren, indem sie die Ankommenden, wenn sie denn auch mehr Ihnen und sonst irgendwas haben, dass sie dann akzeptiert werden sollen. Genau, genau. Das ist die nächste große Katastrophe. Und bei uns in den Gesetzen steht, dass Bigamie verboten ist, ja? Ja. Und diese Sachen sind dann legitimiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bloß weil jemand eine andere Kultur hat, heißt das nicht, dass ich hier meine eigenen Gesetze über den Haufen werfe. Genau. Und es ist mir aufgefallen, dass mehr und mehr Muslime immer mehr nur Koran, also Koraniten werden, die grundsätzlich die Yadisten ablehnen. Nein, weil halt so was drinsteht. Und es gibt wirklich so viele Muslime, die sagen, nee, Hadithe nehme ich nicht mehr an. Ja, wie gesagt, also ich finde das Schlimme einfach, dass das nicht mal die sind, die sowieso hier leben, die auch als Gastarbeiter hergekommen sind, sondern das Schlimme ist, das sind ja jetzt die Ankommenden, die bringen diesen Ärger ja hierher. Ja, vor allen Dingen, es gibt wirklich Leute, die in der Scharia gelebt haben und da vorab gehauen sind. Und was machen die? Kommen hierhin und schreien wieder à la Orkbak. Die verstehe ich ja gar nicht. Hauen von da ab, weil da die Scharia war. Kommen hierhin und schreien und wollen hier die Scharia. Was soll der Blödsinn? Also der Hadith Sunan an Nassai 3203, spart euch den, da brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Das ist ja lächerlich. Also es ist echt Katastrophe, Katastrophe, wie man sowas... Ey, wie gesagt, wie ich mittlerweile gezwungen bin, ja, mich mit dem Koran auseinanderzusetzen, nur weil die für alles, für alles quellen wollen, aber selbst nichts belegen können. Irgendwann ist der Ofen aus, sag ich euch. Wenn du den Koran auf Arabisch... Auf Arabisch ist ja noch schlimmer, auf Arabisch, ne? Ja, aber Arabisch ist keine mystische Sprache oder sonst was. Das ist nicht mal eine besonders komplizierte Sprache. Ach, Quatsch, die sagen... Man kann jede einzelne Sprache übersetzen, jede. Natürlich, natürlich. Selbst tote Sprachen kann man übersetzen. Natürlich, natürlich, ja. Also sollen die mal bloß aufhören damit, ja? Das ist die dümmste Ausrede. Ja, wir können auch gerne noch über die Hamas und die Charter der Hamas reden, in der drinsteht, dass es erst vorbei ist, wenn die Muslime die Juden getötet haben. Das ist auch Sahin. Ich bin erst mal raus, ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel. Ich wollte eigentlich nur mal Moin sagen. Achso, ja gut, Moin. Was macht die Hamas falsch? In dem Sinne, die machen das, was im Koran steht. Das sind Muslime, Hamas. Die machen nichts anderes, was der Prophet nicht gemacht hat. Ja, die Charter der Hamas. Ja, genau. Und deswegen verstehe ich nicht, wenn Muslime sagen, ach nee, das sind keine Muslime und... Ja, ganz einfach, weil ihr Spiel nicht funktioniert, wenn der Großteil hier in Deutschland endlich mal aufwacht und versteht, dass die nicht hier sind aus Freundlichkeit, sondern weil der Islam gekommen ist, um uns zu übernehmen. Und wir sollen uns unterwerfen. Und das ist das, was von uns später irgendwann mal erwartet wird. Genau so ist es. Und genau so steht es im Koran. Wenn die in der Überzahl sind, werden die nicht mehr zum Frieden aufrufen. Und dann bekämpft sie, bekämpft sie, bis sie die Schahada aussprechen. Und erst dann ist ihr Leben und ihr Hab und Gut vor uns sicher. Genau. Genau. Und ich verstehe nicht, was ist denn da dran nicht zu verstehen? Die sagen, nee, das kann man anders verstehen. Was willst du denn da anders verstehen? Steht doch klipp und klar, die Aussage. Ja. Und das ist doch... Das kann man ja mit der Zunge bekennen. Aber wenn man da dran sowieso nicht glaubt, ist doch sowieso Schwachsinn. Die zwingen die Leute, diese Schahada auszusprechen, obwohl die bestimmt nicht da dran glauben. Das ist doch dumm. Ich meine, wenn einer einer Religion folgen will, dann muss er auch mit dem Herz folgen. Ja gut, das ist halt nicht wie beim Christentum, wo du halt einfach sagst, ich bin Christ und damit ist die Sache gut. Sondern dann wird ja schon von dir erwartet, dass du dabei alle mitmachst. Und wenn du dann dein Lippenbekenntnis gemacht hast und nicht anfängst, dabei alle mitzumachen, dann bist du ja auch ganz schnell wieder mit Problemen behaftet. Genau. Genauso ist es. Genau. Und deswegen ist eindeutig, das ist eine gefährliche Ideologie, die... Ich hoffe, dass sie sich wirklich nicht in Deutschland ausbreitet, in dem Sinne, dass wirklich irgendwann die Muslimen die Oberhand bekommen. Weil sonst sehe ich wirklich schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich will da gar nicht dran denken. Wirklich nicht. Ja, wenn der Islam die Oberhand hier gewinnt, dann wird es ganz schön eng hier. Weil dann darfst du... Dann dürfte ich auch sowas, was ich hier mache, nicht mehr machen. Da wäre ich mit dem Tode bedroht. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Da dürften wir gar nichts mehr machen. Ich will da echt, Patrick, gar nicht drüber nachdenken. Urverallgemeinert. Ich weiß ja nicht, was du uns sagen willst, Gummibärchen. Aber vielleicht legst du dich nochmal hin, schläfst deinen Rausch aus von gestern und versuchst du später einfach nochmal Gummibärchen. Wie wäre das? Ja, Patrick, ich wollte dir nur eben sagen, das machst du super. Ich verstehe dich, wenn du schreist, weil ich würde es, glaube ich, auch nicht anders machen, wenn ich drei, vier Stunden lang hören müsste, wie solche Sätze schön geredet wären. Da würde mich auch irgendwann mal der Hals platzen. Also da verstehe ich dich 100 Prozent. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, super, weiter so. Ja, mach's gut, Junior. Mach's gut, ciao. Ach, Hummel, komm schon. Ich hab es geöffnet. Aber das sagt überhaupt nichts aus, Kollege. Gar nichts. Gar nichts. Tust du, als würdest du alle Moslems das gutheißen. Ja, also, Gummibärchen. Die ganze Zeit, wo ich jetzt hier war, kam einer nach dem anderen hoch und wollte mir erklären, warum eine neunjährige, nahwachsene Frau ist, Gummibärchen. Willst du das vielleicht auch? Willst du mir auch erklären, warum eine neunjährige, nahwachsene ist, Gummibärchen? Sag mal. Sorry, hattest du alle Milliarden Moslems hier. Nee, aber es ist ja, es zieht wie ein roter Faden sich da durch, mein Freund. Und selbst einer, der das Ganze gutheißt, ist zu viel. Sam Samuel, grüß dich. Grüß dich, grüß dich. Kann ich was dazu sagen, bitte? Ja, bitte. Ja, danke dir. Ich war ja selber Muslim gewesen. Ich weiß, dass das alles im Islam oder alles auch sogar im Koran ist belegt. Dass die Mädchen, die dürfen ja verheiratet werden, bevor sie das Monstrationsalter erreicht haben. Das steht sogar im Koran. Selbst wenn die Muslime sagen, die Hadith stimmt nicht, das steht auch im Koran. Ich weiß, das ist mit dem Scheidungsrecht, wo dann eben gesagt wird, dass die Wartezeit bei denen, die noch nicht menstruiert haben, eben drei Monate beträgt. Und daraus kristallisiert sich das. Aber das ist ja dann wieder ein Hadith, den sie abstreiten und falsch übersetzt und dies und das. Stopp, stopp, stopp. Stopp, die Erklärung, die Erklärung, die Deutung, die Auslegung ist ja richtig. Der Ebhnokatir, das sind die Größten bei denen. Tabari, Ebhnokatir und Kortobi sagen das Gleiche. Das gilt diese Zeit, die drei Monate, gilt ja auch für die Mädchen, die das Monstrationsalter erreicht haben. Das ist doch deutlich, oder nicht? Ja, klar. Ja, das ist doch da. Und ich habe vorhin zugehört, da hatte ich mich mit jemandem verhalten, der sagt, der Hadith stimmt irgendwie nicht. Ich wollte nur sagen, dass die Leute, die den Koran erklärt haben, ausgelegt haben, die haben selber Hadith geschrieben und die sind authentisch. Wieso glauben sie denn, wenn sie den Koran auslegen? Aber die glauben denen nicht, wenn sie Hadith schreiben. Das ist ein Widerspruch. Ich kann denen auch belegen, wo das steht. Das sind Bücher, die haben Hadith geschrieben, diese Leute. Spezi fragt, sagen wir mal so, er ist zwölf und sie ist neun. Geht es deiner Meinung nach klar? Spezi, nein, eine neunjährige hat mit Sex eigentlich überhaupt nichts zu tun. Richtig, richtig. Und ein zwölfjähriger ehrlich gesagt auch nicht. Das ist beinlich, die sich überhaupt verteidigen, finde ich blöd. Das ist doch Quatsch, Kindes Kind. Und dann kommen sie mit der Erklärung in der Zeit, da sind die Mädchen eher schneller erwachsen geworden. Hä? Ganz ehrlich, die schämen sich nicht mal. Ja, die reden sich das selber schön. Das ist das. Ja, aber wie? Die können das nicht mal irgendwie auch belegen. Was ist das? In der Wüste, sagen Sie, da wo Mohammed gelebt hat, da sind die Mädchen eher körperlich schneller, größer und sowas geworden. Das gibt es sogar. Das ist doch nicht wissenschaftlich. Woher haben sie das? Auch ein zwölfjähriger ist noch ein Kind. Ja, und gerade so jungen Leuten, die jetzt hier in Europa oder Deutschland mit 18, 19 heiraten wollen, denen müsste man eigentlich auch direkt was ans Ohr geben, damit man denen sagt, ey, du bist jetzt 18. Was weißt du denn, ob du in zehn Jahren wirklich noch verheiratet mit diesem Menschen sein willst? Da muss man die Jugend vor sich selbst schützen, im Endeffekt. Weil wir leben im Moment in Zeiten, in denen mehr geschieden, als geheiratet wird. Ey, was die mir hier mit ihrem Bukhari und was weiß ich nicht alles haben. Ich gucke nach. Es ist gut. Pubertät war. Um mehr geht es da gar nicht. Da geht es nicht um den Geschle- Schönen guten Tag. Grüß Gott, tschö. Jo, hi, Jason. Hi, Guru. Und wie? Ja, es geht. Nachdem ich immer mehr mir klar wird, dass ich hier in einem Land lebe, wo ganz viele Menschen davon ausgehen, dass eine neunjährige, eine erwachsene Frau ist, ja, muss ich nochmal über einiges nachdenken. Neun ist schon ein bisschen heftig. Da muss ich dir recht geben. Neun ist schon ein bisschen übertrieben. Ach, 14 ist okay. Aber wenn neun für dich jetzt so heftig ist, was ist die drei? Oh, fang jetzt nicht wieder mit Rebecca an. Mein Gott, die ist von einem Kamel gesprungen als Dreijährige. Die hat mit dem Knecht zusammen alle zehn Kamele getränkt als Dreijährige. Willst du mich verarschen? Mein Neffe ist drei, der fährt schon E-Scooter. Ja, ja, der tränkt alleine zehn Kamele. Der trägt die schweren Wasserkrüge, dein dreijähriger Sohn. Also, ich habe keinen Sohn, ich sagte Neffe. Ach, Neffe, Entschuldigung. Aber in der heutigen Zeit ist es so, dass... Ja gut, dann lässt du deinen dreijährigen Neffen demnächst mal zehn Kamele mit dem entsprechenden Wasser tränken und dann wirst du sehen, ob es geht oder nicht. Würdest du deine Tochter, wenn sie drei ist, jemanden geben? Sie war doch überhaupt nicht drei. Wie alt war sie? Also laut den, auch den Christen, dem Papst und dem Priester, war sie drei? Nein. Oder konnte man kein... Beleg das. Beleg das. Komm. Du wärst der Erste, der es heute geschafft hat, zu belegen, dass sie drei Jahre alt ist. Beleg ist, bitte. Das steht doch alles in euren Büchern. Wo steht das? Sag mir, wo. Ich muss jetzt nicht ein Buch rausholen, wo... Ach so, du behauptest einfach Sachen, das steht da drin. Und dann soll ich jetzt alle Bücher der Christen und vor allen Dingen Isaak und Rebekah stehen ja auch noch im Alten Testament, also in den fünf Büchern Mose. Und das ist ja nun mal das Alte Testament und somit eben das Judentum. Damit soll ich mich jetzt auch noch beschäftigen, oder was? Ich soll jetzt auch noch deine Argumente belegen. Ich beleg meine, das reicht. Ich beleg meine, das reicht. Hast du verstanden? Und wenn du hier was behauptest... So arko jetzt, wo bist du? Ja, und wenn du was behauptest, Kleiner... Kleiner, wenn du was hier behaupten möchtest, dann musst du das auch belegen können. Cousin, sei doch nicht so aggressiv. Nix, Cousin, ich bin nicht dein Cousin. Sei doch nicht so aggressiv? Du und ich sind nicht mal die gleiche Art, Alter. Ist das jetzt so dein Content? Heute, heute, heute ist einfach mal das Thema Pädophilie im Islam, ja? Okay, vielleicht. Ist nicht immer so. Manchmal ist auch Pädophilie im Vatikan, oder Pädophilie bei Jeffrey Epstein und Hollywood, oder Pizzagate, oder meinetwegen auch im Hinduismus, wo Kinder verheiratet werden. Es geht immer darum, ja? Aber ihr könnt euch da halt mit Kinderehen einfach nicht rausziehen. So einfach ist das. Da könnt ihr mir erklären, wie ihr wollt, dass eine neunjährige, eine erwachsene Frau ist. Ich glaub euch einfach nicht. So einfach ist das. Okay. Weißt du, mit wie vielen Jahren deine Großoma geheiratet hat? Es ist mir scheißegal. Wir haben festgestellt, dass das falsch ist. Ja, weil wir festgestellt haben, dass das nicht in Ordnung ist. Und deswegen ist in Deutschland das Grundgesetz, dass du das erst ab dem 18. Lebensjahr selber entscheiden kannst, wen du heiratest und... Sei doch nicht so akro. Ja, aber das ist doch der Punkt. Du versuchst hier Sachen zu vergleichen, aber es werden aufgrund dieser Schriften heute immer noch Kinderehen vollzogen. Also, was willst du von mir? Warum schrei ich? Ja, warum denn nicht? Es geht, Alter, darum, dass man hier verteidigt, dass man Kinder heiratet. Jeder, der da nicht akro wird, der hat entweder zu viel Ritalin gefressen oder der hat überhaupt kein Gewissen. Gar keins. Wenn man laut wird, ist man im Unrecht. Ja, nee, wer Unrecht hat, ist im Unrecht. Das ist der Punkt. Wer laut ist, der ist einfach nur laut. Ich meine, Schnuckeli. Ja, aber du checkst es ja einfach nicht. Dann hol dir auch eine neunjährige Kollege, wenn du mir jetzt auch noch erzählen willst, dass die eine erwachsene Frau ist, dann ist die Sache gut. Sie hat ihre Tage bekommen. Alles klar, alles klar, auf Wiedersehen. Der Nächste. So, Assalamu alaikum. Grüß dich. Also, zu dem Punkt, erst mal, du hast so viele Scheiße gelabert, dass ich immer weiß, was du da alles gelabert hast. Ist eine neunjährige, wir machen das einfach. Ist eine neunjährige eine Frau, ja. Nein, die schmeißt dich gleich direkt wieder raus. Wer bist du? Nein, nein. Doch, 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 doch. Doch, doch. Ich schmeiß dich einfach raus. Dein Ammo. Du bist gar nichts für mich, Junge. Du bist ein Fake-Profil. Hör mal zu. Du bist ein kleines Fake-Profil, der auf neunjährige steht und sagt, dass das erwachsene Frauen sind anscheinend. Bruder, die Mutter von deinem Gott hat mit 14 geheiratet. Also, sag mal leise. Wen hat die geheiratet? Eben Josef. Hat die doch mit 14 geheiratet oder nicht? Steht doch nicht unter... Das war eine unbefleckte Empfängnis. Ach so. Oh, außerdem bin ich überhaupt kein Christ. Außerdem bin ich überhaupt kein Christ. Warte, warte, warte. Also, hör auf, mit dem Finger auf die Christen zu zeigen, Alter. Das ist nicht okay. Weil ich, das ist nicht okay. Aber Maria ist okay, weißt du, Ausnahmen halt. Maria war 14 mit unbefleckter Empfängnis. Weißt du, macht ja auch Sinn, dass du denkst. Es ist die unbefleckte Empfängnis. Die Mutter von deinem Gott hat mit 14 geheiratet. Ich bin überhaupt kein Christ. Lernt zuzuhören. Was bist du dann? Ich bin Buddhist. Ach so, noch schlimmer. Egal. Ach, schlimmer. Schlimmer. Natürlich schlimmer. Warum? Was weißt du denn über die Buddhisten? Du glaubst, an gar keinen Gott? Was weißt du denn? Wer ist die Datra Gautama? Ich glaubt, an gar keinen Gott. Na und? Ja. Und? Das ist nicht schlimm genug, oder wie? Nein, das ist nicht schlimm. Weil wir reden hier über Glauben. Du weißt einen Scheißdreck. Alul. Egal, ey. Du weißt gar nichts. Ich hab immer... Du hast einen Glauben. Und das war's. Nein, du hast kein Wissen. Mehr Wissen als der Vater. Mehr Wissen als der Vater. Mehr Wissen als der Vater. Vater, Vater. Jetzt kommt er wieder mit Familie, Junge. Ihr könnt gar nichts. Ihr könnt nicht argumentieren. Ihr könnt immer nur auf Familie gehen. Okay, ich kann ja nicht argumentieren. Dann lass mal anfangen. Lass mal anfangen. Ja, mit was denn? Mit was denn? Mit der Kinderehe? Also, okay, okay. Mit der Beschneidung der Frau? Ja, okay. Sollen wir damit anfangen? Okay, okay. Du kannst sagen, was du willst. Lass mich jetzt rausreden. Du warst fertig mit beleidigen und so. Jetzt red ich. Ich hab dich gar nicht beleidigt. Gar nicht. Du hast doch direkt wieder geredet. Du bist schlauer als ich. Mein Vater und und und. Du bist der, der hier beleidigt. Du checkst gar nicht, was hier abgeht, Junge. Du kleines Kind, Junge. Du hast recht. Du wohnst doch bestimmt noch bei deinen Eltern zu Hause. Du hast doch bestimmt noch nicht einmal in deinem Leben selbst für dich gelebt. Du bist kein Mann, Junge. Doch, bin ich. Du bist ein Kind. Doch, bin ich. Nein, bist du nicht. Laut der Bibel. Laut der Bibel. Digga, du bist kein Mann, Junge. Du lebst noch bei deinen Eltern. Du lebst einfach noch bei deinen Eltern. Du bist ein Kostenfaktor deiner Eltern. Das ist alles. Nein. Doch. Nein. Doch, natürlich lebst du noch zu Hause. Lebst du nicht mehr zu Hause? Muss ich nicht. Ich muss nicht bei meinen Eltern wohnen. Du lebst aber bei deinen Eltern. Weil du ein 16-Jähriger oder so bist. Nein, ich bin nicht 16. Ja, doch. Nein. 17. Egal, ja. Alles klar. Auf Wiedersehen, Kollege. Ein Minderjähriger. Wie gesagt, ich bin nicht wie euer Prophet. Ich habe nichts mit Minderjährigen. Raus mit dir. So einfach ist das. Tut zwar weh, die Wahrheit, aber so ist es nun mal. Wie gesagt, schon wieder so ein... Du bist 18, ja. Sieh ganz genau. Und wie gesagt, als 18-Jähriger willst du mir irgendwas erklären? Geh mal irgendwas lernen, Junge. Und dann kommst du mal zurück. Dann lebst du mal dein eigenes Leben. Und dann kannst du weiterreden. So einfach ist das. Guten Tag. Wie ist es? Mir geht es ganz gut. Du kannst auch ruhig du sagen. Ist okay. Alles klar. Ich wollte mal fragen, bist du Christ oder bist Atheist? Ich bin Buddhist. Buddhist. Okay. Alles klar. Zum Beispiel, du basierst deinen Moralmaßstab anhand der Lehre von Buddha, richtig? Von Siddhartha Gautama, richtig. Gautama, alles klar. Zum Beispiel, du kritischst zum Beispiel, dass der Prophet, einen neunjährigen, sozusagen, also mit sechs geheirateten, dann neun konsumiert worden ist, richtig? Vollzogen, ja. Vollzogen. Also konsumiert hattest du mal. Ich lässt es wirklich. Mhm. So. Alles klar. Steht ja da. Ich würde so gerne wissen, halt, du, dadurch halt kritisiert mich ja so gerne, gute Gründe haben, weshalb das schlecht ist. Es ist ein Kind und er ist ein erwachsener Mann? Was ist ein Kind? Also laut der Biologie? Boah, ey, das ist, du bist jetzt der siebte, der mir erzählen will, dass sobald ein Kind blutet, dass man draufspringen kann. Sag mal, was stimmt denn mit euch nicht? Was, so, sogar in Wikipedia steht, dass, wenn man die Pubertät erreicht, ist man kein Kind mehr. Ja, aber erst mal ist das der Beginn der Pubertät, ja? Ja, und man hat kein Kind. Und nicht das Ende der Pubertät. Nicht Ende der Pubertät. Das Ende der Pubertät, ab dann ja, ab dann ja, meinetwegen könnt ihr ja dann machen. Aber doch nicht am Anfang, dass sobald die Pubertät losgeht, man dann drauf springt. Aber weshalb ist es schlecht, eine Frage? Warum schlecht ist? Also ganz ehrlich, Leute, hört ihr das. Hier ist der Nächste, der mich fragt, warum Pädophilie schlecht ist. Du kannst jeden Psychologen fragen, jeden. Der wird dir sagen, warum Pädophilie und Geschlechtsverkehr für Kinder mit Erwachsenen schlecht ist. Ja, mit Kindern ist schlecht. Aber wenn man die Pubertät erreicht hat, ist man kein Kind mehr, laut der Biologie. Ja, aber du bist trotzdem noch ein Kind. Nein, laut der Biologie ist man kein Kind mehr. Nein, gut, alles klar, mach's gut, Kollege. Noch ein Pädophilie. Das geht in Wikipedia. Nee, geht hier so nicht, geht hier so nicht. Ganz ehrlich, da crashen einfach Welten aufeinander. Wir sind hier davon überzeugt, dass ein Kind nicht als Erwachsene zählt, nur weil sie ihre Tage bekommt. Ganz einfach, das geht so nicht. Zu viele Pädophile in Deutschland. Ey, das ist so schlimm und erschreckend. Und wie viele einfach sagen, oh ja, die blutet, dann ist das gar kein Kind mehr, kann man drauf. Was? Gottes Segen, Patrick. Ja, dir auch. Also Patrick, ich weiß nicht, ich bin auch schon 60, aber wenn ich erzähle, die jetzige Jugend, meine Jugend, die würden sagen, damals war die Leute verrückt. Dann sage ich, damals, vor 50 Jahren, waren erst mal noch die Leute in Ordnung. Ich war 20, ich hätte Freudin. Ich habe schon ein Heirat geplant nächstes Jahr und meine Mutter hat mir ja nicht erlaubt, bei der Freudin zu schlafen. Er hat gesagt, erst mal nach dem Heirat. Und damals war ich als Kind, so wie heutzutage, war ich bösartig. Also bösartig. Entschuldigung, habe ich immer so, ja Mutter, du spinnst langsam oder sowas. Aber jetzt, jetzt nach hinein, da habe ich gesagt, bravo Mutter, bravo Mutter. Weil heutzutage schon die 12-, 15- oder 16-Jährige schlafen zusammen. Dann wollen die das Kind erst mal nicht, weil die kriegen Angst und die ist auch Selbstständlichkeit. Wenn die sind 16, beide oder 15, wie sollen die das Kind... Ja, das ist doch was ganz anderes. Dann sind das zwei Heranwachsende. Wenn er, wenn 16, 16... Ja, das ist problematisch, weil sie sich dann das Leben verbauen. Ja, stimmt. Aber wenn der Mann 54 ist und das Mädchen 9 Jahre alt ist, Otto... Na, Patrick, darum will ich jetzt sagen, wenn heutzutage, weil da sind auch schon so verschiedene... Das Natur macht manchmal beispielsweise, eine Mädchen sind Freudinnen, also drei Freudinnen. Eine hat erst mal mit 13 was, also das erste Mal gekriegt. Die andere hat erst mal mit 14, 5. Die andere mit 16 erst mal, die eine Periode. Und das heißt nicht sofort, wenn die ist mit 13, sofort, die soll auch ein paar Jahre warten. Das ist selbstverständlich. Jede Mensch, nicht so, sag ich so, sieben- oder achtjährige, weil sie Periode kriegt, sofort neinhaue. Also Leute... Ja, aber Otto, sieh dir mal der bitteren Realität ins Gesicht. Ich hatte jetzt sieben oder acht verschiedene Leute hier oben, die mir alle erzählen wollten, dass laut der Biologie eine Frau eine Frau ist, sobald sie aus dem Bonusloch blutet. Das ist... Ach Leute, ich sag dir, ja, die Welt ist schon so kaputt, so wirklich. Also wie im Kindergarten, jetzt wollen die mit Fünfjährigen, dass die sollen schon sowas anfangen. Ich werde die Leute bestrafen ins Gefängnis werfen, Leute. Das kann nicht sowas sein. Ich als Eltern, wenn ich das erfahre, naja, Gott sei Dank, bin ich schon technisch, habe ich schon keine kleinen Kinder. Aber wenn ich jetzt erfahre, dass bei meinen Kindern, seinen Kindern, im Kindergarten sollte sowas gehen, dann sag ich, nehmt die Kinder zurück, nehmt die Kinder nach Hause. Also... Meine Herren, Alter, das ist ja nicht normal, Alter. Herr Roy, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen davon überzeugt sind, dass eine 9-Jährige eine echte Frau sein kann. Eines sagen, Patrick. Es braucht ja echt lang, bis ich sogar mal Gänsehaut kriege. Aber wenn ich mir das überlege, und der Typ, der war gerade mal 18, hat er behauptet. So, Patrick, weißt du was, ich sag dir erstmal eins auf jeden Fall, ich hab gerade Mittagsschlaf gemacht, ich bin mit dir eingeschlafen, und ich bin mit dir aufgewacht. Ja, geil. Und mir ist aufgefallen, dass hier keiner, aber auch wirklich keiner, dazu bereit ist, dir dein Live-Ziel zu erfüllen. Ach, scheiß drauf. Deswegen bin ich nicht hier. Ja. Was wollte ich jetzt noch, Patrick, sagen? Normal, also normal, wie die Leute bei uns auch in so die Umgebung damals vor 40 Jahren gesagt, wenn die, also Frau ist 18 und Mann 21, dann ist erstmal auch nicht so 100%ig, aber... Otto, warte mal, warte mal bitte ganz kurz. Ja. So, an den Chat jetzt hier, jetzt mal ohne Scheiß. Ich hab jetzt 50% gemacht, und die nächsten könnt ihr auch machen. Und mal ganz ehrlich, das ist doch nicht so viel. Ich hab eben 1,19 Euro ausgegeben. Einmal hab ich mich verdrückt, hab ich nochmal 2 Euro ausgegeben, ist schuld auf mir. Aber Fakt ist eins, Alter, wenn ich mir das überlege, du bist die ganze Zeit durchgängig jetzt live gewesen, Patrick, und hast dich mit diesen ganzen Gehirn-Akrobaten unterhalten? Ich bin jetzt bei 6,5 Stunden, ja. Ich muss mir das heute brettern, weil ich hab heute Abend noch was anderes vor. So, dann tut mir mal hier einen Gefallen und erfüllt mal das Live-Ziel. Lass mal ein bisschen Liebe da, Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn man sich das mal überlegt... Ah, Otto, du nicht schleichen, du nicht schleichen, wenn du oben bist, bringt das nichts. Gut. Nicht schleichen. Ja. Entschuldigung. So, und jetzt möchte ich nochmal drum bitten, an den Chat, tut mir mal den Gefallen und hau mal ein bisschen was rein, jetzt mal ohne Scheiß, dass Patrick heute Abend sich auf ein Feierabendbierchen gönnen kann. Der will das nicht, der macht das nicht für Geld, aber mir geht's darum, dass ich gerne irgendwas wiedergeben möchte, jetzt mal ohne Scheiß, dass da auch ein bisschen was rüberkommt. Und wenn ich mir das überlege, Alter, der letzte Gast, den hab ich mitgekriegt, Patrick. Mit dem bin ich aufgewacht wieder. Ohne Scheiß, das kann man sich nicht ausdenken. Da kommen die rein und wollen dir erzählen, pass mal auf, du fängst an zu bluten, bumm, du bist erwachsen. Du bist nicht noch ganz sauber in der Bühne. Ja, das waren, während du geschlafen hast, während du geschlafen hast, waren das insgesamt... Kinder hatten, die gar nicht wissen, was das bedeutet, ein Kind großzuziehen, die gar nicht wissen, was es bedeutet, aber ich auf jeden Fall eins befürchte, dass diese Ideologie in sich tragen und dass sie damit völlig konform gehen, sind die noch ganz dicht, Alter. Ein Kind, weil es anfängt zu bluten, ist am Ende immer noch ein Kind. Ob es biologisch dazu dann in der Lage ist, ein Kind zu kriegen, mal ganz ehrlich, das hat einem mit dem anderen noch nichts zu tun. Man durchläuft da auch noch ganz andere Phasen, da kommt die Pubertät, mal ganz ehrlich, das Kind ist eine Lolita, nichts anderes. Ey, vielen Dank, Leute, super, nice von euch. Ähm, ja, wie gesagt, das war jetzt, während du geschlafen hast, waren hier 6, 7, 8 Leute und die, ähm, alle sind sie genau darauf abgezielt, dass sie sagen, ah ja, eine Frau ist eine Frau, sobald sie aus dem Bonusloch blutet. Die sind doch nicht ganz dicht in der PD, jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Nee, die sind nicht ganz dicht, das kriegst du, das, also, also ganz ehrlich, ich war wirklich schockiert, ich hab zumindest gedacht, dass die Leute sich davon distanzieren und sagen, ja gut. Aber überleg mal, überleg mal, Patrick, all das, weil der beste Mensch aller Zeiten genau dieses sagt, dass das in Ordnung ist. Mhm. Das muss man sich mal überlegen, Alter, die sind doch nicht ganz dicht, oder was? Wahnsinn. Ey, wir haben, wir haben, die Kinder auf der Welt, die haben so schon genug Probleme. Da kommt eine Religion um die Ecke und sagt, wisst du was, wir schmeißen noch eine Scheffel um den Ruf. Ja, und das Schlimme ist, wenn man dann, wenn ich dann über den Vatikan rede und dem seine Verbrechen, da sind die alle plötzlich ganz, äh, ganz dabei, ne? Ja, der schlimme, schlimme Vatikan, schlimmer Papst, schlimme, schlimme Christen, dies, das, da sind die dann sofort dabei, aber ein bisschen selbstkritisch zu sein, schwierig. Ey, vielen Dank für das zweite Erreichen des Ziels, das ist ja Wahnsinn, wie geht denn ihr heute ab? Ja, aber so muss das sein, Patrick, jetzt ohne Scheiß, wie viele Stunden bist du jetzt bei, Alter, ich kann das sowas gar nicht ertragen. Seien wir mal ganz ehrlich, selbst das, selbst das Datenvolumen, was du verbrauchst, selbst die Internetleitung, die du zahlst, das kostet Geld. Und mal so doof, wie sich das anhört, ja, natürlich macht das auf einer gewissen Ebene Spaß, aber wenn man sich hier ständig mit Pädophilen unterhalten muss, um den Leuten zu zeigen, wie groß dieses Problem ist, wie stark diese Gefahr ist, die da auf uns zurollt, da muss man auch mal ganz ehrlich sein, es ist ja auch an dem, wenn man da die Wahrheit spricht, es ist ja nicht unbedingt, dass man sagt, ach, das wird einfach so hingenommen. Es gibt Leute, ganz ehrlich, die da einfach drüber meckern und sagen, das geht nicht, in die Karikatur malen und ihren Kopf deswegen verlieren. Ja, auch das gibt es. Ey, Wahnsinn, Alter, Wahnsinn, ich kann das gar nicht ertragen, Alter, so viele kranke Menschen heutzutage, was stimmt mit diesen Leuten nicht, ohne Mist? Ein Kind ist ein Kind, Punkt, aus, fertig. Mal ganz ehrlich, vor allem, wenn man sich das mal ganz genau überlegt und dann auf die biologische Ebene geht, dann sieht es ganz einfach so aus, dass selbst jedes Kind da noch individuell zu sehen ist. Alter, danke fürs Unterstützen, Leute. Deswegen ist ein Bierchen dabei rauskommen, Patrick, das muss ja Roma sein. So, darum sage ich auch, also ich als Christ, auch in unserer Sache, so in dem Vatikan läuft nicht alles, stimm ich auch dazu und dann, wie soll man das sagen, will ich das nicht machen, was die Leute andere machen, aber ich als Christ, ich bin alleine verantwortlich für mich und für meinen Glauben, keine anderen Ingerwohrleute, nur ich alleine. Das muss man auch so wissen und dann nicht sagen, wie die sagen, ja, guck mal bei euch in den Christen. Die ist mir scheißegal, was die anderen machen, die machen nicht nach dem, also nach Bibel. Ich sehe nach Bibel, also ich lebe auch nach Bibel und wenn die andere freilicht, dann meinst du 90 Prozent Christen werden auch in die Höhle gehen oder 80 Prozent, mir ist scheißegal, aber die dürfen nicht so sagen, dass da Ingerwohr diese andere glaube, dass ich die hundertprozentige und muss man die also vorführen bis zum Ende. Muss jeder Mensch Ingerwohr auf seinen Verstand Ingerwohr was lesen und meinen, ist es gut, in welche Richtung. Wenn die nur machen Bibel und Ingerwohr Koran und die stellen Mohammed und Jesus und die gucken auf das, dann werden die selber erkennen, also Leute, was du sonst weitergehe. Mann, ich weiß nicht, ob die alle, also die Menschheit ist wirklich so kaputt, da können wir nichts mehr machen. Leute, da kennen wir, das wird immer schlimmer. Dann, wenn jemand glaubt, das wird ein, zwei Jahre, wird alles gut, nein, das geht alles in so scheiße Richtung und es wird weiter so gehen, weil guck mal, die von der Regierung, die helfen uns auch nicht von der Misere kommen, die stecken uns immer tiefer dann ein, also. So, Patrick, da, das ist der Wichtige, jetzt habe ich ihn. Wen? Achso, Ehrenmann, ja danke, Mann. Ja, wie gesagt, Leute, ich bin echt schockiert, das passiert mir, wie gesagt, nicht so oft, weil ich hätte nicht gedacht, dass gerade so viele junge Leute sich dafür aussprechen, dass eine neunjährige erwachsen ist, weil jetzt mein 37-jähriges Ich denkt über mein 18-jähriges Ich, dass es auch noch ein Kind war. Das Lustige dabei ist aber, wenn man sich das überlegt, dass wenn sie dann hilflos mit den Schriften sind, nicht verstehen oder mitkriegen, scheiße, da haben wir echt ein Problem, dass sie dann anfangen, die Rechtfertigung zu suchen, die Rechtfertigung, was man da sagen könnte, dass das alles in den legitimen Bereich geht. Und dann kommt man mit der Biologie um die Ecke und sagt, aber wenn sie doch anfängt zu bluten, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, dann ist sie erwachsen, dann müsste sie sich doch eigentlich auch einen Job suchen, oder? Wahnsinn, Alter, echt. Ja, dann dürfte die mit neun auch Auto fahren, oder? Ja, anscheinend. Ja sicher, sie ist ja eine Erwachsene. Sie ist ja eine Erwachsene. Aber jetzt seien wir doch mal ehrlich. Ich glaube, jede Frau kann das bestätigen. Ich denke zumindest da auch richtig zu liegen. Ganz kurz, Albo 22. Ist es an dem, dass man sagen muss, du bist zwölf geworden und mit Erreichen des zwölften Lebensjahres ist dann die Pubertät da? Ist es nicht eher vielmehr so, dass es an dem Körper unterschiedlich zu messen ist, dass der Körper, sprich der weibliche Körper, einer früher, einer später, dann da in die Menstruation kommt? Ja, richtig. Und wie gesagt, das ist doch nicht das Startsignal. So einfach ist das. Aber wie gesagt, der Albo schreibt hier, die Zeit war anders, warum verstehst du nicht? Doch, ich verstehe das sehr genau, dass das damals eine andere Zeit war, dass die Römer auch viel Scheiße gebaut haben und und und, dass da wie gesagt sehr viel Schmuh betrieben wurde. Aber wir haben das ja mit der Zeit geändert. Das Problem ist, dass dieser Vers einfach für alle Zeiten Bestand hat. Warte mal Patrick, warte mal Patrick. Doch, Melle. Melle. Pass mal auf. Wenn jetzt ein Moslem um die Ecke kommt und sagt, deine Tochter ist zwölf. Die nehme ich jetzt. Was würden Sie mit dem Mann? Hast gehört, was meine Frau gesagt hat? Ne, leider nicht. Hallo? Sie würde auf jeden Fall neun Millimeter anwenden. Ja. Ja. Schriftlich Islam ist die Wahrheit. Ja, hallo. Hört ihr mich? Ja. Ja, schlecht. Äh, leiser? Jetzt besser? Jetzt gut. Okay, wie geht's euch allen? Ja, gut. Und selbst. Alhamdulillah, Alhamdulillah, mir geht's gut. Ähm, wie ich hier gerade sehe, ihr geht auf ein Hadith drauf, ne? Bezüglich der Sache mit, äh, äh, Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wassalam, mit einem 6-jährigen Geheirater, mit, äh, äh. Du hast noch vergessen zu sagen, Friede sei auf ihm. Nice, hab ich gesagt, sallallahu alaihi wassalam. Ja, das hat er gesagt, aber nicht auf Deutsch. Ähm, genau. Sag ich bitte kurz was dazu sagen? Ehrlich jetzt? Ja, bitte. Guck mal, wir können gerne friedlich darüber reden, ohne irgendwie rumschreien, okay? Ist das okay? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 21. Okay. Hast du deine Monatsblutung bekommen? Was, denkst du, dass eine 9-jährige eine Erwachsene sein kann? Ich kann bitte eine Rede. Ja, denkst du, dass eine 9-jährige eine Erwachsene sein kann? Natürlich. Lass mich doch bitte einmal aussehen, ich bitte euch. Echt? Man, man kann doch nicht einfach nein, ja und nein sagen. Man hat, man kann auch begründen, man, man soll auch beginnen. Ja bitte, tu das. Natürlich. Bezüglich der Aisha radiallahu an. Guck mal, die war ein richtiges Frau. Bei uns in Islam gibt es drei Bedienungen, um eine Frau zu heiraten. Es gibt drei Bedienungen. Möchtest du die drei Bedienungen hören? Möchtest du? Ja. Erstens. Die soll reif sein. Zweitens. Mit 9. Reif. Natürlich. Darf ich dir bitte kurz ein Hadith bringen? Lacht du. Ey, weiß nicht mehr, du bist 21. Ich frag mich, wo du deine Dates klar machst auf der Grundschule. Hä, aber das ist eine Sache, das vor 1400 Jahren passiert ist. Aber es passiert in muslimischen Ländern heute noch. Aber das passiert auch für... Aufgrund dieses Verses. Aufgrund dieses Verses. Aufgrund dieses Verses. 1888 in Deutschland. Mit wie vielen Jahren hat man geheiratet? Antwort mir. Haben wir Fehler gemacht? Haben wir einen Fehler gemacht? Nein. Wir haben das geändert. Wir haben das so gemacht, dass jetzt die Frau einfach selbst entscheidet, wann sie heiratet. Und dass sie das vor dem 18 jedes Jahr gar nicht kann. Guck mal, der Prophet Mohammed hat gesagt zu Aisha an seine Frauen, weißt du? Wollt ihr gehen? Wollt ihr gehen? Und die Frauen, die sind nicht gegangen. So, du wolltest drei Gründe bringen. Du hast den eingebracht. Du hast jetzt gesagt, dass sie reif sein muss. Nennen die anderen beiden. Ja, natürlich. Die war reif. Und das dritte ist, sie soll auch zustimmen. Also wir stellen fest. Also wir stellen jetzt fest. Deine Aussage war folgende. Reif ist sie dann, wenn sie die Monatsblutung kriegt. Dann muss sie noch zustimmen, dann kann man sie nehmen. Natürlich, aber die soll auch psychisch auch in Ordnung sein. Bist du psychisch in Ordnung? Psychisch natürlich. Aber sag mir das, ob eine Schwester... Eine Minute. Geh nicht auf meine Schwester los. Ja, ich frag dich nur, ob du eine hast. Ich frag dich nur, ob du eine hast. Ich geh nicht auf deine Schwester los. Ich geh nicht auf deine Schwester. Ich hab dich nur gefragt, ob du eine hast. Und ob du auch sagen würdest, dass die mit neun Jahren erwachsen ist. Natürlich. Natürlich. Mann. Natürlich. Lass mich noch einmal reden. Guck mal, vor 1.000 Jahren gab es sowas nicht. Das Wort Pädophilie gab es nicht mal. Gab es das Wort Pädophilie erklärt? Nee, da hat man es einfach gemacht. Dann hast du fertig. Das kann man dir ausdenken. Ohne Scheiß. Der nächste... Ja, aber heute tun wir das nicht mehr. Ja. Früher tun wir das nicht mehr. Okay, 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 okay. Also... Und zwar schon generationenweise. Hey, aber Islam, ich wollte ihm Frage oder sagen jetzt. Wie kann jemand so behauptet, neunjährige oder zehn oder zwölf? Aber die war doch körperlich, körperlich, psychisch in Ordnung. Warte mal. Guck mal, der Prophet hat so mit dir eine authentische Überlieferung. Kannst du dir das vorstellen? Aber hörst du. Bei einer authentischen Überlieferung bei Sunan Ibn Nas. Das steht... Eine Sekunde, eine Sekunde. Da wird überliefert. Der Prophet Mohammed sagt an seine Frauen. Wollt ihr gehen? Wollt ihr gehen? Wollt ihr gehen? Und dann die Frauen antworten. Also der Prophet hat den erlaubt zu gehen. Ja, aber wohin denn in die Wüste? Die wurden nicht gezwungen. In die Wüste? Wohin gehen? Ja, aber die wollte doch selber bleiben. Wohin soll sie denn gehen? Ja, wohin soll sie denn gehen? Ja, wohin soll ich das wissen? Aber der Prophet Mohammed hat doch gesagt, wollt ihr gehen oder nicht? Der Prophet hat doch denen erlaubt zu gehen. Zu einer Zeit 3232. Wie ich das auch in meinem Kopf habe. Wie gesagt, eine Neunjährige hat einen eigenen Willen, richtig? Natürlich hat sie. Genau. Hat sie. Aber neunjährige. Weißt du, was so lustiger daran ist? Hey, es gibt neunjährige... Wer ist der Vater von... 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 Wer ist der Vater? Abu Bakr. Genau. Und Abu Bakr hat es auch erlaubt, dass der Prophet Mohammed... Das stimmt überhaupt nicht. Abu Bakr hat zu ihm gesagt, ey, du bist mein Bruder. Warum willst du meine Tochter? Hey, nein. Es gibt autentische... Natürlich. Solche autentische Überlieferungen bringen. Also du als Vater würdest deine sechsjährige Tochter verheiraten. Wenn es der Prophet ist. Meine Frau sagt gerade, sie hat mit 13 noch mit ihrem Babel. Ja, aber hallo, das ist ein Prophet. Das ist kein normales Mensch. Wir reden über einen Prophet. Habibi, Juan. Ja, da fragt man sich, hat der Prophet es nötig, sich mit Kindern einzulassen? Ah, jetzt ist er rausgegangen. War zu viel für ihn. Das kann man sich nicht ausdenken, Alter. Ohne Scheiße. Ja, holen wir mal den nächsten dazu. Oh Mann. Oh Mann. Das ist immer besser. Immer besser. Ey, einer nach dem anderen, der mir erzählt, dass eine neunjährige, alter, praktisch nicht besteigbar ist. Das ist nicht normal, Alter. Und die verteidigen das bis aufs Messer, Alter. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. So wie neunjährige kann entscheidend über sein Leben. Und da muss jeder, wenn neunjährige sagt, ja, ich will, dann alle müssen stehen und sagen, ja, okay, gut. Alter, der hat eben sogar gesagt, dass er seine eigene Schwester anbieten würde. Das muss man sich mal überlegen, Alter. Oh Gott. Die Tochter. Seine eigene Tochter würde er geben, wenn es der Prophet wäre. Das musst du dir mal überlegen, Alter. Wie krank. Das Schlimme ist, dass der darüber noch nicht mal reden kann. Ich möchte mal gerne wissen, wie es da ist, wenn der wirklich Vater fehlt. Boah. Hallo, Chavo. Hallo, Roy, du kleiner, dreckiger Nationalsozialist. Wie geht's dir? Hast du kein anderes Thema gefunden, dass... Der ist sogar zu blöde, zu kapieren, dass das noch nicht mal mein Live ist. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn mir jetzt noch einer... Also, ich schwör's dir, wenn mir jetzt noch einer sagt, dass eine neunjährige, eine erwachsene Frau ist, dann rast ich aus. Also, die Zeiten waren anders. Das hast du ja gelesen von mir. Oh nein, Alter. Ja, das stimmt, das stimmt, du hast recht, du hast recht. Die Römer... Hör zu, hör zu. Hör bitte zu. Hör bitte zu, die Römer haben auch so einen Scheiß gemacht. Die hatten Lustknaben. Du musst nicht mal ausreden. Ja, ja. Ja, ja, wir wissen das alles, aber wir sind jetzt im Jahre 2023. Ja, okay. Wir sind jetzt zivilisiert und jetzt begatten wir keine neunjährigen mehr, Bro. Also, lass mich doch ausreden. Also, die Zeit war anders. Sie hat die drei Kriterien erfüllt, das heißt, sie war geistlich reif, sie war... Wer sagt das? Wer sagt das? Und sie hat ja... Aisha selber... Da kam dann ein Psychologe um die Ecke und hat gesagt, weißt du was, Aisha ist soweit, das kann jetzt losgehen. Aisha hat gesagt das selber, warum, warum, warum... Wo sagt die das? Wo sagt die das? Sie sagt dasselbe in einem eigenen Hadith. Ja, sag mir den Hadith. In neun Jahren ist man... Sag mir den Hadith. Du sollst mir den Hadith sagen, dann lese ich das jetzt nach. Ich bin ganz ehrlich, was sollte Aisha anderes sagen? Nee, da hat er recht, das stimmt, Patrick. Brauchst gar nicht nachgucken, da hat er recht. Fakt 1. Was sollte Aisha anderes sagen? Sollte sie sagen, nee, was der Prophet mit mir gemacht hat, war Vergewaltigung. Das, was der Prophet mit mir gemacht hat, hatte pädophile Züge. Man kannte das Wort noch nicht mal. Was sollte Aisha sagen? Sollte sie sich gegen den Propheten auflehnen oder was? Von wo hast du das? Du imprimiertierst etwas von dir selbst. Verstehst du? Aber weißt du auch, was ich eben gesagt habe? Kann ich mal ausreden. Warum wurde der Prophet nie kritisiert in dieser Zeit? Er wurde in so vielen... Weil alle Leute, die ihn kritisiert haben, ausgesandt haben. Jeder, der gegen den Propheten gesprochen hat, war auf einmal ein Kopf kürzer. Woran lag das dann? Was? Weil er Tötungsbefehle ausgesandt hat. Wo? Jeder, der gegen den Propheten gesprochen hat, war auf einmal ein Kopf kürzer. Woran lag das dann? Wo? Was steht im Koran? Im Koran steht, wer einen Menschen tötet, ist das so... Oh, das ist für die Kinder Israels. Lest den Satz davor. Kennen wir schon. Komm, nächste Tag hier. Komm, nächste Tag hier. Kennen wir schon. Also, jetzt will ich dich fragen. Was ist das Kriterium in der Bibel, das eine Frau erfüllen muss? Das juckt uns nicht, weil wir nicht nach der Bibel leben, sondern dem Grundgesetz. Die kommen alle mit der gleichen Scheiße um die Ecke, Patrick. Verstehst du das, Albo? Ist das bis in dein Gehirn eingedrungen, dass wir nach dem Grundgesetz leben und nicht nach der Bibel? Ja, von wo? Verstehst du das? Von wo? Also, das Grundgesetz kommt von der Kirche. Fertig. Was? Was? Ja? Von wo? Das Grundgesetz kommt von der Kirche. Was ist moralisch für dich verantwortlich? Das ist absoluter Blödsinn, Albo, und das kann ich dir sogar beweisen, indem ich dir sage, dass im Vatikan tatsächlich Bibelrecht herrscht. Und da darf man mit 14-jährigen Geschlechtsverkehr haben, weil Maria eben bei der Empfängnis von Jesus auch 14 war. Das Kirchenrecht. Danach lebt der Vatikan, geh dahin, nervt die damit. Aber wir hier in Deutschland leben nach dem Grundgesetz. Und hier bist du erst mit 18 volljährig. Punkt um Ende. Und das sind menschengemachte Gesetze. Gesetze von Menschen für Menschen. Warte mal, warte mal, du sagst, das Gesetz gilt immer noch. Aber es muss ja noch weitere Kriterien erfüllt sein. Und wir wissen, dass heute eine Neunjährige diese Kriterien nicht erfüllen kann. Ja, und damals auch nicht. Doch. Die Wissenschaft. Nein. Die Wissenschaft. Welche Wissenschaft? Die Islamwissenschaft. Klar, dass die das sagt. Deutsche Wissenschaftler. Die deutsche Wissenschaftler sagen, dass das neunjährige. Mit wie vielen Jahren die geheiratet hat. Wenn nicht zwölf oder elf. Dann schneide ich meinen Kopf ab. Das ist 100 Prozent so. Versprochen? TikTok-Sport. Oh Gott, Alter. Ja. Aber wir haben festgestellt, dass das scheiße ist. Weil wir den Frauen dann einfach ein Leben aufindoktrinieren, was sie vielleicht gar nicht wollen. Was sie als Kind überhaupt gar nicht entscheiden können. Und deswegen haben wir hier das Grundgesetz eingeführt und gesagt, ey, erst ab 18 wird geheiratet. Punkt. Ja, aber sie darf ab 14 Sex haben. Stimmt's oder nicht? Ja, mit anderen 14-Jährigen. Ja. Und nicht mit einem 54-Jährigen. Also ist das moralisch für dich vereinbart? Das ist ne Sache zwischen den 14-Jährigen. Um dich mal zu fragen, wenigstens haben wir ein Kriterium. Sie muss alles erfüllen. Albo, Albo, Albo. Kannst du dich noch entsinnen, als du 14 warst? Ja, sicher. Ein paar Teile, ja. Pass auf, Albo, pass mal auf. Ich hab mal ne ganz blöde Frage an dich. Ich kann nicht. Und das ist noch nicht mal blöd gemeint. Wenn du 14 warst, für dich selber deine Sexualität erst mal selbst entdeckt hast, ist es dann an dem nicht gewesen, dass dein Glied ein ganz anderes Ausmaß hatte, wie dein Glied von heute, ich hoffe doch zumindest, ansonsten hast du ja als Mann ganz schön verkackt. Nein, das ist richtig so. Also, schau mal. So, nun stellen wir also fest. Jetzt hör mal zu. Nun stellen wir also fest, dass dein Glied, als du 14 warst, ein anderes Ausmaß hatte, als du jetzt als erwachsener Mann hast. Wenn man sich das jetzt überlegt, nehmt den gleichen Mann mit einem unterschiedlichen Alter, 14 und 14, Mädchen wird gerade soweit, Jungen wird gerade soweit, sie probieren sich aus, sie machen es dann für sich selbst, um dann halt ihre Sexualität auf dieser Ebene zu entdecken. Ja, aber guck mal, Leute, das ganze Argument ist schwachsinnig. Das ganze Argument ist schwachsinnig, weil eine 14... Könnte es sein, dass sein Eindringen in sie, sie komplett oder auf jeden Fall körperlich schädigen könnte? Ja, definitiv, da bin ich mit dir. So, und das ist der springende Punkt. Wenn wir jetzt feststellen, dass auf Grundlage des besten Menschen aller Zeiten dann dieses als Rechtfertigung genommen wird, dass es heutzutage in der heutigen Zeit passiert, dann stellen wir fest, dass ein Kind, wenn es dann zum Beispiel geerigt wird und auch das passiert ja, die Kinderehe sind in der Stadt, dann von diesem Mann genommen wird, dass das dann pädophil ist oder stellen wir fest, dass das völlig normal ist? Ich habe dir gesagt, in dieser Zeit ist es so... Ich rede von der heutigen Zeit! Ja, eben, in dieser Zeit ist es so, aber... Weil nicht! ...ist in dieser Zeit nicht die Neunjährige, die du heute siehst. So, pass mal auf, folgendermaßen, auf Grundlage, auf Grundlage dessen, dass es diese Schrift gibt, auf Grundlage dessen, dass Mohammed, der beste Mensch aller Zeiten, da eine Neunjährige genommen hat, eine Sechsjährige geerlicht hat, findet man die Legitimierung, dass man heutzutage in der heutigen Zeit das heutzutage macht. Und das ist das eigentliche Problem. Aber ganz ehrlich, ihr solltet euch mal ein Stück weit zurückbewegen, solltet euch mit den besten Menschen aller Zeiten unterhalten und ihn fragen, Mohammed, wie kann es sein, dass du es zulässt, dass meine Tochter genommen werden darf? Darf ich jetzt ausreden? Also, du hast da richtig gesprochen. Also, ich habe dir nochmal gesagt, die Zeit war anders. Aber sie muss ja weitere Kriterien erfüllen. Und ich weiß, dass eine Neunjährige heute die Kriterien nicht erfüllen kann. Auch eine Zwölfjährige erfüllt diese Kriterien nicht. Ja, dann erfüllt sie nicht, dann ist sie auch nicht bereit zu heiraten, weil es steht... Wer macht das dann aber fest? Mal ganz ehrlich, du kannst doch nicht von einer Zwölfjährigen... Und es passiert, dass Zwölfjährige geeheligt werden. Du kannst doch nicht davon ausgehen und sagen, dass die, weil sie sagen, ich bin soweit, dann da auch wirklich das machen muss. Ja, wir sind ja... Was ist denn los mit euch? Sag mal jetzt mal, oh Scheiß. Willst du mir sagen, da ist der Koran schuld? Jetzt, dann sag ich dir... Ja, ich sag, daran ist der Koran schuld. Daran ist Mohammed schuld. Dass Mohammed das als Vorleben gemacht hat und dass ihr das auf Grundlage dessen nehmt, um das heutzutage durchführen zu können. Also, dann frage ich dich, ist jetzt Jesus schuld, dass es in eurer Kirchenväter Pädophilien gibt oder... Nein, weil Jesus nicht das Vorbild ist, dass das Pädophil war. Ja. Oder war Jesus Pädophil? Hatte Jesus eine Sechsjährige geheiratet? Rebekka war drei. Ja. 600 Jahre vor? Rebekka war nicht drei. Rebekka wurde mit drei Jahren Isak versprochen. Als Rebekka Isak gesehen hat, ist sie vom Kamel gesprungen. Hat danach dann, äh, zehn Kamele mit dem Knecht zusammen getränkt über Tonkrüge. Was seufzt so ein Kamel eigentlich? Wie oft musst du laufen für ein Kamel, um es dann zu tränken? Ja, ist ja egal. Jetzt machen wir das Ganze mal zehn. Um fair zu bleiben, weil der Knecht dabei ist, nehmen wir dann also fünf Kamele. So, fünf Kamele müssen jetzt getränkt werden. Von da Rebekka. Und dann ist es Rebekka also mit drei Jahren möglich gewesen, Tonkrüge mit immensem Gewicht dann ständig hin und her zu tragen, um die Kamele zu tränken. Und wieso hat Rebekka sich eigentlich nicht verletzt, als sie vom Kamel gesprungen ist? Stopp, stopp. Mal ganz kurz, bitte. Was ist Rebekka? War es Rebekka eine super Frau? Super Womel oder was? Ich hab noch eine richtig gute Frage. Ist Isak denn, äh, der beste Mensch aller Zeiten gewesen und, äh, ein Vorbild? Sicher, jeder Prophet ist ein Vorbild. Ja, aber Isak, wie gesagt, Alter, kommt aus dem Judentum. Egal, für uns sind alle... Nicht egal, nicht egal. Euch ist immer alles egal. Ihr wollt uns hier alle verkaufen, dass eine neunjährige erwachsene Frau sein kann. Ihr seid, Alter, wirklich barbarisch. Aber warum verstehst du das nicht? Ich hab dir doch gesagt, die Kriterien muss erfüllt sein. Weil ich jetzt... Weißt du, weißt du, woher ich das weiß? Weil ich jetzt 37 Jahre alt bin. Ja. Und weil ich weiß, dass mein 18-jähriges Ich einen Scheißdreck von der Welt wusste. Und dann willst du mir erzählen, dass eine neunjährige in der Lage ist, die Komplexität der Welt zu verstehen und zu sagen, ich will jetzt für immer mit diesem Mann verheiratet werden. Willst du mir das erzählen? Sie sagt ja selber in Hadith. Der andere hat's dir gar nicht... Weil was? Weil sie sonst in die Wüste geschickt wurde? Ach mein Gott, sicher nicht. Nichts, ach mein Gott. Aber ja, jetzt bringt nichts. Ich kann dir belegen und bringen und tun. Du verstehst es nicht. Du kannst mir nichts belegen. Du kannst einfach nur einsehen, dass der Sex mit einer neunjährigen verwerflich ist. Und solange du das nicht tust, bist du für mich nicht mal ein Mann. Definitiv. Ich bin da deiner Meinung, dass ich niemals eine neunjährige jetzt in dieser Zeit geheiratet hätte. Niemals. Und ich hätte niemals meine Tochter einem Mann gegeben mit neun Jahren alt. Und zwölf? Auch nicht, wenn's der Prophet ist? Niemandem. Auch nicht, wenn's der Prophet ist? Wenn die Zeit, wenn die Zeit da wäre, so... Dann wärst du stärker als Abu Bakr. Nein, wieso soll ich... Weil er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Nein, Abu Bakr... Seine Tochter vor den Fängen dieses 54-Jährigen zu retten. Es war eine Ehre, ihm geh zu geben. Verstehst du? Ja, ja. Denn Allah hat nicht gesagt, du sollst sie mit neun heiraten. Allah hat nur gesagt, du sollst sie heiraten. Und nicht welchem Alter. Verstehst du? Er hat sie aber mit sechs geheiratet, mit neun hat er sie genommen. Jetzt frage ich dich. Jetzt... Gut, super. Er hat sie mit sechs geheiratet, mit neun hat er sie genommen. Er hat sie mit sechs genommen. Sie war vorher schon verlobt? Ja, wie? Er hat sie mit sechs geheiratet und mit neun genommen. Nie, nee, nee, nee. Das, was der Albo sagt, das stimmt. Das stimmt, weil eigentlich war Aisha schon für jemand anders versprochen. Aber das hat der Prophet ja dann einfach zunichte gemacht, weil er gesagt hat, ich bin der Prophet, ich höre als einziger die Stimme Gottes und deswegen nehme ich jetzt deine Tochter. Es wurde ihm so prophezeit, dass er seine Tochter heiraten soll. Ja, genau. Und wenn du jetzt eine sechsjährige Tochter hast, Albo, und zu dir kommt einer und sagt, ey, ich bin der neue Prophet des Islams und du glaubst das und der sagt zu dir so und Allah hat gesagt, ich soll deine Tochter jetzt heiraten und dann machst du das. Was? Wäre die Zeit damals, also wäre die damalige Zeit so? Sag es bitte nicht. Dann sicher, ja. Warum nicht? Wenn sie alle Kriterien erfüllt. Sag es bitte nicht, sagt er noch. Das ist das beste, was für eine Rede wäre, am besten Menschen der Welt meine Tochter zu geben. Alter, sag mal ganz ehrlich, was bist du für ein Vater? Was bist du für ein Vater? Boah, das ist ja schlimm, Alter. Ja. Wahnsinn. Eben, ich hab dir ja gesagt. Alleine wenn jemand auf die Idee kommen würde mich das zu fragen, ganz ehrlich, ich glaube wir würden am Ende dann ganz arges oder ich würde ein ganz arges Problem kriegen. Ich glaube es würde auf jeden Fall da enden oder enden, dass ich definitiv für meine Schandtat dann gerade stehen müsste, weil ich glaube ganz ehrlich denjenigen hätte ich das Leben genommen. Aber eben, ich sage dir, wieso wurde der Prophet nie, nie wegen dem verurteilt. Nie. Er wurde in so vielen... Von wem sollte er denn verurteilt werden? Von wem? Von Rebekka oder was? Roy, hör mal auf zu schreien, du schrei halt. Mirza, das geht dich gar nichts an. Hier wird so geredet. Wenn dir das nicht passt, kannst du gleich wieder gehen. Bevor wir weiterreden, ich wollte nur Bescheid geben. Ich habe gehört, dass dieser Livestream aufgenommen wurde und Roy, du wirst wegen Vollzeitung auf jeden Fall angezeigt, also... Oh ja, bitte, Alter, schreibst du dein Poesiealbum und gebe dir auf den Sack, Mann, Alter. Stell dich hinten an, Bruder. Ich merke, das führt zu nichts. Ich merke, du hast deine Meinung, ich habe dir meine Meinung erklärt, du nimmst das nicht an. Nein, du hast keine Meinung, du hast ein krankes Denken im Schädel. Okay, dann ist das so für dich, okay, super. Das sollte auch für dich so sein. Nee, Mirza, ich hole dich garantiert nicht hoch. Du kommst hier hoch und laberst einen von Anzeige, wie gesagt, stell dich hinten an. Mein Gott, Alter. Also danke fürs Hochholen und einen schönen Tag noch. Ja, wie gesagt, lass die Finger von den Kindern, Junge. Und bitte krieg keine Töchter. Ja, und verheiratet die nicht. Das schreibt mir Allah zu, nicht dir. Ja. Warte mal schön auf seinen Palmenpenis, dann kannst du Sackküpfel spielen. Komm, sollen wir noch mal Mirza versuchen? Komm, er bittet, er bettelt ja schon. Abo, 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 richtig aggressiv. Aggressiv? Aggressiv? Was ist mit dir? Bist du ein bisschen zurückgeblieben? Ich werd dir keine anzeigen. Äh, ich hab so mitbekommen, ich wollte ... Äh, sag mal, hast du irgendwelche kognitive Störungen, dass du jeden Satz mit äh anfängst? Äh ... Okay, wollt ihr jetzt persönlich über ... Das ist nicht persönlich. Das ist einfach, was such deinen Arsch auf einer Diskussionsplattform, wenn du aller äh nicht reden kannst. Was hat es damit zu tun? Ihr greift mich persönlich an, statt einfach über dieses Thema zu reden. Äh ... Willkommen in Deutschland, Bruder. So Mirza, hast du jetzt noch irgendwas Vernünftiges beizutragen oder möchtest du einfach nur aus deinem Polizialen folgen? Wir sind das, wovor euch eure Imams gewarnt haben. Wir sind die schweinefressenden Kuffar, die sich niemals eurer Hinterwäldler-Religion, Alter, unterwerfen werden. So einfach ist das. Checkt das. Ja, ich weiß. Ja, dann weißt du ja Bescheid. Aber ich hab nur eine Frage. Äh ... Wenn sie nicht mit äh anfängt, kannst du es ruhig stellen. Das ist ja der Wahnsinn, Alter, der macht das ständig. Äh ... Warte, wer schreit da überhaupt die ganze Zeit? Räu, oder? Hast du die Idee-Kreu, oder was ist bei dir los? Hast du vier Menschen? Redest du mit Roy oder mit Patrick? Äh ... Äh ... Äh ... Wenn Gott ... ... euch befiehlt. Wenn Gott euch befiehlt, eine Neunjährige zu heiraten, würdet ihr es machen, oder nicht? Dann würde ich denken, dass das der Teufel ist. Und was will der denn von mir? Nein, 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 nein. Ja, doch, doch, doch. Du hast mich gefragt. Das würde ich denken. Ich würde sofort ... Ja, wenn ich in dieser Höhle gewesen wäre, und Jibril hätte mich am Hals genommen und hätte gesagt, hier Bruder, du sollst eine Neunjährige heiraten, hätte ich dir ein Paar gegeben. Wenn Gott ... Ich hab eine ganz klare Frage gestellt. Ich hab nicht vom Teufel geredet. Ich hab gesagt, wenn Gott ... Und ihr wisst, es ist Gott. Wenn Gott sagt, ich weiß besser als du ... Dann ist es kein Gott. Dann ist es kein Gott. Dann würde ich nicht glauben, dass es Gott ist. Ich bin Gott. Ich hab dich erschaffen, und ich weiß besser als du, was richtig was falsch ist. Ist mir scheißegal. Trotzdem würde ich es nicht machen. Okay, also du würdest auch, wenn du weißt ... Freier Wille. Der freie Wille, den wir geschenkt bekommen haben, den tritt man in dem Moment mit Füßen. Vielleicht will Gott dich auch nur testen. Und sagt, ey, sobald er dir heiratet, bist du ein Sünder. Du philosophierst zu viel rum. Ja, du philosophierst zu viel rum, Bruder. Ich hab mir eine ganz klare Frage gestellt. Wer philosophiert denn hier gerade? Du hast gerade philosophiert, was ist, wenn Gott dir das sagt? Ist das nicht rumphilosophieren? Das ist eine rein ... Wie oft hat Gott denn zu allen Propheten gesagt, dass die Sechsjährige heiraten sollen? Bei welchen anderen Propheten war das so? Das ist eine rein theoretische Frage. Schau mal, ich hab nicht eine Frage gestellt. Ich hab gesagt, wenn du weißt, es ist Gott, und Gott spricht zu dir, er sagt zu dir ... Ja, aber das ist Schwachsinn. Lass mich bitte ausreden. Ja, ich verstehe ja, was du sagen willst. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Okay, du würdest dann sagen ... Aber das macht keinen Sinn. Dann ist es kein Gott. Ja oder nein? Nein, weil es dann kein Gott ist, wenn er so etwas von mir verlangt. Okay, also du würdest auch, wenn du weißt, dass es Gott ist, wenn er dir etwas beschreibt, würdest du Nein sagen? Ja. Weil du mit deinem eigenen Verstand da herausbekommen hast ... Dann hätte er mich nicht erschaffen sollen. Aber das wusste er ja, weil er ja allwissend ist. Also wusste er, dass er mich erschaffen wird und dass ich diese Entscheidung hundertprozentig so treffen würde, dass ich sagen würde, ist mir scheißegal, schmeiß mich in die Hölle, aber ich werde mich niemals an einer Neunjährigen vergehen. Was geht nur in euren hässlichen Köpfen ab? Ich hab ... Schau mal, ich hab dich gefragt. Würdest du Gott widersprechen, auch wenn du weißt, dass es Gott ist? Ja, wenn er das von mir verlangt, dann ja. Dann bist du Wissender als Gott. Das ist mir scheißegal in dem Moment. Also, mir geht es in dem Moment, dass ich keine Neunjährige knack. Und dafür würde ich sogar die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Wenn ich das dafür nicht tun muss, dann würde ich in der Hölle sitzen mit Stolz. Aber welcher Gott sollte so etwas von einem verlangen? Ich glaube, in der Hölle wärst du nicht mehr so stolz. Na ja, aber welcher Gott verlangt so etwas? Ein guter Gott? Einer, der Wissender ist als du. Ein was? Einer, der Wissender ist als du. Ist ja eklisch, Bruder. Einen pädophilen Gott, Alter. Der den eigene Kreation befiehlt, die Kinder zu vergewaltigen. Was ist das denn, Alter? Ich hätte auch das ... Was gibst du hier gerade Preis, Junge? Was? Euer Gott befiehlt Pädophilie? What? Was bedeutet denn Pädophilie? Äh! Was bedeutet ... definier mal Pädophilie. Alter, das ist der Geschlechtsakt zwischen Erwachsenen und Kindern. Nein, das ist nicht die Definition von Pädophilie. Ja, dann hol deine eigene Definition. Für mich ist es, Alter, für mich ist es der Sex mit Kindern. Das ist ... das ist keine ... Nee, Alter, ey, wie hast rechtfertigt, Leute? Ich kann nicht mehr. Das ist der Zehnte heute oder so. Der Zehnte. Wir müssen ... wir müssen ... ich weiß, wir müssen irgendwas machen. Aber Patrick, wir stellen fest, der Islam ist auf jeden Fall keine Gefahr. Auf gar keinen Fall. Nee, auf jeden Fall nicht für unsere Kinder. Nein! Ich bring euch die Definition. Pädophilie ist ... Die Neigung an Kindern. Ja, die Neigung für Kinder. Wir wissen es. An nicht geschlechtsreifen Kinder. Ja, und eine 9-Jährige ist nicht geschlechtsreif. Doch, natürlich. Nein, nein. Natürlich kann eine ... Ja, dann bist du ein Pädophilie. Also kann eine 9-Jährige nicht eine Menstruation haben. Pass auf, Patrick, wir stellen jetzt also fest. Ist dir klar, ist dir klar ... Patrick, warte mal, warte mal. Warte, dass sogar 14-Jährige, die schwanger werden, hier heutzutage Gefahr laufen und dass die sogar gesagt bekommen, die sollen das besser mal nicht machen, weil die Geburt dann nicht ohne Komplikationen abläuft. Schau mal. Weil der Körper eben noch nicht ausgereift ist. Und jetzt haben wir von 14-Jährigen geredet. Denkst du, eine 9-Jährige ist bereit, ein Kind auszutragen? Ich habe dich gefragt, was ist die ... Soll die dann als 10-jährige Mutter werden? Was? Und als 20-jährige Großmutter? Als 30-jährige Urgroßmutter? Was geht in euren Köpfen vor? Es kann sehr gut sein, dass deine Urgroßmutter mit 13 geheiratet hat. Aber wir haben festgestellt, es ist falsch. Das hast du festgestellt nach 2000 Jahren von Zivilisation. Ich leb doch erst seit 1986. Ich leb doch erst seit 1986. Nein, nein. Und weit vorher haben wir das schon erkannt, dass das nicht gut ist, wenn man Menschen zur Ehe zwingt. Zivilisationen davor haben wir das nicht erkannt, aber Roy im 21. Jahrhundert hat gecheckt ... Erst mal rede ich ... Alter, ich rede gar nicht! Pass auf! Keiner von denen checkt den Unterschied, Alter. Das ist echt krass. Nein, ihr fresset es kaum. Ich muss gar nicht mehr mit euch reden, weil ihr habt gesagt, selbst wenn Gott mir etwas befiehlen würde und ich weiß, dass es Gott ist, würde ich trotzdem widersprechen, weil meine eigenen Gelüste mir sagen, dass es falsch ist. Meine eigenen Gelüste? Die Gelüste ist doch, wenn du das Kind nimmst! Nein, das hat nix mehr ... Ich würde zu Gott sagen, leck mich am Arsch! Ja, so wärst du, glaub ich. Mach das Kind, nimm das Kind doch selbst, wenn du es geil findest. Aber ich doch nicht! Bist du gläubig, Roy? Das ist Patrick, Mann! Aber gut, Roy, das siehst du ja genauso. Patrick, bist du gläubig? Was? Überhaupt an Gott, das ist eine Frage. Ich glaube auf jeden Fall nicht an einen Gott, der sagt, als ein 54-Jähriger eine 9-Jährige heiraten soll, aus irgendwelchen Gründen. Was war denn der Grund dafür? Was war denn der Grund dafür? Wenn Gott dir sagt, schlachte ein ganzes Volk ab ... Mach ich nicht! Machst du auch nicht? Nein! Auch wenn Gott es dir befiehlt? Ja! Also du würdest auch in dem Punkt Gott widersprechen. Ja! Weil es nicht Gott ist, wenn er von mir verlangt, dass ich töte! Und wenn ich dir sage, dass unser Prophet Moses Friede und Segen sei auf ihn ... Das ist nicht mein Prophet! Okay, es ist aber mein Prophet! Ja, aus dem Judentum, schön für dich! Er hat im Alten Testament von Gott ... Ja, im Judentum! In der Thora! Der ewige Gott ist laut den Christen Jesus. Friede sei auf ihm! Und er hat im Alten Testament Moses befohlen, die Städte um Israel herum anzugreifen und die Völker dort abzuschlachten. Wer hat wen angegriffen und abgeschlachtet? Moses! Moses! Er hat die Feinde von Israel abgeschlachtet! Ja! Und bin ich jetzt ... Und was geht mich das an? Bin ich Jude? Wenn du das ... Was geht mich das an? Du würdest an seiner Stelle sagen, nein, du bist nicht Gott, weil du befiehlst mir gerade etwas Schlechtes. Ich weiß was als du. Ja, genau! Ganz genau! Dann ist es kein guter Gott, wenn er mir etwas Schlechtes befiehlt. Ganz genau so sieht es aus. Du hast es dir selber beantwortet. Langsam glaube ich. Du glaubst überhaupt gar nicht an einen Gott. Ich glaube an den Buddhismus. Ich bin Buddhist. So, schönen guten Tag! Und das erlaubt mir Gott sei Dank so einen hirnverbrannten Scheißdreck, den du hier von dir gibst, zu hinterfragen. Was ist, wenn Gott dich zwingt, Menschen umzubringen? Dann ist es ein Teufel! Also ganz ehrlich, ich bin selber Muslim, aber mit neun Jahren ... Mir ist das wirklich ... Du musst wirklich pädophil. Ganz ehrlich, wenn du sowas dullen musst. Ganz ehrlich. Für mich bist du eine ... Bist du 100% ... Nee, Wallah, du bist eine ... Du bist eine ... Du bist eine Pädophilie. Wenn du glaubst, neunjährige heiraten, Kinder machen. Früher ... Früher war normal gewesen. Du bist Muslim? Du bist Muslim? Meine Mutter hat auch ... Ja, richtig. Muslim heißt nicht, einfach nur gestört im Kopf zu sein und alles, was da steht, zu glauben. Ja? Hör mal zu, neunjährige ist ne neunjährige. Und jeder, der auf neunjährige, ist ein Kinderständer. Und nichts anderes, egal was in ein Büchergott irgendwas da reingeschrieben hat, von Menschen geschriebener Büchergott. Völlig uninteressant. Neunjährige ist ne neunjährige. Und ne dreijährige ist ne dreijährige. Wenn da scheiße nochmal drinstehen würde, dass ne dreijährige okay ist, da würden wir auch drauf scheißen. Ist doch wohl normal. Wir sind doch keine Kinderschänder. Ja, was geht denn mit dir, Marc? Einsame Spitze Lambo. Einsame Spitze. Also Abdi sagt, er ist Muslim, aber sagt, dass Mohammed ... Ich würde nie in meinem Leben für einen heiligen Krieg gehen. Warum soll ich Leute umbringen? Warum? Auch wenn Gott es dir befiehlt? Ja, wenn Gott ... Dann bist du kein Muslim. Weil Muslim heißt Gott. Abdi ist hier der klar denkendste Moslem, den ich kenne. Er ist kein Moslem. Moslem heißt, dass du Gott bist. Du bist vielleicht gar kein Moslem. Er ist also kein Moslem in deinen Augen, weil er nicht pädophil ist. Weil er seine Töchter nicht beschneiden lässt. Weil er nicht alles einfach so frisst, was der beste Mensch alle Zeiten der Jeden hat. Irgendwas von sich gegeben hat. Eine Frage. Okay, ich hab dann eine Frage an Abdi. Ich hab eine Frage an Abdi. Ich esse keine Schweinefleisch. Ey, ganz kurz. Ich bin beschnitten. Ich bin beschnitten, der Heiligen. Ich esse keine Schweinefleisch. Ja, weil ihr der Heilige Gott ja Fehler macht, ne? Mirza, warum beschneidet man? Hat Gott einen Fehler gemacht? Eine Frage an Abdi. 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 Warte ganz kurz. Ich bin ja der Host. Ich hab jetzt erstmal eine Frage an dich, wenn es schon um die Beschneidung geht. Und zwar, hat Gott einen Fehler gemacht, indem er den Menschen eine Vorhaut gegeben hat? Oder warum verbessert ihr Gott? Weil er nicht allwissend ist. Es gibt keinen allwissenden. 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 Es gibt keinen allwissenden Gott. Den gibt es gar nicht. Das ist ein Massenmörder. Ein Wasserflutmassenmörder. Der Baby ist unschuldig getötet und unschuldige Kinder tötet. Das hat er bei der Flut getan. Ein Massenmörder. Nicht allmächtig. Nicht allwissend. Er hat Wasser als Werkzeug benutzt. Warum? Weil er nicht allmächtig ist. Warum braucht er wohl Engel? Weil er nicht allmächtig ist. Ganz einfach. Das sind Kindergarten-Geschichten für Kinder. Die irgendwann stolz drauf sind, dass sie als Kind geprägt wurden davon. Es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott. Und zwar ein allmächtiger Büchergott. Der Büchergott ist uns nämlich. Hab ich dir beigebracht. Und du mit deinem Erwachsenen-Gehirn kriegst es nicht gerafft, dass neunjährige Kinder sind. Hallo ganz kurz. Mirza. 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 Was ist für dich IS? Haben die gut gemacht oder nicht gut gemacht IS? Sag mir das jetzt. Für mich sind Wahhabiten eine irregehende Gruppierung. Aber das ist eine andere Sache. Also du sagst die IS hat gut gemacht. Eine was? Eine irregehende? Eine irregehende Gruppe, ja. Also eine irregegangene Gruppe. Aber ich habe jetzt eine Frage an Abdi. Schau mal. Ihr weint die Fragen aus. Du hast mich was gefragt? Ich frag dich jetzt. Allah sagt im Koran, Mohammed und Rasulallah, Mohammed ist der Gesandte Allah. Die, die mit ihm sind, sind gewaltvoll gegenüber die Ungläubigen, barmherzig untereinander. Er sagt, er sagt, wer Mohammed befolgt, ist gewaltvoll gegenüber die Ungläubigen. Abdi bist du das. Ah, du bist gewaltvoll gegenüber Ungläubigen. Mirza. Nochmal. Was? Jetzt geht die Unterhalten los, wenn man Moslem und Moslem aufeinander loslässt. Wenn Moslem und Moslem unterschiedlicher Meinung sind. Abdi. Hast du gerade eben gesagt, dass ihr als Mos... Ja, der hat gerade gesagt, dass man als gläubiger Moslem, ja, Gewalt gegen Ungläubige aus... Nein. Ich habe eine Frage an Abdi. Wenn sie uns angreifen. Ah, nee, nee. Lass die Antworten, lass die Antworten. Abdi. Allah sagt im Koran. Allah sagt im Koran. Du bist wie IS. Ich habe gerade gesagt, dass ist eine ehregröle Gruppierung. Doch, 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 genau. D.I.S. Du bist eine ehregröle Gruppierung. Du bist doch gegen Ungläubige, was redest du denn da? Du willst doch gewalt anwerden gegen Ungläubige. Du bist genau so ein... Du bist ein Salafist. Hör nichts anderes. Du willst kämpfen gegen Ungläubige. Gegen Dein. Weißt du, wie viele Leute heute schon hier waren und genau das abgestritten haben, was er gerade einfach so zugegeben hat? Geil. Erst mal abdecken. Danke, Mirza. Mirza, du weißt, es wird alles aufgenommen. Können Sie jetzt Abdi beantworten lassen? Ich habe eine Frage an dich. Bitte nur ja oder nein. Mirza, Chalas. Mirza ist kein Moslem. Mirza ist kein Moslem. Ist er nicht. Er ist überhaupt gar kein gläubiger Moslem. Er ist alles nur in der Tat. Ich unterzuzeige keine Gewalt. Ich bin ein freundlicher Muslim. Ich gebe meiner Glauben nach. Ich bete. Ich esse keine Schwein. Vielleicht mein Vater war in Mekka. Ich habe dich eine Frage gestellt. Meine Mutter ist von Mekka gewesen. Und du kommst mir sagen, ich bin kein Muslim. Du unnötiger Radikaler. Du bist eine Unglaubige. Abdi, schau mal, hör mal zu. Radikaler, richtig. Radikaler. Radikaler, auch neunjährige draufgehender. Radikaler, ganz radikal. Lasst mich ausreden. Lasst mich ausreden. Schaut mal, ich schreit zu fünft auf mich ein. Was will du einen Scheiß, den du labert? Ausreden lassen. Öffentlich. Laber den Scheiß in deinem beschissenen Zimmer. Verpiss dich aus der Öffentlichkeit. Mit deinem Scheißgelaber. Was darfst du daran nicht? Ihr seid hier voller Gewalt. Ihr seid hier voller Gewalt. Macht ihr euch keine Sorgen. Eure Enkelkinder werden Muslime sein. Inshallah. Macht euch da keine Sorgen. Abdi. Abdi, du Sektenfreak. Du Sektenfreak. Du bist ein irregeleiteter Sektenfreak, der auf Gewalt und Kinder spielt. Wart mal kurz, Lambo. Mirza, wie wollt ihr das denn erreichen? Darf ich reden? Äh, Patrick, bitte. Äh, erst mal drauf an. Abdi meine Frage immer noch stellen. Lass mich diese eine Frage stellen. Ich geh dann raus. Ich geh dann raus. Lass mal den Kärfer ab, die reden von den Propheten, die Frau. Die wissen schon mal, die, ja, die war neun Jahre alt, aber sie war kein Kind. Ich kann euch euch ganz knallen. Hahahaha. Ihr seid Kärfer. Ihr beide seid Kärfer. Ihr seid zwei Kärfer. Alter, der neunjährige ist überhaupt kein Kind. Nö, 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 nö. Mach mich groß, mach mich groß. Liga, seid ihr drauf, Leute? Mach mich groß, mach mich groß, mach mich groß. Würdest du ne neunjährige knallen? Ich sag der Hadith. Ich sag der Hadith. Ich sag der Hadith. Yallah, mach mich groß. Ich werd euch widerlegen. Mach mich groß. Ich werd dich widerlegen, mach mich groß. Ich werd euch widerlegen, mach mich groß und sag Yallah. Komm. Ja, mach dich. Zeig doch mal. Yallah, mach mich groß. Ja, mach ich. Sobald du hier ein Bild zeigst, bist du groß gemacht. Achso, ja, okay. Na, warte. Gut. Weil kann ja auch sein, dass du jetzt da irgendein Bild rein machst, nur damit mein Stream down geht. Nein, nein. Hab ich ja auch schon erlebt und dann bist du sofort rausgeschmissen und für immer gekickt. Ihr denkt wahrscheinlich Aisha, äh, Aisha war so, ne? Aisha Raudi. Aha. Richtig? Ja, das ist doch schon mal genau das richtige Alter, ne? Genau. Für dich. Dann... Bitte hier mit Respekt reden, ne? Danke. Ja, wenn sie neun Jahre alt ist, ist sie doch ne Frau, dann ist sie doch alt genug für dich. Warte, mach mich bitte, äh, wieder groß. Ja, weiter. Okay, ich kann das nicht lesen deswegen. Mach mal gut. Ja, ich kann es ja wieder groß machen, ist ja kein Problem. Ja. Aber ich guck mir die Bilder vorher an, bevor ich sie groß mache. Okay. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war weder noch groß, weder noch klein. Er war so ungefähr 1,80, okay? So. Und jetzt? Kann eine neunjährige, einen Mann, der über 1,80 ist, mach groß, mach groß. Und jetzt? Wie steht das? Sie sitzen? Ja. Wie gesagt, Bruder. Auch in der Bibel steht ein 1. Gründer 7,36, dass man nach der Geschäftsreihe für Sex haben darf. Leben wir hier nach Bibelrecht in Deutschland? Bibel war damals... Ja, aber ne, leben wir jetzt hier in Deutschland. Jetzt aktuell leben wir nach Bibelrecht. Leben wir nach Bibelrecht. Oh, Deutschland? Nein. Nein, wir leben nach dem Grundgesetz. Und nach dem Grundgesetz bist du... Ja, in Deutschland... Darfst du erst mit 18 Jahren heiraten. Punkt um Ende. Ja, okay. Damals war das nicht so, aber mach mich mal bitte groß. Ja? Und das ist uns scheißegal. Wir wollen nicht zurück in 600 nach Christus. Okay. Sie hatten ihre Haare... Mittelalter-Zombies, ne? Es gibt ja keine Mittelalter-Zombies, die kleben geblieben sind auf irgendeinem Buch. Hier steht, sie hat ihr Haar verloren, okay? Gut. Laut der Wissenschaft verliert man Haare während der Pubertät. Und es gibt sogar Beweise. Warte. Gott, Alter. Ey, wenn ihr so scharf auf neunjährige seid, dann macht das doch. Aber es ist ekelerregend. Ey, ich will es jetzt auch nicht mehr hören. Ey, sie war neun Jahre alt. Punkt um Ende. Bist du ein Jay? Wallahi. Sie war... Guck mal. Ja, sie war neun Jahre alt. Aber... Aber sie war kein Kind. Ja, genau. Sie war mehr reifer als du im Kopf. Ja, genau. Ja, genau. Aber wenn wir angegriffen werden, dann dürfen wir uns nicht zurückverteilen. Ja. Ihr habt euch verteidigt bis Spanien. Hä? Was hat das mit dem Propheten-Zeitz? Hä? Weil doch nach dem Islam gehandelt wurde. Ich hab diese Frage extra gestellt, weil ich wusste, wenn ich ab diesem Abdi, ne, diesem Kafir, wenn ich dem sage, dass Allah im Koran sagt, Muhammadur Rasulallah, wal ladhina ma'ahu O Allah. O Allah, Allah, lass dein Arabisch-Schnitt sein! Das ist doch nicht mit deinem Scheiß. Weiß nicht mit deinem Scheiß jetzt! Red Deutsch, junge! Was geht mit dir? Wenn ich ihm das gesagt hätte und ich hätte ihm gesagt, akzeptierst du das, dann hätte er gesagt, nein, ich bin ein Fe roff, ich will dich am Mose oder sonst irgendwas. Obd dir ist ein Kafir, Rallas. Du bist ein IS-Unterstützer, ich ficke deine Mutter, du Hurensohn. Hast verstanden, du radikaler Theorist? Alles optional, du Kafir. Alles optional, du Kafir. Alles optional. Ekelhafter Kafir. Ekelhafter Kafir. Ja, wie gesagt, wir wollen euren vorsinnflutlichen Islam nicht, versteht das doch einfach, wir werden ihn nicht annehmen, selbst wenn ihr im Recht seid, dann seht ihr halt die dummen Kuffar, natürlich, überall kommt eure Islamisierung, immer mehr von euch kommen hierher, ihr vermehrt euch unaufhaltsam, der eine hat es vorhin sogar selber gesagt, dass meine Urenkel Muslime sein werden, er hat es selber gesagt, Ja, inshallah, damit sie sich nicht in den Weg kommen, also was narrert ihr für ne Scheiße, ich glaub euch euren Frieden einen Scheißdreck, einen Scheißdreck, Okay, kein Problem, Patrick, aber warum schreibst du jetzt so? Ja, ganz einfach, weil ich mich durchsetzen muss gegen mehrere Menschen! Nein, wir sind zu zweit hier, ich schreib zu viert auf uns ein. Es gibt nix zu reden, du bist einer, der ne neunjährige wegmachen würde, weil er sie für ne Frau hält! Nein, 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 nein! Wird ich nicht! Doch, natürlich! Würde ich nicht! Warte, ey, wir reden doch mit Frieden hier, schrei doch nicht so! Dicker, es ist doch einfach... Das ist ISIS. ISIS sind dreckige Kinderschänder. Ekelhafte Drecksiseln. Jeder ISIS nach Guantanamo. Die sollen gefoltert werden ihr Leben lang. Die Drecksiseln Missgeburten. Alles Kinderschänder Missgeburten. Scheiß auf Kalifat. Hast verstanden? Verpiss dich mit deinem Scheiß, Kalifat. Steck dir dein Kalifat in deinen Arsch. Und dann darfst du zur Runde noch eine extra Runde da drehen. Habt ihr denn jetzt gekickt? Und ganz ehrlich, Mohammed war ein pädophiles Arschloch. Und wenn ihr ein pädophiles oder einem pädophilen Arschloch folgen wollt, um das dann in der heutigen Zeit durchleben und ausleben zu wollen, dann seid ihr nichts besseres. Und darüber solltet ihr mal nachdenken. Wenn du da deine Schwester sogar geben würdest, deine Tochter geben würdest, mal ganz ehrlich, dann solltest du mal darüber nachdenken, was dir im Leben wichtig ist. Irgend so ein dusseliges Buch oder dein eigenes Kind oder deine Falle zu dir. Das kann man sich nicht ausdenken. Wenn man all das da verteidigt und das noch als gut heißt, das was da möglich ist, auf Grundlage, dass der beste Mensch aller Zeiten das gemacht hat, mal ganz ehrlich, ihr solltet euch an die Birne fassen und euch fragen, ob der beste Mensch aller Zeiten vielleicht in einer Zeit gelebt hat, die absolut hinterweltlich war, die absolut nichts mit der heutigen Zeit zu tun hat und ihr in der heutigen Zeit all diesen komischen Sachen folgt und das nicht mal hinterfragt, es sogar möglich macht, es für gut heißt, es rechtfertigt, was mit euch in der Birne da so einiges kaputt sein muss, dass da irgendwas mit euch nicht stimmt, dass ihr irgendwie wirklich volle Suppe einverbummelt habt, dass wirklich, 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 ihr strunzele doofele seid. Okay. Ich fass es nicht, wie man immer noch versucht, irgendwie zu rechtfertigen, dass eine neunjährige eine Frau ist. Ich mach dich auch nicht mehr groß, lass mich ruhig. Hast du Angst? Ich hab keine Angst. Du kommst jetzt mit irgendwelchen Hadisen. Du hast doch ein schönes Gefühl, was kommt der denn da? Kinder in Europa lange Zeit. Ja, aber heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Verstehst du das? Schau mal, ihr versucht einen Mann für etwas zu verurteilen, was in seiner Zeit normal war. Nee, wir verurteilen die Männer, die das heute noch tun und ihn als Vorbild nehmen. Das ist der Punkt, Junge. Das ist der Punkt. Genau. Geistesgestörte, geisteskranke wie du, die weggesperrt gehören. Eiche lässt dich nicht mehr retten. Eiche lässt dich nicht mehr retten. Das ist alles längst Geschichte. Ja? Das ist längst Geschichte, aber heute heiraten erwachsene Männer, Kinder. Wer denn? Ich glaube, sie würde auch nicht von einem wie dir gerettet werden wollen. Wer heiratet heute noch Kinder? Das kann ich dir versichern. Warte, Ari. Wer heiratet heute noch Kinder? Sollt ihr jetzt das mit den Kinderehen aufmachen? Roy, zeig's bitte den Leuten. Zeig's mir. Zeig mir. Jetzt streichen sie die Kinderehen wieder. Ich bin schon wieder am Anfang meines Streams. Ich bin 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 wieder am Anfang meines Streams. Ihr seht das Ganze falsch. Ihr benehmt euch zwar ruhig, aber das, was ihr sagt, das stößt hier in Deutschland nicht auf Freude, meine Freunde. Weil hier in Deutschland ist eine Neunjährige ein Kind. Und das ist so. Das ist mir scheißegal, was deine Islamwissenschaft dazu sagt. Das ist mir völlig Wumpe. Wir haben sogar einen Ausdruck dafür. Das nennt sich Schutzbefohlene. Das sind Schutzbefohlene. Wenn man dann dieses Wort auseinander nimmt, dann ist es an dem, dass es uns befohlen ist, sie zu schützen. Und das machen wir dann lautstark. Das machen wir mit Nachdruck. Und mal ganz ehrlich, wenn ihr genau dagegen seid, dann ist es an dem, dass ihr dann die Kinder nicht schützt, sondern ein Mitgrund dafür seid, dass all diese Scheiße überhaupt passieren kann. Selbst in Deutschland passiert das. Das muss man sich mal ausdenken. Gerichte müssen sich mittlerweile mit Sonnenscheiße beschäftigen. Wir machen jetzt nochmal eine Schnellabstimmung. Wer denkt, dass eine Neunjährige eine erwachsene Frau ist, bitte den heulenden Smiley und den lachenden, wenn man sagt, eine Neunjährige ist ein Kind. Lass mich jetzt ausreden, Mann! Ich kann mich hier, ähm, kriegt nicht mal eine hohe Strafe ein Pädophiler hier in Deutschland. Ja, das ist zu verurteilen. Da gehe ich sogar mit dir. Die sollten mit noch härter bestraft werden als sonst irgendjemand. Genau. Da gebe ich dir recht. Ja, aber das zählt auch für die, die sie geheiratet haben, mein Freund. Die sollten alle in Guantanamo rein. Alle Kinderständer. Egal, wer das ist. Ich weiß nicht, die damalige Zeit mit dieser Zeit wie heute. Alter, was? Du bist entweder... Neun Leute, die sagen, dass ne... Dass ne... Was? Oh. Das sind Sektengestörte. Das sind alles Sektengestörte. Ey, Leute, wo sind die Leute? Die sagen, dass eine... Du musst jetzt mal kurz ruhig sein. Ich mach hier ne Abstimmung. Kriegst du das überhaupt mit? Ja, juck mich doch nicht. Wir reden hier. Warum willst du ne Abstimmung von der anderen? Ja, ganz einfach. Weil ich einfach mal wissen will, wie viele von diesen Leuten hier für die Kinder ist. Und nachdem jeder Einzelne jetzt abgestimmt hat und die, die jetzt einen heulenden Smiley geschickt haben, weil sie dafür sind, dass eine Neunjährige eine Frau ist, bitte alle entfernen. Danke für die Antimodis. Ja, kümmer bitte auch mal. Mal, Kinderständer raus. Kinderständer Dreck raus mit dem Dreck. Patrick, achte mal auf die Namen. Achte mal auf die Namen, die das da mit einem heulenden Smiley gemacht haben. Martin, Martin, Wagner... Ey, alle aufnehmen, bitte alle aufnehmen. Ich könnte sogar schwören, dass die, die sich an kleine Kinder ranmachen in Deutschland, nicht Muslime sind. Sondern ganz normal Deutsche. Gibt es, gibt es. Würde ich niemals abstreiten, dass es das gibt. Ich glaube, die absolute Mehrheit sogar. Ne, würde ich niemals abstreiten, dass es das gibt. Und das ist schwer zu verurteilen. Aber ihr streitet es ab. Alter, was hast du überhaupt mitgekriegt, für was du abstreiten? Indem ihr einfach sagt, eine Neunjährige ist eine erwachsene Frau. Das ist überhaupt keine Pädophilie. Was für ein Trick, Junge. Was für ein Trick. Das ist ja der August-Trick. Patrick, du musst noch mal abstimmen lassen. Die Leute haben das falsch verstanden. Die Leute haben das falsch verstanden in der Abstimmung, weil ständig einer dazwischen gebrabbelt hat. Mach die Abstimmung bitte noch mal. Ja, dann musst du jetzt ruhig sein. Jeder, der sagt, dass eine erwachsene Frau neun Jahre alt sein kann, der bitte den heulenden Smiley. Und jeder, der sagt, nein, eine Neunjährige ist ein Kind, den lachenden. So schwer ist das doch nicht. Ich habe Ihnen gerade per Hadith gezeigt, dass es kein Kind war, dass Aisha, radiallahu anhala, kein Kind war. Ja, ja, sie war neun Jahre alt, geht aus diesem Hadith hervor, der ist Sahih, halt den Mund. Hä? Ah, jetzt sieht es ganz anders aus. Du weißt schon mal, was Sahih bedeutet? Doch, Sahih bedeutet, dass es authentisch ist. Wer ist Sunan Abidu? Bedeutet es das? Bedeutet es das, dass es authentisch ist? Bedeutet es das? Ich habe nicht was gefragt. Sahih bedeutet authentisch, okay, aber wer... Oh, der weiß bestimmt nicht mal, was dann ich. Wer ist Sunan Abidu? Das ist mir, das ist mir Schwanz, Junge. Du weißt nicht mal, wer das ist, wenn du... Ja, das ist mir egal. Ja, also red du ruhig. Das ist irgendein Spinner, Junge. Das ist irgendein Spinner, der den Scheiß hier geschrieben hat. Alle aufnehmen, alle aufnehmen. Aber du redest hier ohne Wissen. Wallahi, du redest ohne Wissen. Alle aufnehmen, alle aufnehmen. Weißt du was, du gehst jetzt. Die ungläubige Gewalt ausgeben wollen, öffentlich hier. Alle aufnehmen, alle aufnehmen. Haben sogar noch Spaß dran. Die ISIS-Männer. Nee, Politik-News. Geh mal gleich weg. Ich weiß, wenn es um Pitophilie geht, sind die Grünen nicht weit. Aber lass es bleiben, Politik-News. Geh gleich wieder, ey. Ey, wieso kickt ihr den immer? Bitte? Wieso kickt ihr ihn immer? Ja, weil er ein Unverschämter ist. Wieso? Er hat doch ganz respektvoll geredet. Nein, hat er nicht. Was hat er denn gesagt? Du redest auch nicht respektvoll. Natürlich red ich respektvoll. Nein, redest du nicht. Du sagst, ein 9-Jähriger ist eine Frau. Ja. Ja? Er weiß doch gar nicht, was Respekt ist, Mann. Du checkst es nicht. Du checkst es nicht. Du bist hier in Deutschland. Für uns bist du ein Pädophiler. Nein, ich bin kein Pädophiler. Doch, bist du. Pädophil würde heißen, dass ich eine Neigung zu nicht geschlechtsreifen Kindern habe. Du unterstützt auf jeden Fall Pädophilie. Nein, aber nicht. Pädophilie. Pädophilie. Entschuldigung. Ich sage, Aisha war eine Frau. Und ich unterstütze nicht Geschlechtsverkehr mit unreifen Mädchen. Ja, und jetzt sagt dir irgendjemand, dass sie schon reif war, aber sie war nun mal 9 Jahre alt. Und deswegen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sie schon reif genug war. Weil die 9-Jährigen waren weder vor 100 Jahren noch heute sind sie mit 9 Jahren reif für Geschlechtsverkehr. So einfach ist das. Schau mal, Aisha radiallahu anha, sie war nicht nur eine Ehefrau, sie war auch eine Lehrerin. Sie war eine Geschäftsfrau. Sie hat so viel Gepärten. Mit 9, mit 9. Nicht vielleicht mit 9, aber... Mit 9 war sie Geschäftsfrau und Lehrerin. Nein, nicht Geschäftsfrau. Und Mutter. Nein, nein. Sie war die Mutter. Aisha radiallahu anha. Ja, ich weiß, dass sie nicht Mutter war, aber das hat jetzt so gut dazu gepasst, weil mit 2 Fulltime-Jobs und dann noch ein Kind und so, das wäre ja die perfekte Frau. Lasst mich mal ausreden. Sie war erst mal keine Mutter. Man nennt sie Mutter der Gläubigen, weil sie die Frau von Mohammed sallallahu alaihi sallam ist. Aisha radiallahu anha, sie war eine Lehrerin. Die Kinderehefrau. Sie hat... Weil sie als 6... Was sagst du denn, als 6-Jährige war sie doch wirklich noch ein Kind, oder nicht? Sie hat den... Sie hat den Gläubigen, den Gefährten... War sie als 6-Jährige ein Kind, oder nicht? Sie hat den Gläubigen... Also, also die ist auf die Welt gekommen und war erwachsen. Sallallahu alaihi sallam. Sie hat den Gefährten dem Islam beigebracht. Also sie ist... Ja, sie ist auf die Welt gekommen... Sie ist auf die Welt gekommen und war erwachsen. Nein, das sag ich doch gar nicht. Natürlich, mit 6 kannst du heiraten, mit 9 kannst du drüber, scheißegal! Das sag ich doch gar nicht. Ja doch! Nochmal. Aisha radiallahu anha, sie hat ein gutes Gedächtnis gehabt. Wie kann ein kleines Kind tausenden Gefährten eines Propheten den Islam beibringen? Erzähl mir das. Alter. Erzähl du es mir. Sag du mir, wie eine 9-Jährige das fertig bringt. Ich sag doch, sie war kein kleines Kind. Sie war eine erwachsene Frau. Im Körper einer 9-Jährigen. Im Körper einer 9-Jährigen. Sie war die wissendste Frau. Ja, das heißt, sie war eine erwachsene im Körper einer Frau. Äh, im Körper, äh, eine erwachsene Frau im Körper eines Kindes. Das willst du mir doch gerade erzählen. Nein. Ich sag, sie war eine erwachsene Frau. War sie nicht? Mit 9 Jahren bist du keine erwachsene Frau? Warum hat der Eiche dieses Wissen ein? Nee, reicht jetzt, reicht jetzt, reicht jetzt, reicht jetzt. Nee, reicht, wir versuchen jemand anders. Wenn man es immer noch nach einer halben Stunde nicht versteht, dass eine 9-Jährige keine erwachsene Frau ist, dann suchen wir mal den nächsten. Aber warte mal, Patrick, lass uns mal noch schnell darauf einigen, was du da irgendwie gesagt hast. Nee, nee, ich kann das nicht mehr, Roy. Ich kann das nicht mehr. Das ist doch nicht normal, Alter. Guten Abend. Der Nächste, bitte. Ich bin kein Muslim, schon mal korrekt. Aber du willst das jetzt verteidigen, oder was? Weil dein Abstimmverhalten habe ich gesehen, Murat. Ich will das auch niemals verteidigen. Dann hast du also vorne dich auch nur verdrückt. Dann hast du also vorne dich auch nur verdrückt. Ja, genau. Murat, du doppelst dich. Oh, nee, nicht die Birne. Nee, der kommt nur ganz kurz hoch, weil er hier gerade reingeschrieben hat, man soll hier den Stream anzeigen. Und deswegen Politik-News. Ich bin euch eigentlich ein, hier so zu hetzen, Alter. Ich sag, was immer ich will, das geht euch gar nicht. Ja, das geht dich gar nichts an. Das ist mein Stream. Oh, du doch ab. Das ist hier nicht deine Hetze. Das ist mein Stream. Das ist hier nicht deine Hetze. Das ist hier nicht deine Hetze. Das ist hier nicht deine Hetze. Das ist hier nicht deine Politik-News-Ticker. 17 Uhr 16 und Politik-News ist Hacke von Sternburger. Meldet diesen Hetzer. Meldet Roy. Meldet den Tod. Ab jetzt los. Ey, ist dir klar, dass mein Stream jetzt... Ey, mein Stream geht jetzt schon seit sieben Stunden. Du kannst melden, wie du willst. Du kannst melden, wie du willst, Junge. Meldet den Tod. Ich schwör's euch. Ich mach jetzt. Ich lass jetzt alle Leute auf dich los. Ich lass jetzt alle Leute auf dich los. Das sind jetzt übrigens hier die Grünen, die, sobald sie Pädophilie hören, sofort aus dem Loch gekrochen kommen und auch finden, dass man früh sexualisieren sollte und dass neunjährige auch schon Frauen sind. Also wie gesagt, der Politik-News, der ist ein heimlicher Moslem. Der weiß es nur noch nicht. Hol mir deine Frau. Hol mir deine Frau. Also der Patrick redet mit dir, du Döde. Hau ab. Hau ab. Es ist mir scheißegal, wer mit mir redet. Patrick von Arschloch. Politik, du bist besoffener ja noch dümmer als Lüchte. Alter, ist der voll gesoffen, Junge. Hast deiner Mutter wieder das Bier weggesoffen, oder was? Du bist doch hier der Säufer. Du hast deiner Mutter das Bier weggesoffen. Die hat's vorhin noch beschwert. Du bist hier der Säufer, nicht ich. Musste ich sie wieder trösten. Ich fick eure Alice Weidel, wirklich. Ich fick eure Alice Weidel. Oh, guck mal, Alter. Kuhnball, Alter. Das ist ne Lesbe. Ich hol mir deine Alice Weidel. Identifizierst du dich als Frau? Du machst die Lesben-Nummer, ne? Hol mir deine Alice Weidel, ich fick sie dir. Ja, wie gesagt, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Die Lesbe haben nur richtige Männerrand. Sorgt dafür, dass er nicht mehr leidendet hat. Ich mach sie dir normal. Leute, ihr seht das ja. Hol mir deine Alice Weidel, ich mach sie dir normal, Mann. Alles, was er bis jetzt gesagt hat, hört genau zu, bringt die richtigen Worte, schreibt die dazu und dann wird der Politik-News uns für allen mal eine Woche erspart bleiben. Das ist doch ne super Sache. Weiter so, Politik-News. Was fällt euch hier eigentlich ein, solche Hetze hier zu verbreiten? Was ist mit Alice Weidel? Was wollt ihr machen? Hattest du gerade nicht gesagt, dass du Alice Weidel vergewaltigen wolltest? Hast du das gerade gesagt? Du hast gerade gesagt, du willst Alice Weidel vergewaltigen, Bruder. Was ist, was ist, was fällt dir eigentlich ein? Was fällt denn dir nicht ein? Mit deiner Hetze, Junge. Das, was ihr macht, das ist Volksverhetzung, das ist strafbar. Das ist überhaupt nicht strafbar. Seit wann ist der Islam denn ein Volk? Ey, seit wann ist der Islam ein Volk? Seit wann ist der Islam ein Volk? Sag mir das Politik-News. Hör auf, hier diese Volksverhetzung zu betreiben. Ja, Politik-News, du bist jetzt raus. Das war nicht wirklich nur ein Volk. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, guten Abend nochmal, jetzt geht's. Ja, super. Ja, das ist das Wahnsinn. Also da könnt ihr mal sehen, was ihr da im Haus reingelassen habt. Also das ist echt. Das ist ja gleich wieder nicht. Ja. Das waren ja nicht wir, das waren ja unsere WF-Politiker. Wenn sie mehr wären, dann würden sie das auch fressen, aber ganz aber glaubenlos. Ja. Das ist so, da steht auch geschrieben, wartet ab nur, wenn ihr mehr seid, dann greift sie an. Alles geschrieben, alles steht geschrieben. Ich mache noch wieder Beispiele für richtig integrierte Muslime. Es ist Wahnsinn, oder, Steve? Das ist ein Wahnsinnig, da muss man echt aufpassen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich. Ich bin erschüttert. Gerade weil das so junge Typen sind. Ja, das ist schon hart, ja, ja. So ein radikales Denken, also das ist echt krank. Eine neunjährige ist keine Frau, Alter. Was ist denn hier los? Hallo? Hallo? Ich möchte mal vorweg sagen, dass Heichan ich neun Jahre alt war. Alter, da steht hier in Abu Daboud, dieser Hadith ist, lese mal den Hadith, Junge. Lese mal den Hadith, Junge. Lese ihn, der ist sahih, der ist sahih, Bruder. Der ist allzeit gültig, du Bruder. Ich lehne alle diese Hadith ab. Du liest die, du lehnst die Hadith ab. Ja, ich bin schief. Du leugnest die Schriften. Da bist kein Moslem. Willkommen bei den Ungläubigen. Da bist kein Gläubiger, wenn du das ablehnst, bist kein Gläubiger, fertig aus. Du weißt schon, dass es Gruppierungen unter dem Islam gibt? Ich weiß, dass du minderjährig bist und das war Dankeschön für den kurzen Nachtkick. Aber jetzt fliegst du auch wieder. Okay, alles klar. Was ist denn hier los? Ja, heute ist verrückt hier. Ich komm hier hin, Roy, geht, was ist hier los? Ja, weiß ich nicht, verrückt. Guck mal, Politik News will auch wieder hier hoch und uns als Hetzer beschimpfen. Brother, who hast du Lust? Die ganze Zeit, da war ich gerade eine Stunde im Live. War richtig gut. Hast du Lust? Soll ich ihn reinlassen? Ja, wir sind ja kein... Nein, der ist schon... Also er hat es gesagt, auch nicht gegen euch gesprochen. Ich war eine Stunde jetzt bei dem im Live. Bei wem? Bei Politik News. Na, nee, ich hab was an Politik King. Nein, Politik King, alles gut. Politik News. Komm, stell doch mal eine Anfrage. Komm, ich lasse dich rein. Damit der Brotherhood weiß, wer du bist. Bis dahin nehmen wir mal Demokratie noch hoch. Ihr seid so unwissend, das sagt mir ein Minderjähriger, Dicker. Geh deine Hausaufgaben machen. Man muss ja schön reden, das kann ja nichts dazu sagen. Geh deine Hausaufgaben machen, direkt jetzt. Ab aufs Zimmer. Ich würde gerne was an Politik News richten. Eine Straftat anzukündigen, öffentlich, ja, an einer deutschen Politikerin, das ist ein Problem, Leute. Also wenn ihr diesen Stream melden wollt, das ist bei weitem nicht das, was er gerade getan hat, wollte ich nur mal darauf hinweisen. Er hat hier eine Straftat angekündigt, was er tun würde. Und das ist definitiv, ja, etwas, was man verfolgen sollte, danke. Das wollte ich nur sagen. Das ist eine Straftat angekündigt, richtig. Roi, mein Freund, ich wusste mal schnell, wie das vor reinlegen. Roi, bitte hässlich. Ist durchgegangen, ne? Natürlich sofort. Oh Gott, Alter. Sonnebeeren ohne Scheiß, das kannst du nicht ausdenken. Hast du es noch mitgekriegt gerade, Roi? Was sagst du bitte, Demokratie? Hast du es denn wenigstens gehört von Politik News? Er hat gerade etwas... Ja, er hat eine Straftat begangen, ich weiß. Ja, richtig. Und ich denke auch, dass man das ahnden sollte. Also jeder sollte das auch melden, bitte. Das Ding dabei ist, dadurch, dass man die sexuelle Ausrichtung, das hat er wahrscheinlich auch in seinem Jum gar nicht kapiert, dadurch, dass man ihre sexuelle Ausrichtung kennt und dann sagt, er würde das machen, ist das mit Vergewaltigung gleichzusetzen. Das sollte man sich vielleicht mal überlegen. Roi, wir wissen doch, an wem wir das weiterleiten müssen, oder? Du, ganz ehrlich, ganz ehrlich, Steve, Ich weiß gar nicht, ob man das bei Sonnendusselkörben überhaupt machen soll. Weiß nicht, wieso. Ich finde das ganz gut. Weiß nach oben. Aber am Ende eigentlich, weil sie sehr, ist er immer darauf bedacht, sich vernünftig zu unterhalten. Das, was er erzählt, ist ja scheiße. Aber er ist ja dabei, sich immer da so ein bisschen zu profilieren und zu sagen, guck mal hier, ich rede ganz vernünftig mit euch. Ich sabbel zwar scheiße, aber ich rede vernünftig mit euch. Und jetzt kommt er mit so einer Scheiße um die Ecke. Oh, mein Gulasch kommt. Jetzt geht's los. Guck mal, das Gute daran ist, wenn du solche Aktionen verbaut hast, du gehst so viele Sachen, du verbaut hast. Nee, Gurkenbassel, Schatz. In Deutschland. Ich hab das ganze Gerste. Oh, dann hast du blöd, blöd und Gurken gekauft. Red weiter, Steve. Ich sag, dadurch kannst du diesen Menschen ja so viele Sachen verbauen in Deutschland. Mhm. Nee, Ali, ich kann dich auch leider nicht mehr hochlassen, das erklären, weil, wie gesagt, du bist noch minderjährig und mit denen geh ich nicht live, weil ich bin nicht der Prophet. Ihr dürft gerne Gott zu mir sagen. Nein, Problem. Komme ich mir klar. Boah, ist das Winde hier. Der war gut, ja. Ist mir grad eingefallen. Wie gesagt, ich betreibe das jetzt schon seit ein paar Stunden. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das selber antue. Wie gesagt, hier waren heute so viele Leute drin. Aber Patrick, heute solltest du wenigstens ein paar Geschenke gekriegt haben, dass du heute Abend ein Feierabendbier gönnen darfst. Oh, mit Sicherheit. Was sagst du denn jetzt? Patrick möchte gern unterschiedliche... Guck mal, Patrick braucht hier von mindestens 50 verschiedenen Leuten 50 verschiedene Geschenke. Und die Likes, ja, da oben links, die hängen auch schon wieder bei 15k. Macht den Chat aus, wenn ihr nicht geht. Nee, das ist 158k, ne? Ach so, ich wollte schon sagen, das ist zu wenig. Da müssen 258, da müssen 258 stehen. Und 50 verschiedene Geschenke, 50 verschiedenen Leuten, sonst macht den Chat aus. Ja, war ja, wie gesagt, bis jetzt ganz unterhaltsam. Aber ich bin echt schockiert, wie viele Leute eine 9-Jährige für eine erwachsene Frau nehmen würden. Das ist echt zu krass. Geht nicht in meinen Schädel rein. Dann haben sie mich ja rein. Aber ich glaube, ich bin auch froh, dass das nicht in meinen Schädel reingeht, weil sonst hätte ich, glaube ich, ein Problem und müsste mich bei www.keintäterwerden.de melden. Ja, ich glaube, ich bin auch froh, dass das nicht in meinen Schädel reingeht. Ich habe gestern jemanden beim Bäcker getroffen. Ich habe die, die haben sich unterhalten. Das waren auch zwei Muslime. Da sagte der eine, ich habe gestern eine Mädel kennengelernt. Er sagte, echt, wie alt ist sie denn? Da sagt er elf. Da sagt er, was? Sie hat ja schon Zähne. Geht jetzt mal. Geht jetzt mal. Geht jetzt mal. Auch eine Pädophilie, Straftat, so ist es ja nun mal. Guck mal, Patrick, ich als Christ distanziere mich von der katholischen Kirche absolut. Ich will mit dem Haufen nichts zu tun haben. Richtig. Aber mir würde auch nicht in den Kram kommen, das jetzt irgendwie zu entschuldigen und irgendwie zu sagen, ja, aber, ja, die waren ja schon neun, ja, komm, das geht grad so fit. Nee, ich würde ja gar nicht anfangen, so zu diskutieren. Ich würde einfach sagen, nein, diese Leute, dass die überhaupt noch da sitzen, ist eine Frechheit. Ja, das ist heftig. Ja, das ist heftig. Auf jeden Fall gute Arbeit, was du machst, Respekt an dich. Ja, danke. Auf jeden Fall weiter so und, ja, das ist, ne, die Menschen müssen aufwachen, ne, also, wenn so was irgendwo drinsteht, also, ich würde sofort austreten, dann bleibe ich lieber, ne. Ja, du hast doch das Beispiel von vorhin gehört, als der gesagt hat, stell dir vor, dein Gott kommt zu dir und sagt, du sollst ein Volk auslöschen, würdest du da nein sagen? Ja, das... Das hat er mich wirklich gefragt. Und dann hab ich gesagt, natürlich würde ich dann nein sagen, weil das dann kein Gott ist, weil Gott so was nicht von mir befehlen würde, äh, mir befehlen würde. Und er sagt, er sagt, er wird's machen. Ja, weil er krank ist, ne, dann kannst du mal sehen, wie krank der im Kopf ist. Völlig kaputt. Kaputt kannst du nicht mehr retten, ist so, raus damit. Also, ich hätte ein komplett anderes Flugzeug weg, hier, verpiss dich. Ja, und dann ist das noch so ein Shisha-Muslim, verstehst du, wenn der dann mal in einer echten Scharia irgendwo lebt, alle, dann fängt er nach zwei Minuten an, zu heulen. Ja, natürlich, wo ist das Internet? Ja. Die meisten haben keine Ahnung, die haben keine Ahnung, die wissen gar nicht, was abgeht. Die leben hier in Freiheit, können die alles sagen, was die wollen, dann ist vorbei mit sagen, dann ist die Niederknie. Das ist ne Nacken, das weiß ich nicht. Nochmal? Dann gibt's ne Nackenmassage. Richtig, richtig. Da muss ich ja auch vor Augen halten, viele von denen, die wollen das ja auch so. Die wollen ja gerne Kindersex, die wollen ja gerne Sklaven, die wollen Unterdrückung. Das sind Asoziale, es gibt ganz viele Asoziale, die sowas machen. Ja, das stimmt leider. Und jeder klar denkende Mensch, der sich von sowas distanziert, oder jeder klar denkende Muslim, der wird hier das gar nicht kommentieren. Der wird sich das anhören und denken, ach du kack, halte ich mich mal bitte raus, damit ich gar nicht in Fokus komme. Hallo, darf ich erklären? Was willst du uns erklären? Komm, du nervst die ganze Zeit, sag schnell und dann ab dafür. Okay. Es ist schon spät. Also es gibt sunnitische Überlieferungen, schiitische Überlieferungen und alevitische Überlieferungen. Das, was du hier trägst, sind sunnitische Überlieferungen. Also damit kannst du auch nicht die ganzen Muslimen meinen. Bist du schiit? Ja. Sehr gut, sehr gut. Du weißt schon, dass Schiiten bei den Sunniten als Nicht-Muslime da sind, ne? Ja, und bei uns ist es genauso, ja. Also ihr sagt, die Sunnas sind keine Muslime und die anderen und umgekehrt. Wer sind denn die Mehrheit, die Sunnas oder die Schiiten? Äh, die Sunniten sind die Mehrheit. Die Schiiten sind die richtigen Muslime? Die Sunniten sind die Mehrheit. Die Sunniten, die der Sunna folgen. Also das, was ich hier zeige. Wer redet gerade von euch? Der Host. Also Patriarch, äh, so, okay, alles klar. Also Sunna ist halt, äh, das, äh, also wie soll ich erklären? Also Sunna ist die Lebensweise von Propheten, also Sunniten. Also sprecht einfach als Sunniten. Und wenn ihr mit diesem Hadif Muslime angreifen wollt, dann greift ihr ganze Muslime an. Ihr arbeitest ein sunnitischer Hadif, deswegen, also das wollte ich nur halt aufklären, weißt du? Ja, es ging ja aber trotzdem darum, dass abgeschritten wurde. Aber es gibt ja keine, die ganzen Muslime. Es gibt ja keine, die ganzen Muslime. Gibt's doch gar nicht. Was meinst du denn? Es gibt nur 72 Gruppenmuslime, nicht die ganzen Muslime. Die gibt's doch nicht, hast du eben gerade selber gesagt. Verschiedene Rechtsleitungen, unterschieden, äh, unterschieden. Gibt's auch und unter alle Wieten auch. Also jeder hat so seine Gruppierungen. Und in diesen Gruppierungen sind nochmal Gruppierungen. Verstehst du was, Schmeine? Äh, da, äh, guten Tag. Da muss ich dem jungen Mann oder jungen Damen recht geben. Ah, Ali, wahrscheinlich junger Mann. Okay, gut, sorry. 18 Jahre alt, ne, Ali, hab ich gehört. Nein, nein, nein. Du bist 18, hab ich gehört. Schon 19, war das alles. Ja, perfekt. Ja, da muss ich ihm leider recht geben. Was heißt leider? Ich muss ihm recht geben, ihr greift die Sunniten gerade an. Da würde ich auch sagen, zum sunnitischen Islam. Ja, das ist zwar die Mehrheit. Ja, ich bin auch Muslim, aber ich halte mich nur an den Koran. Also du bist Koranid? Nein, nein, es gibt kein Koranid. Der Prophet war ja auch kein Koranid. Der hat sich auch an den Koran gehalten. Wie gesagt, das sind halt sunnitische Beliebungen. Also ihr nehmt die Hadise nicht für voll. Wie lehnen die Hadise ab? Ja, nicht alle, also wie gesagt, die nicht dem Koran widersprechen. Nicht alle. Warte, darf ich ausreden? Darf ich bitte ausreden? Dieser Hadid widerspricht dem Koran, weil im Koran ist Kinder-Ehe nicht erlaubt. Musletas, sag mir die Fatwa. Sag mir die Nummer. Es gibt keine Fatwa. Es gibt keine Fatwa. Es ist verboten, aber es gibt keine Fatwa. Du weißt gar nicht, was Fatwa ist. Lass mich mal aussprechen. Es gibt Nuren im Koran. Es gibt Nuren, aber keine Fatwa. Du sagtest gerade, Mohammed hat den Koran gefolgt. Ist das nicht so, dass der Koran später kam? Nein, 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 nein. Der Koran gefolgt? Der Prophet Mohammed war ja gar kein Prophet, bevor der Koran kam. Erst wo der Koran kam, äh... Ist das ein Schwach... Alter, was laberst du hier? Du bist überhaupt kein Moslem. Den Koran hat der erste Kalif, der erste Kalif hat den den Auftrag gegeben. Eben, nach dem Tod von Mohammed. Nach dem Tod. Lass mich da mal ausreden. Aber wie kann der Koran denn vorher da gewesen sein? Ey, der hat ihn doch überliefert gekriegt von Jibil. Von Erzengel Gabriel hatte Mohammed doch... Wohl er vom Dajjal. ...sachen, die im Koran stehen. Du hast ihn noch nicht mal gelesen. Du beurteilst, ohne zu lesen. Les ihn doch erst mal und dann beurteilen, ob das vom Teufel kommt oder vom Gott kommt. Und wenn ihr mit der Scharia kommt, ja? Die Scharia ist doch nichts Falsches. Ist doch was Gutes. Doch, das ist was total Falsches. Ja, dann sag mir mal, sag mir mal bitte Sachen. Guck mal, 2,5% Steuern zahlen. Ist das was Falsches? Alter, du brauchst jetzt nicht auf irgendwelche Einzelheiten einzugehen. Aber wir lehnen zum Beispiel jede Art der körperlichen Züchtigung ab. Jede Art. Patrick, wir machen das. Wir machen das. Ich sag ja nicht. Es wird ja keiner gezwungen. Ja, körperliche Strafen mit Schlägen und Töten und was weiß ich, das lasst die Scharia zu und das sagt ihr als Gottes Gesetz. Patrick, guck mal, du hast gerade gesagt, 2,5% Steuern zahlen, ist ja nichts Falsches. So, jetzt was... Nichts Falsches, oder? Warte, warte, warte. Zinsen abschaffen ist ja nichts Falsches. Eine Sekunde. Wir machen das gerne mit Zahlen. Zinsen abschaffen ist ja nichts Falsches. Wir machen das gerne mit Zahlen. Wie viele Arbeitnehmer haben wir in Deutschland? 20 Millionen. Eine Sekunde. Hör mal zu. Das Durchschnittseinkommen in Deutschland beträgt 3.500 Euro netto, korrekt? Ja, ja. 20 Millionen Arbeitnehmer. 2,5% nehmen 3% ist einfacher zu rechnen. Ja, gut. 3.000 Euro. Ja. Prozent von 3.000 Euro sind wie viel? 90 Euro, korrekt? Ja. So, Alexa, 20 Millionen mal 90 Euro gleich. 20 Millionen mal 90 Euro ist eine Milliarde 800 Millionen Euro. Damit willst du also Deutschland finanzieren? Ey Steve, ich bin mal kurz weg. Ich hab dir Modi gegeben. Übernimm mal, ja? Die ganzen Rentner zu akzeptieren, ja? Du bist ja Machtgenie. Ja, aber das hat ja, Deutschland hat ja auch funktioniert, bevor 40 Millionen Euro. Du bist ein Prozessinie. Was? Mach mal ganz kurz. Das hat ja auch... Das hat ja auch... Das hat ja auch kein Rentner Geld. Ey. Das hat ja auch niemand in öffentlichen Einrichtungen... Warum willst du mir sagen, dass die Menschen keine Verantwortung über ihr Handeln haben können? Dass sie nicht ihre eigenen Sachen aufbauen können? Die kann 80 Euro, es geht doch nicht. Natürlich geht das. Willst du dann später eine Rente bekommen? Was ist ja eine Rente? Wir... Dings... Im Islam gibt es keine Rente. Da passen die Kinder auf die Eltern auf, bis sie sterben. Die landen nicht im Altersheim. Willkommen im Mützel, Alter. Ja, dann können wir uns auch eine Höhle graben. Wieso eine Höhle graben? Ist doch richtig. Willst du bei deinen Kindern alt werden oder willst du im Altersheim abgeschoben werden? Was redest du da? Ja, was dann? Das gibt es nicht im Islam, im Altersheim. So was... Redest du da? Du kannst... Was machen wir mit den braven Muslimen, die dann da Bürgergeld beziehen? Was machen wir mit denen? Dings, dafür gibt es der K... Ja, du musst in jeder Suche stehen... So, wenn du aber jetzt diese Summe da nicht gehört hast... Mal ganz ehrlich, die Rechnung geht doch gar nicht auf. Das sollte doch jedem Schwachmaten klar sein. Wieso denn? Du musst, du musst den Arm unterstützen. Das ist deine Pflicht als Moslem. Das steht überall drin im Koran. Einmal nur im Koran lesen. Verstehst du das, Schmeiner? Das kann doch... Die Saria ist eine gute Sache. Wieso? Guck mal. Es gibt 100 Peitschen hier für die Frau, Dings, oder den Mann, der Dings, der Ehebruch begeht. Aber warum sollst du denn überhaupt Ehebruch? Dann lass dich doch scheiden. Dann kannst du machen, was du willst. Aber hör doch auf, Dings, Ehebruch. Weißt du das, Schmeiner? Es ist dann so einfach, sich scheiden zu lassen. Aus welchem Bundesland kommst du? Ja, du kannst dich einfach scheiden lassen. Es ist nicht mit dem Christentum oder irgendwo anders. Du kannst scheiden lassen. Das redest du. Ich weiß nicht, was hier... Guck mal. Welches Bundesland... Die Saria würde die Probleme, die wir heute Morgen haben, lösen. Ohne die ganze Zeit... Aus welchem Bundesland kommst du? Hessen. Essen? Ja. Okay, dann sag dir, Duisburg... Hessen, nicht Essen. Dort mal hinfangen. Hessen, Hessen, Hessen. Und die enthält sich dort rum. Hessen, Hessen, Hessen. Das sind alles nicht verheiratete, zu 80% verheiratete Menschen. Ja, gut, die haben den falschen Lebenswandel angenommen. Was soll ich sagen? Ich habe selber den falschen Lebenswandel angenommen. Wieso? Weißt du? Ich sage doch selber, ich sehe doch selber meine Fehler. Ich bin ja nicht ein Typ, der sagt, ja gut, hier, Finger auf andere, zeigt und sagt, ja, ich mache selber die Fehler. Verstehst du? Immer vor... Einfach falscher Lebenswandel. Grüber waren die Deutschen auch alle verheiratet. Oder Eierpferd oder Hamburger Kiez. Es würde sowas nicht geben. Dann würden doch... Steve, wir hatten Mutrechte. Wer kann denn das mal größer machen hier? Weil ich bin nicht umsonst hier drin. Wie gesagt, weißt du, ist... So... Mausi, das kann nur der Host. Nein, er hat doch jemandem Mutrechte gegeben. Ja, aber das kann trotzdem nur der Host. Okay, dann muss ich warten. Ich warte gerne. Ich sage, ich war mir nicht falsch, meiner Meinung nach. Verstehst du? Aber die Hadithe, ihr lest hier gerade die Hadithe vor. Die haben Menschen geschrieben, die haben Menschen... Da wurde überliefert, überliefert, über zehn Ketten, über fünf Ketten, über sieben Ketten. Telepost überliefert und da kam sowas raus, was ihr gerade vorliest. Verstehst du? Und dafür, das ist... So, Apple, iPhone, ist es aber nicht an dem... Das ist das Maßstab für den Islam, aber das ist... So, jetzt halt doch mal die Backen, Mensch. Ja, gut. Ist es nicht an dem, dass auf Grundlage dieser Überlieferung... Und da brauchen wir nicht in die unterschiedlichen Rechtsschulen schauen. Ja, ich sage auch was Falsches. Hallo! Meine Herren. So, ist es nicht an dem, dass auf Grundlage der unterschiedlichen Rechtslagen oder Rechtsschulen... Trotzdem, egal wie du es siehst, all das passiert, weil man das als Rechtfertigung, als Legitimierung dafür sieht, dass der beste Mensch aller Zeiten das gemacht hat, dass es dann da auf jeden Fall auch passiert. Und stellt das nicht ein eigentliches Problem dar? Ja, 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 darf ich dazu was sagen? Guck mal, bei den Muslimen ist der Vater des Kindes, der Mahram, also derjenige, der bestimmt, ob das Kind überhaupt... Das Kind muss erst mal fragen oder nichts. Der andere Junge muss fragen, ob er deine Tochter überhaupt heiraten darf, den Vater, der Vater entscheidet. Meiner Meinung nach ist das was Richtiges. Der Vater weiß beim Besten, was für seine Tochter am Besten ist. Ach so, das ist er höchst. Wenn er ein Männer heiratet, der Altoniker ist oder der Zocker ist oder was weiß ich, hinher, sagt er, hier, du wirst ein scheiß Leben haben, lass es, Tochter, weißt du, okay? Und kein Vater wird heutzutage seine neunjährigen Tochter... Also ist es an dem, stellen wir fest, nach dem, was du eben gesagt hast, dass dann der Vater fremdbestimmend über seine Tochter wirkt und dass sie kein eigenes Entscheidungsrecht hat, dann darauf hin zu agieren. Wenn der Vater dieses nämlich dann sagt, ist es doch an dem, dass das Wort des Vaters mehr Gewicht hat als das Wort der Tochter. Nein, sie hat auch, die hat auch, natürlich, sie hat auch Recht. Wenn der Vater aber sagt, du machst das trotzdem, was hat dann die Tochter noch für ein Recht? Die kann sich ja von der Familie lösen. Ja, sie kann sich von der Familie lösen, sagen wir, Vater, ich habe keinen Bock auf sein. So, wenn sie sich dann von der Familie gelöst hat, wenn sie sich dann von der Familie gelöst hat, hör mal zu, wenn sich dann das Kind von der Familie gelöst hat und sich dann einen Kufar als Partner wählt, was hat dann die Tochter auf die Familie gebracht? Ja gut, man kann sagen, Schande. Was hat die Tochter dann auf die Familie gebracht? Einfach zu beantworten. Aber das mit dem Ehrenmord, das gibt es nicht im Islam. Hör doch mal auf, sonst scheiß zu erzählen. Ganz ehrlich, so Sachen wurden mittlerweile sogar in Deutschland verhandelt. Das gibt es nicht, das gibt es nicht, diese Ehrenmord. Wurde verhandelt und du sagst, das gibt es nicht. Das ist, das ist, das ist, weißt du, was das ist? Alter, das kann man dir nicht ausdenken, ohne Scheiß. Das ist Brauch von dem, was du redest, das ist Brauch, der weitergegeben wurde. Es ist auf jeden Fall an dem, dass dann die Leute, die genau so agieren, nach dem Koran agieren. Das heißt, wenn sie dann, wenn sie dann als Vater das Recht rausnehmen, dann ihr Kind an andere zu versprechen, und das Kind spielt da nicht mit, das Kind verlässt die Familie, dann sind diese so weit gläubig, dass sie auf jeden Fall dieses dann als Schande bezeichnen, dann auf diese Grundlage hin, dieses Kind durchaus mit Repressalien aller Arten zu rechnen hat. Ja, das gibt es, das gibt es. Ich will es nicht verneinen. Also ist es Fremdbestimmung. So was gibt es, so was gibt es natürlich. Aber das ist wieder ein Brauch, verstehst du was ich meine? Ach, dann ist es ein Brauch, dann ist es eine Rechtfertigung oder was? Jetzt mal ohne Scheiß, du widersprichst dir sogar. Wir leben doch in Deutschland, wir leben doch in einer Demokratie und hier kannst du das ja nicht durchziehen. Das wissen die Leute auch. Und dann haben wir ja gesehen, was passiert ist. Wir haben so eine Gerichtsurteile mittlerweile auch schon in Deutschland gehabt. Und was ist dann passiert? Da wurde der Sohn, wurde dann verklagt und die eigene Familie ist ausgerastet, warum der Sohn verklagt oder verurteilt wurde. Ja, Bro, guck mal, das ist Brauch. Das kannst du mit dem Islamisch... Ey, nee, sag nicht Brauch zu mir, ganz ehrlich. Das ist Brauch, Völker haben ihre Bräuche. Verstellst du, irgendwo in Afrika werden da Leute aufgeschmackt. Sag mal, du kommst jetzt mit Bräuchen um die Ecke, jetzt mal ohne Scheiß. Also Ehrenmord ist kein Brauch, das ist geistesgestört. Ja, ist auch geistesgestört. Ja, also kein Brauch. Wenn es geistesgestört ist, dann ist es auch kein Brauch. Und wo findet dieser Ehrenmord dann seine Grundlage? Wo findet er seine Grundlage? Es gibt ja geistesgestörte Bräuche. Das ist doch normal. Wo findet dieser Ehrenmord, wo findet dann die Bestrafung der Tochter auf? Was für eine Grundlage heraus? Wieso passiert das? Das passiert doch auf Grundlage des Islams. Man muss zu diesen Stempen gehen, irgendwo zu den Beduinen, die diese Bräuche vollziehen oder irgendwelche Bergvölker. Oder musst du die fragen? Ich sag ja selber, dass es geistesgestört ist. Ja, man kann ja nicht sein eigenes Kind kaputthauen oder was weiß ich, wenn es nicht auf einen hört. Ich mach das ja selber nicht. Verstehst du euch mal? Ich sag ja selber, dass es geistesgestört ist, aber das hat ja mit dem Islam nichts zu tun. Und das sind Bräuche. Das sind Kulturen. Ja. Das ist, wie gesagt, das sind Kulturen. Das kannst du ja nicht mit dem Islam vermischen. Und was ich sagen wollte noch zu diesem Dings. Damals, zu der Zeit, gab es ja für die Frauen keine Bürojobs oder irgendwelche, so wie heute, die ganzen Kassiererinnen und was weiß ich. Ja, eine Frau war im Endeffekt ein Anhängsel in der Familie. Man musste einmal mitfüttern, weil eine Frau konnte nicht anpacken auf der Arbeit, die konnte nicht jagen gehen und all diese Sachen. Verstehst du? Und da war man froh als Vater, wenn man seine Tochter irgendwie losgeworden ist, im jungen Jahren an einen Mann, der sie so im Endeffekt durchbringt, weil man sie selber vielleicht nicht durchbringen konnte. Deswegen wurden die Jungen verheiratet früher. Und du hattest gerade gesagt, da musst du Ehrenmorde, da musst du in irgendwelche Bergvölker gehen. Soll ich dir mal die ganzen Namen vorlesen aus Deutschland, aus dem Jahre 2022? Ja, aber die kommen ja aus irgendwelchen Bergvölkern. Denkst du, die kommen aus irgendwelchen Familien, diese Menschen, die hier aus Deutschland kommen, das sind ja unzivilisierte Menschen. Das sind ja irgendwelche Kriegsländer, Menschen und irgendwelche unzivilisierten, irgendwelche Bergvölker, die hierher kommen. Weißt du, wie viele? Allein im letzten Jahr? Ja, glaube ich dir. Glaube ich dir. Ist doch falsch. Ich will es ja nicht schönreden. Und wenn ich mir dann die Geburtsdaten angucke, so ne? Dunja, geboren 1996, erstochen 19. März 1922. Sophia und ihr Freund, geboren 1983, gestorben 2022. Ey, wenn ich dir die Namen vorlese, das sind so viele, aber das ist echt krass. Ja, ey, guck mal, guck mal. Meinst du, es gibt keine Deutschen, die ihre Frau erstochen haben? Wenn sie, wo sie die mit einem anderen Mann im Bett haben. Nicht auf Grundlage eines Ehrenmordes. Ja, das ist doch Ehrenmord. Das ist der Punkt. Nicht auf Grundlage einer Ideologie. Nicht auf Grundlage dessen, dass man dem Kind das Recht genommen hat, sich frei zu entscheiden. Kollege, denkst du, Deutsche verstoßen nicht ihre Kinder? Dem Kindern wird das Recht genommen, sich frei zu entscheiden. Denkst du, das gibt es nicht, dass Deutsche... Dem Kind wird das Recht genommen, sich frei zu entscheiden. Wer sind die, dass sie über Kinder, über eigene Kinder fremd entscheiden? Wenn ich mir überlege, würde ich zu meiner Tochter gehen, ganz ehrlich, und zu ihr sagen, ich finde, dass der Typ die beste Wahl für dich ist. Den nimmst du jetzt, ob du das willst oder nicht. Ganz ehrlich, ich würde mich im Grund und Boden schämen, mit meiner Tochter überhaupt so geredet zu haben. Hier dieses Gedankengut überhaupt in den Kopf geballert zu haben. Hier zu zeigen, dass ihr irgendwelche Fremde, irgend so unbekloppte Typ wichtiger ist als meine eigene Tochter. Der eigene Vater, der eigene Vater, mit ihrem Sohn und ihrer Tochter erstochen vom eigenen Vater, um die Ehre der Familie zu rennen. Das ist falsch, 100 Prozent. Das sagt doch keiner was dagegen. Ist doch falsch. Ich sag doch nicht, das ist 100 Prozentig falsch. Ja, aber wenn meine Tochter mit so einem Partner... Aber du sagst gleichzeitig, ist es richtig, dass der Mann da als Oberhaupt da durch die Familie rennt und sogar sagt, du kannst die dann nehmen, den kannst du nehmen, der ist eine gute Wahl, den solltest du nehmen, ich bestimme das, jetzt mach das. Ja, aber auch bei den Deutschen ist der Mann doch der Vater der Oberhaupt der Familie. Der entscheidet doch auch bei der Tochter. Nein. Wir entscheiden gar nicht über unsere Töchter. Wir erziehen unsere Töchter und versuchen so viel wie möglich für sie zu tun, aber nicht fremdbestimmend, sondern wir sorgen dafür, dass sie als starke Frau groß wird. Ja, sagst du deiner Tochter nicht, wenn sie mit irgendeinem Punk da ankommt, sagt sie hier, das ist nichts für dich. Das ist dann ihre Entscheidung. Wer bin ich, über meine Tochter zu entscheiden? Ja gut, ich würde meine Tochter sagen, hier, lass diesen Typ, der ist nichts für dich. Alter, du bist doch behindert, ohne Scheiß, Alter. Das stimmt mit dir nicht. Ja, das kannst du ja, ey, pass mal auf, das kannst du ja, wenn dir der neue Freund deiner Tochter unsympathisch ist, dann kannst du ja einfach sagen, ey, ich mag den Typ nicht. Ja, ja, ja. Ganz einfach, aber wenn deine Tochter dann sagt, ich will den trotzdem, dann kannst du keinen Ehrenmord abziehen. Nein, dann kann ich nicht. Patrick, kannst du mich mal bitte groß machen? Ich habe nicht gewartet, bis du kommst, weil ich würde gern die Kampfbefehle im Islam, Sure 2 bis, Moment, 47. Ja, aber der Vers vorher und der Vers nachher auch bitte lesen, ja? Genau. Bitte. Danke. Mach mal groß bitte das Bild. Ja, du bist groß. Guck mal, ich bin auch, ich bin auch kein Maßstab für den Islam oder so. Nein, bin ich nicht. Ja, doch, bist du doch. Nein, du bist groß. Ich bin auch kein Maßstab für den Islam, sag ich euch. Also seht ihr das, den Kampfbefehl, das kannst du mal deine Klappe halten, iPhone. Also hast du eine 500, hast du eine Kamera mit 0,2? Wenn du redest permanent, ich kann man gar nicht stoppen. Hast du eine Kamera mit 0,2? Also hier ist der Kampfbefehl, bitte? Hast du eine Kamera mit 0,2 Megapixel, weil das Bild ist extremst schlecht. Nee, habe ich nicht. Also besser geht es jetzt nicht wie hier. Ich sehe auch noch ein bisschen so weiter. Vielleicht ist ein Fettfinger drauf oder so. Ehrlich, wisch mal drüber, weil man, das ist grausam. Besser? Nee. Okay, warte. Also mehr wie, warte, Moment. Ist es jetzt besser? Sieht man was? Ja, oben, Kampfbefehle kann man lesen. Okay, Kampfbefehle im Islam, Sure 2, Vers 191. Ich lese euch mal nur zwei, drei Suren vor. Und tötet sie. Sure vorher, Sure nachher. Kannst du mal ruhig sein, das zweite Mal. Schalte ich einfach mal stumm, wäre schön, danke. Sure 2, Vers 191. Darf ich jetzt dazu was sagen? Nein, ich bin noch nicht fertig, ich möchte gerade vorlesen. Okay, Entschuldigung. Das sind einfach hier Quellen und ich lese nur Fakten vor. Ja, darf ich jetzt dazu was sagen? Nein, ich möchte ausführen. Es ist unhöflich, Menschen zu unterbrechen. Okay, Entschuldigung. Dankeschön. So, Sure 2, Vers 191. Und weiter geht's. Im Kampfbefehl des Islams. Und sie kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt und die Religion in Klammer allein Allah ist. Punkt. Wenn sie jedoch aufhören, dann darf es kein feindseliges Vorgehen geben, außer gegen die Ungerechten. Ich küsse dein Herz, du hast dir so ein Eigentor geschossen. Sure 4. Ich küsse dein Herz, du hast dir so ein Eigentor geschossen. Das sind Fakten. Alle haben es mitgekriegt, was da drin steht. Ich sage mir, Gott ist groß. Was denn? Alle haben es mitgekriegt. Wenn du verfolgt wirst, wenn du vertrieben wirst. Das sind Kampfbefehle des Islams. Ja, ja, ganz genau. Wenn du verfolgt wirst und vertrieben wirst. Das ist ein Kampfbefehl der Islam. Ich küsse dein Herz, dass du das vorgelesen hast. Ich möchte nur, dass du mir mein Herz küsst. Ich möchte gar nichts von dir. Ich küsse deine Augen und dein Herz küsst, du hast mir das vorgelesen. Und Kampfbefehle des Islams. Ja, ja, ihr habt euch halt verteidigt bis Spanien. Das war ein Verteidigungskrieg. Ich rede nicht, ich rede vom Koran. Der Koran ist Maßstab für den Islam, was da drin steht. Und Allah sagt sogar für die Angreifer, wenn sie ihre Waffen niederlegen, dann lasst sie. Also Kämpfe auf Allas Weg, nur Kampf, Kampf und Feindseinschaft. Ja, aber ey, guck mal, reißen Sie sich aus dem Kontext, wir haben doch alle mitgekriegt, was da drin steht. Die Ungläubigen sind Satanisten. Ja, aber die sollen doch die Ungläubigen nicht grundlos eingreifen, sondern sie haben uns vorher von unseren Wohnstätten vertrieben und uns unterdrückt. Welcher Deutsche hat wen vertrieben? Keine einzige Suche steht dann an. Welcher Deutsche hat irgendwann mal jemanden vertrieben? Ja gut, ihr habt ja Kolonie gehabt in Nigeria. Ich frag mal anders, wo kommen deiner Meinung nach die ersten Muslime her? Wo sind die entstanden? Bruder, das geht ja nicht darum, was danach kam. Beantworte doch mal bitte die Frage, wo kommen die ersten Muslime her? Politik der Islam ist wieder eine andere Geschichte. Wo kommen die ersten Muslime her? Wie, wo kommen die? Aus welchem Land? Aus Mekka. Nur von dort? Ja, Medina und Mekka, da ist der Islam doch entstanden. Macht euch doch bitte... Das ist da, Mekka, das ist doch da, wo ihr den Stein anbetet. Was ihr wollt. Das ist uns doch egal. Keiner betet den Stein an. Ich habe noch nie irgendeinen Stein angebetet. Und kein Muslim, den ich kenne, der betet den Stein an. Bro, das ist immer so armen Menschen. Das ist immer dieses... Man weiß es nicht, man hört es irgendwo und man gibt es weiter. Ich habe noch nie... Ich küsse in den Stein. Ich küsse in den Stein. Was ist denn mit dem... Was ist denn die Kaaba? Erklär den Leuten doch mal hier, was die Kaaba ist. Bro, guck mal, ich sag dir das. Keiner betet... Es gibt diese Leute, diese irregeleitenden. Sag mir, was die Kaaba ist. Erklär den Leuten, was die Kaaba ist. Ja, Haus Gottes. Abraham hat es gebaut. Mit seinem Sohn. Das ist die Kaaba. Haus Gottes. Das ist ein Gebetshaus. Wie jede andere Moschee. Auch nur, dass sie Abraham gebaut hat. Im Befehl von Gott. Der Islam ist nicht brutal. Er ist auch nicht menschenfeindlich. Tötet sie und tötet sie, wo immer ihr aufsieht. Dann wird es auch für mich problematisch. Und du sagst, der Islam ist nicht feindselig. Ja, aber du hast es doch gerade gelesen. Kampfbefehle des Islams. Wir sollen kämpfen. Und du sagst zu mir, der Islam wäre nicht feindselig. Sag mal, glaubst du einfach den Scheiß, den du redest? Ja, aber du hast doch die zwei Verse mit Töten jetzt vorgelesen. Jetzt wissen die Leute das. Das ist ein Instrument. Ich bin noch nicht fertig. Es gibt 47 Suren davon. Das müsste dir eigentlich als Moslem sein. Kein einziger ist mir als Kampfbefehl ohne Verteidigung bekannt. Meine Einzige, die Chops hier schwarz auf weiße sind Fakten. Kein einziger. Was willst du mir die Fakten absprechen? Du hast es doch gerade vorgelesen. Guck mal, Madame, du hast, guck mal, wir haben es alle gehört. Die verstehen alle Deutsch. Sag mal, wenn ich dir was sage. Die verstehen doch alle Deutsch. Ich habe dir gerade vorgelesen, Sure 2, Vers 191. Oh, guck mal, ganz kurz, ganz kurz. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft. Ich sage nur noch einen Abschluss, denn guck mal, ich bin mit euch überall dabei. Ihr kennt mich alle, weißt du? Ich bin aufgeklärter Mensch. Ich bin überall dabei, egal um was, welche Verschwörung es geht. Du redest die ganze Zeit nur, dass kein anderer mehr zu Wort kommt. Ich will ein letztes Statement und danach könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich bin auch kein Gelehrter. Ja, dann sei doch still. Nein, aber ich möchte noch ein letztes Statement sagen. Warum redest du dich um Kopf und Kragen? Ich rede mich doch gar nicht. Ne, Apple, du glaubst an was, was du gar nicht verstehst. Ja, um es geht. Guck mal, ich verstehe, dass ich erschaffen worden bin, so wie alles erschaffen worden ist. Was jetzt, bist du gelehrt oder verstehst du es nicht? Guck mal. Was jetzt? Ganz kurz, ganz kurz, guck mal, ganz kurz. Es wird niemals... Digga, ich habe dich schon längst erwischt. Guck mal, Patrick, Patrick, ganz kurz, lass mich los. Was ist das denn für eine Religion, wo nur die Gelehrten das verstehen? Nein, ich verstehe das doch. Ich sage doch nicht, dass die Gelehrten das verstehen. Ja, du verstehst es doch auch nicht. Bro, natürlich verstehe ich das. Der Islam ist... Also habe ich jetzt richtig gestanden, die Gelehrten verstehen es nicht. Die erzählen scheiße, oder was? Also die Gelehrten erzählen jetzt scheiße, oder was? Ich bin sowieso mit den Gelehrten nicht dabei. Ja, aber mal ganz ehrlich, mal ganz ehrlich, die Gelehrten, die Gelehrten danach richten sich aber ganz, 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 ganz viele Leute. Ja, gut, dann sollen die das machen. Ganz, ganz viele Muslime sagen, die Gelehrten, die haben da absolut recht. Es wird sogar da unterschieden, wie man diese Sprüche zu verstehen hat, wie die Gelehrten es da übersetzen. Es ist auch an dem, dass man dann sagen muss, wenn das Sahih ist, dann ist es authentisch, das ist nicht anzuzweifeln. Wenn du das anzweifelst, die Gelehrten anzweifelst, zweifelst du den Koran an. Nein, den Koran nicht, den Koran nicht, aber die Hadithe, die Hadithe. Ganz kurz, darf mich nochmal bitte eine letzte Sache sagen. Ja, es gibt Suren aus dem Koran und es gibt Hadithe und nicht alle Muslime glauben an die gleichen Hadithe, das ist wahr. Und Apple, iPhone, das Einzige, was du noch sagen solltest, ist auf Wiedersehen. Nein, 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 eine kurze Zeit. Schönen Abend noch, mach's gut, ciao. Nee, du machst jetzt auch keine Islamwerbung mehr. Nein, Junge, du machst jetzt auch keine Islamwerbung mehr. Nein, ich mach gar keine Islamwerbung gerade. Doch, tut er, er lässt uns nicht aus. Alter, du zweifelst eure eigenen Gelehrten an, die Gelehrten, die auf jeden Fall gelehrt haben, den Koran richtig zu verstehen. Du stellst dich mit deinen Aussagen über die Gelehrten und das alleine ist dann das Anzweifeln des Korans. Das stimmt doch gar nicht. Bist du ein Dusselig, Mensch, oder was? Das red doch kein Blödsinn, Rolf. Guck mal, hör zu, ganz kurz, die Scharia wird niemals... Äh, 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 schon wieder so ein Gesprächskünftler. Die Scharia wird niemals, er hofft sich lustig zu machen. Die Scharia wird niemals in Deutschland, in Europa... Ja, ich glaub halt, dass du kognitiv eingeschränkt bist, weil jeder Satz von dir beginnt mit Ähm. Ja, gut, gut. Ähm. Ja, aber du, du machst auch komische Geräusche. Mach ich mich lustig über dich? Du machst die ganze Zeit komische Geräusche. Mach mich doch nicht lustig damit. Ja und du lasst niemanden ausführen. Außer du selbst ausführen. Auf jeden Fall, guck mal. Im Islam ist der einzige Schiff, das kann nicht sein. Apple iPhone, das heißt, hör mal und nicht guck mal. Ja hör mal. Im Islam ist ein absoluter Zinsverbot und das wird niemals in Europa installiert. Deswegen braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen um die Charriere zu machen. Falsch! 2,5% Zins. Falsch! Selbst unsere Politik redet offen darüber. Wir haben auch Teilbereiche in selbst Deutschland, wo die Scharia schon am wirken ist. In der Form, wo Friedensrichter Rechts sprechen. Wir haben auch das Problem, dass auf Grundlage des Glaubens dann die Beschneidung der Frau stattfindet. Wir haben auch das Problem, dass auf Grundlage der Scharia da zum Beispiel auch Kinder ihnen möglich werden. Wir haben dann, wie gesagt, sogar die Intention eines Nuri-Pool, der offen und ehrlich darüber redet. Wir sollten gucken, ob Teile der Scharia mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Mal ohne Scheiß. Was für ein Mist erzählst du? In England haben wir wegen der Scharia gerichtet. Wir haben in anderen Ländern die Scharia, die am Weg ist. Also mal ganz ehrlich, was für ein Mist erzählst du hier? Zinsverbot ist Scharia, das wird niemals in Europa installiert. Die Banken werden das nie zulassen. Willst du mich verarschen? Apple iPhone ohne Scheiß, Alter. In Sonja Ramin gibt es nicht mehr. Ohne Scheiß, du hast so viel Matrix geguckt. Ich schwör dir. Ja, wieso denn? Da steht doch schwarz auf weiß drin. Zinsverbot, Zinsverbot, Wucherverbot. Das wird niemals installiert. Keine Chance. Apple, ihr umgeht doch dieses Verbot, was dort geschrieben wird. Das geht doch gar nicht, das zum Gehen. Das kannst du nicht. Dann bist du aus dem Glauben wirklich draußen. Sobald du siehst, bist du aus dem Glauben draußen. Alter, bei euch kann doch jeder wegen allem aus dem Glauben kriegen. Für 100 Euro. Und ich sage, pass auf. Das ist Quatsch. Nicht mal in den islamischen Ländern, Herr Scharia, deswegen. Hör zu. Hör doch mal zu. Hör doch mal zu. Wenn ich zu dir sage, leih mir bitte 100 Euro. Ja. Und ich gebe dir 10% Zinsen, dann musst du mir sagen, ich darf keine Zinsen. Pass auf, genau. Deswegen sagst du dann, pass mal auf, ich verkaufe dir mein Apple iPhone für 100 Euro. Ja. Oder beziehungsweise ich verkaufe dir mein Apple iPhone für 100 Euro. Ja. Ich kaufe es dir in einem Monat für 120 wieder zurück. So umgeht ihr eure Zinsen, mein Freund. Und du weißt es. Jetzt bist du still, ne? Dass ich sagen darf. Erwischt. So machen das alle. Alle islamischen Länder. Ihr seid euch da. Da ist nämlich schon wieder Takiyah. Ja, danke. Das habe ich schon lange gewusst. Wie gesagt, die glauben hier wirklich, dass wir nicht das Land der Dichter und Denker sind, sondern dass wir irgendwelche dummen Allmanns sind, denen sie jeden Scheiß erzählen können. Das glauben die wirklich. Sprich, ich habe die Kampfbefehle des Islams vor mir. Ja, ich weiß. Und er redet und redet und redet und redet. Aber du musst da halt aber schon aufpassen, Mausi, weil das, was du vorgelesen hast, das ist tatsächlich so, dass man das drehen und wenden kann, dass es für den Verteidigungsfall zählt. Die Sache ist aber nun mal die, der Islam hat sich nicht bis Spanien verteidigt. Versteht so? Ja, aber die Suren sind doch hier drin, schwarz auf weiß. Ja, richtig. Aber das, was du vorgelesen hast, war ja so, wenn sie euch von euren Ländern vertrieben haben, etc., wenn sie euch bekämpfen, dann dürft ihr natürlich kämpfen. Das ist ja genau das, was sie sagen, dass das nur im Verteidigungsfall zählt. Allerdings haben sie sich bei Gott niemals bis Spanien verteidigt. Das ist ja das, ich hatte es verstanden, darauf wollte ich ja vorhin hinaus. Deswegen habe ich ja gefragt, wo kommen denn die ersten Muslime her? Dann geht doch bitte in dieses Land und nehmt nicht 54 andere Länder so ein und erzählt dann, das ist nur, wenn wir angegriffen werden. Das ist doch völliger Bullshit. Ja, genau. Aber man muss den, dann darf man aber auch nicht vergessen, man darf ja eins immer bei alledem nicht vergessen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Islam selbst beziedelt sich ja als friedlich auch auf einer Grundlage gesehen. Es ist an dem, dass man dann ja weiß, dass der Islam, wenn man das so möchte, für sich, ich rück mich salopp aus, die Weltherrschaft für sich beansprucht. Sprich, alle Länder sollen islamisch sein. Dann haben sie ihr Ziel erreicht. Wenn es dann an dem ist, dann spricht der Islam davon, dann ist die Welt friedlich. Somit kann man sagen, der Islam ist friedlich. Wenn man jetzt aber das so sieht, dass sie dann den jegliches Land islamisieren wollen, dass das das eigentliche Ziel ist, es in den Islam zu führen, dann ist das ja eine Art des Dschihads. Das ist ja nun mal. Von daher ist der Kampf gegeben. Guck mal, denkst du, in Europa würden die installieren etwas, was die Alkoholindustrie zerstört, was die Tabakindustrie zerstört, was die Pornoindustrie zerstört, was die Dingsbanken... Du verstehst das nicht, selbst Teile des... Du kapierst das gar nicht. Teile der Scharia sind da schon problematisch anzusehen. Die Rechtsgebung der Scharia beinhaltet fünf Prozent. Diese fünf Prozent sind schon bei uns alleine mit dem Grund oder mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Ja, natürlich. Wenn ich mir dann überlege, dass es dann in anderen Ländern definitiv da auch diese fünf Prozent in Teilen gibt, die angewandt werden, mittlerweile sogar in England, das muss man sich mal überlegen, die haben da mittlerweile Scharia-Gerichte und du sagst, das gibt es nicht. Das muss man sich mal ausdenken, jetzt mal ohne Scheiß. Bro, ich habe noch nie irgendwas gehört, dass in Europa Scharia praktiziert wird. Das wird nicht mal in Saudi-Arabien praktiziert. Guck doch mal, was in Saudi-Arabien abgeht. Ey, Apple-iPhone ohne Mist, Alter, ich weiß nicht, warum du so ein Mist erzählst. Ich dachte ganz ehrlich, dass du ein bisschen mehr in der BNA hast, aber deine Takiyah-Pisse höre ich mir hier nicht mehr an. Du kannst dich gerne noch ein bisschen mit dem Host unterhalten, aber ich bin hier an der Stelle rausgegangen. Weil ganz ehrlich, so viel Lügen auf einen Haufen kann man sich nicht ausdenken. Ja, aber es ist doch so, ich sage, die Sachen stehen doch mal zu weisen. Ey, wisst ihr was, ich ziehe jetzt mal ein Resümee. Unsere beiden Kulturen, nee, 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 kannst ruhig da bleiben, aber unsere beiden Kulturen, das wird niemals funktionieren. Nein, wird doch nicht. Dann geht nach Hause. Ja, aber ich sage, es zwingt euch doch keiner, ich zwinge euch doch, ich zwinge euch doch, ich zwinge euch doch keinen Christen oder keinen Ungläubigen irgendwas, was... Doch, überall wird das immer mehr installiert. Ich sehe deutsche Kinder, ich sehe deutsche Kinder, die einen Kanacken-Akzent haben. Ja gut, guck mal, wie du redest, verstehst du das? Also, es ist nicht schön, was du gerade machst, aber... Wie, was ich gerade mache? Dass deutsche Kinder plötzlich durch die Gegend laufen und sagen, wallah, 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 bühler? Beschwer dich, beschwer dich bei deinen Politikern. Ja, mache ich täglich, mache ich täglich. Ja, nicht bei irgendwelchen Leuten, die aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Vertrieben? Ich habe dich von nirgends vertrieben! Na, ja, ne, ne, ne. Bist du ein Schaf oder was ist mit dir los? Ja, deine Eltern haben doch das TSU gewählt und alles. Meine Eltern haben gar nichts, die haben das überhaupt nicht gewählt. Ja, gut, dann waren wir eine der wenigen Aufgeklärten. Ja, meine Eltern haben die einzige Sache gewählt, was man hier wählen kann. Ich hatte ein schönes Land, uns ging es gut, bevor die Russen kamen, danach die Amis kamen. Ja, dann geh nach Russland. Dann geh nach Russland. Dann geh nach Russland. Oder nach Amerika, beschwer dich da. Ja, gut. Die Hälfte ist ja in Amerika von meiner Familie. Wir wurden vertrieben von da, genau das, was im Koran steht. Weißt du? Genau das steht da drin, von wo sie euch vertreiben. Und euch werden sie auch irgendwann vertreiben. Warte ab, Kollege. Und dann will ich mal sehen, wie du hier dann gegen irgendwelche Raketen... Ja, ich weiß, wer uns hier vertreiben will. Ich weiß ja genau, wer uns hier vertreiben will. Ja, ich weiß ja, wer uns hier vertreiben will. Nämlich der Islam will hier alles vertreiben. Das ist der Punkt. Hast du Kinder? Die haben bei uns an der Tür angekloppt, Kollege. Die haben bei uns an der Tür angekloppt, das Militär. Und wollten halt zwölfjährigen Bruder mit dem, du Wichser. Apple iPhone. So, das war's dann für dich. Deswegen sind meine Eltern weg. Du hast überhaupt keine Ahnung vom Krieg. Du sitzt hier im Furz, Kackst und Frist. Du hast überhaupt keine Ahnung, wenn Menschen sterben. Mann. Aber Apple iPhone. Ja, und deswegen ist der Islam nicht gut. Hört mich auf deinen, Apple iPhone. Du wurdest noch nie vertrieben. Apple iPhone. Hallo, Apple iPhone. Hör doch mal kurz. Ich kenn dich doch. Nö, ich weiß ja, du hast in vielen eine gute Meinung. Religion ist jetzt ein ganz anderes Thema bei dir. Aber, warte mal. Da kann der auf die Weile gehen. Was mich interessiert, was mich interessiert, ist ja, du sagst, die sind ja vertrieben worden. Aber wer ist denn bis nach Deutschland vertrieben worden? Kein einziger Mensch auf diesem Planeten. Oder ück ich mich da. Ja, aber Deutschland ist doch für die so gemacht worden, damit... Ja, aber Deutschland, aber Deutschland. Ich hab dir einen Scheiß getan. Geh mit deiner Opferrolle irgendwo anders hin. Boah, ey, der ist total Bananen, Alter. Ich sag dir doch, die arbeiten noch alle zusammen. Das ist mir scheißegal. Deshalb ist der Islam trotzdem nicht die Wahrheit. Wir sind einer der größten Waffenexporteure auf der Welt. I don't care. Ja, you don't care. Verstehst du das? Ja. Ich will den Islam einfach nicht. Andere Menschen sind ja scheißegal. Digga, ich bin sogar... Weißt du, wenn du mal nachfragen würdest, Apple iPhone, Apple iPhone, wenn du mal nachfragen würdest, wenn du mal nachfragen würdest, dann wüsstest du sogar, dass ich... Scheiß auf die Halle, da sind keine Menschen. Oh, lecker. Die leben nicht, da sind keine Mitglieder. Alter, ich versuch dir grad was zu sagen, aber wenn du nicht aufhörst zu quatschen, dann kannst du nicht zuhören. Wie gesagt, in dieser ganzen Sache bin ich sogar auf der Seite von Palästina, weil ich mich frage, wie England einfach das an die Israelis verschenken konnte. Da bin ich sogar auf eurer Seite. Aber weil ihr mich als dreckigen, schweinefressenden Kuffar bezeichnet, werde ich mich nicht auf eure Seite stellen. Weil ihr werdet mir in den Rücken fallen und ich werde niemals knien vor irgendeinem Pädophilen. Und ich hoffe, das ist jetzt angekommen bei dir. Und ansonsten bin ich komplett gegen die USA. Jeder hier weiß das. Gestern Abend habe ich noch die Bombingtour der USA hier durchgenommen. Also was erzählst du hier für eine Scheiße? Ich will dich verabschieden, ja? Schönen Tag, Herr Schade. Ja, ciao. Ja, iPhone, du musst dich wieder entstummen. Das ist nicht so einfach bei mir von fehlenden Knöpfen. Manchmal, wenn man das gemacht hat, kann man die Sperre nicht mehr rausmachen. Versuch du dir nochmal zu entstummen, dann kriegst du eine Message und dann kann er das, oh, jetzt geht's. Dann ist er da. Ja, gut, wie gesagt, es geht nur um Menschlichkeit, Bruder. Ich sage niemandem, du hast recht, ich habe Unrecht. Du bist für mich ein Mensch wie jeder andere Mensch. Ich würde niemals sagen, hier, der andere hat kein Recht zu leben. Der andere hat kein Recht zu trinken, zu essen. Bin ich weniger wert als du? Bin ich weniger wert als du, weil ich kein Moslem bin? Nein, natürlich, du bist genauso ein Mensch wie ein Moslem für mich. Ich bin genauso viel wert wie ein Moslem. Ich mache keinen Unterschied da. Ja? Dann hast du mit radikalen Moslimen schon ein Problem. Ja, radikal ist überall beschissen, das ist doch klar. Ja, und genau das greifen wir an. Den radikalen Teil des Islams. Und das scheint euch so zu stressen, dass wir darauf aufmerksam machen, dass es radikale Strömungen gibt. Das scheint euch so zu stressen. Aber dass die Isis den Namen, sei jetzt ruhig, den Namen des Propheten bei sich auf die Fahne schreibt und Menschen töten geht, das stört euch nicht. Guck mal, weißt du, was im Islam steht? Nichts, guck mal. Ja, gut. Im Islam steht, Fahnen sind verboten im Islam. Ja, Grenzen ziehen sind verboten im Islam. Dann geht, dann, warum gibt es denn von Muslimen keine Demonstrationen gegen die Isis? Bro, keiner ist mit der Isis nicht verstanden. Gibt es nicht. Auch nicht gegen die Taliban. Gibt es nicht. Ihr macht keine Demos. Ihr redet nicht dagegen. Ihr spielt alles immer klein und sagt, ach, das ist überhaupt nicht der Islam. Aber Taliban heißt gelehriger Schüler. Und was haben sie denn gelernt? Ja, gut, wenigstens haben sie das Land von den Amerikanern befreit. Wäre schön, wenn die hier auch kommen würden. Die haben das Land von den Amis befreit. Weißt du, die Amerikaner und die Europäer haben da 300.000 Soldaten ausgebildet und die haben ihre Waffen in den Sand geworfen, als dann die 60.000 Talibans aus den Bergen angekommen sind, weil die Leute nämlich nach der Scharia leben wollen. Aber wir wollen es nicht. Patrick, er hat eben gesagt, es wäre schön, wenn sie auch hierher kommen würden. Vielleicht sollten sie auch mal nach Deutschland kommen, um die Deutschen von den Amis befreien. So, gerade in diesem Moment bewegen wir uns in dem strafrechtlichen, relevanten Bereich. Ja, die Denunziantentum, alle immer diese strafrechtliche Anzeige, ich mache das, ich mache dies. Ja, finde ich auch lächerlich. Denunziantentum, das kann ich nicht. Nein, du verstehst das gar nicht. Mal ganz ehrlich, das braucht noch... Nein, du verstehst das nicht. Hör mal zu, Apple iPhone, höre mal zu. Hör mal zu. Es ist nicht an dem, dass das hier irgendeine meldet. Wir haben, das ist glaube ich keine zwei Wochen her, da haben wir in Bayern großräumige Razzien gehabt, die genau auf diese Internetkriminalität aus sind, die du da eben getätigt hast. Was habe ich denn getätigt? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Ja, du hast sogar sehr Falsches gesagt. Du hast gesagt, es wäre auch gut, wenn die Taliban mal hierher kommt und da für Ordnung sorgt. So, in dem Moment ist die Taliban eine Terrororganisation. Das weiß ich nicht, ob die da... Ja, ist es. Ja, ist es, ganz klar. Und in dem Moment, wo du das gesagt hast, hast du gegen geltendes Recht verstoßen. Und du solltest darüber nachdenken. Nicht jemand, der dich hier meldet oder so, darum geht es gar nicht. Diese ganzen Lives, die werden aufgezeichnet. Es gibt auch genug Leute, die sich das anschauen. Und ich denke mal, gerade hier bei so einem Thema könnte man durchaus davon ausgehen, dass Leute zuhören. Und dann ist es an dem, das, was du da eben gemacht hast, nun mal in den strafrechtlichen Bereich fällt. Ja, aber... Also wenn du irgendwann mal klopfi-klopfi an der Tür hast und die sagen, pass mal auf, wir gucken jetzt bei dir zu Hause mal nach, dann solltest du vielleicht mal darüber nachdenken. Ja, gut, wie ich hier sage, guck mal, siehst du, du stopfst mir wieder den Mund mit Angst, weißt du, was ich meine? Das ist ja das Problem. Weißt du, dann sollen die doch einklopfen, ich habe nichts zu verwerben. Ich bin kein Radikaler. Ich bin ja kein Radikaler, verstehst du, ich bin bei euch überall mit dabei. Ich sage auch, dass es Kinderehen verboten sein sollten. Verstehst du, was ich meine? Also sprichst du gegen den Koran? Das ist nicht Koran, das ist Hadith. Ja, aber du sprichst gegen die Sunnah. Nein, der Koran verbietet das, deswegen natürlich... Wo verbietet er das? Sag mir die Sure, wo er das verbietet. Gut, das geht um die... Das geht um... Halter, Digga. Ich sprichst, chill doch mal. Was Typ du bist, Alter. In der Sure, wo es um die Weisen geht. Wieso hast du den Weisen ihr Geld aushändigen, wenn sie eher... Oder ich weiß jetzt nicht ganz genau auswendig... Ja, super, das heißt, dein Argument ist gerade flöten gegangen. Das ist der Punkt. Warum beschwert ihr euch, ja? Wie, warum beschwere ich mich? Über Kinder-Ehen? Bei mir das Schicksal der Kinder nicht egal ist. Genauso wie beim Vatikan, genauso wie auf Epstein-Insel, genauso wie Pizzagate oder sonst irgendwelche Pädophilen. Also ganz ehrlich... Das wäre respektvoll, ja. Ja, das wäre respektvoll, aber du hast ja erstmal eine These aufgestellt, die so nicht hinhaut. Ja, aber ich habe ja gerade, wenn ich meine Frage nicht mal zu Ende gesprochen... Ganz kurz, ganz kurz, ich gehe raus. Guck mal, meine Mutter hat meinen kleinen Bruder versteckt vor Militär, die wir uns zu Hause angeklopft haben. Mein zwölfjähriger junger Bruder sollte kämpfen für einen Krieg, mit dem wir nichts am Hut haben. Du wirst einfach eingezogen. Welche Armee war das? Die russische Armee war das. Ah, okay, dann geh nach Putin und nerv den. Ich sage doch nicht, aber wir mussten doch irgendwo hinfliehen. Oder sollte man da bleiben, sollte man... Ja, und dann kommt man, dann geht man anstatt in ein muslimisches Land, wo alles schon ungefähr so abläuft, wo ungefähr alles so abläuft, wie ihr euch das vorstellt. Nein, dann geht ihr in das Land der Kuffar. Ihr geht in das Land der Kuffar. Wie erbärmlich. Bro, wir sollten zu denen hingehen, das ging nicht um Kuffar, es ging um Leben und Tod. Wir sollten zu denen hingehen, die uns opfern wollten. Ja, dann ist der Kuffar auch gut genug, ne? Sehr, sehr, sehr logisch, was du da gerade sagst. Der Schweinefresser, der ist dann gut genug. Die Russen wollten uns umbringen, wir sollten zu den Russen gehen. Sehr logisch. Ja, wie gesagt... Warte mal bitte, warte, bevor du jetzt weiter mit ihm diskutierst. Wer hat denn die ganzen muslimischen Länder, wer hat denn Kriege gemacht da? Ich nicht. Und wer hat das alles unterstützt? Ja, geh dich dahin, beschweren, wo das ist. Da musst du hingehen. Ich weiß, dass die Amerikaner den Nahen Osten zerbombt haben und das ist nicht richtig. Aber das heißt nicht, dass Europa sich dem Islam unterwerfen muss. Und wer hat das alles finanziert? Das... Wer finanziert das heute noch? Ja, wer finanziert und unterstützt das heute noch? Und deswegen müssen wir jetzt vor euch kuschen, oder was? Keiner sagt das doch. Oder was? Wir wollen doch friedlich miteinander leben. Nein, ihr wollt nicht friedlich mit uns leben. Bro, ich hab... Ihr wollt uns eure Religion aufdrücken. Das stimmt doch gar nicht, Bro. Doch. Das sind wenige Radikale, die du gerade erwähnst. Ja, genau. Deswegen gibt es jetzt an deutschen Schulen teilweise nicht mal mehr Schweinefleisch, weil man Rücksicht nimmt auf den Islam. Ganz klar. Bro, das ist doch nicht schlimm. Das sind die Anfangsschulen... Das ist nur der Anfang. Die zarten Anfänge. Es wird immer mehr. Dann wollen wir auf einmal den Islam, äh, dass der freitags der Imam rufen darf. Dann kommt das, dann kommt das. Ich will es einfach nicht. Das ist keine sinnlose... Das ist eine sinnlose Panik, die du gerade selber hast. Ja, alles klar, Junge. Das war's für dich. Ja. Sinnlose Panik. Für die, die alle abgestochen wurden, war es wahrscheinlich auch sinnlose Panik. Also von daher, äh... Kannst du dich mal ein bisschen beruhigen? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Manifest halt mal die Backen und gib mal hier nicht die Gesprächskultur vor, weil das... Richtig. Du bist nämlich hier bei mir und ich nicht bei dir. Wenn du nämlich deinen eigenen Live aufmachst, dann komm ich gern bei dir, deine drei Zuschauer, dann können wir ja reden. So, Patrick, aber ich wollte mich erstmal, bevor ich hier auch gehe, einfach ungesagt, wollte ich mich erstmal verabschieden. Und Patrick, seh zu, dass du langsam auch Feierabend machst. Ich glaube, wir haben heute genug von diesen Schwachmaten zu hören gekriegt. Ganz ehrlich, ich bin platt und ich habe das lange nicht so lange gemacht wie du heute. Und von daher, gönn dir jetzt mal ein bisschen was, Alter. Guck nach, ob das für ein Bierchen reicht. Ohne Scheiß. Trink einen für mich mit. Ich darf ja nicht, ich will ihn ja nicht. Von daher, viel Spaß heute Abend, Patrick. Ich bin raus, ne? Und an den Rest im Chat auch. Ich wünsche euch was, viel Spaß. Genießt den restlichen Samstagabend und denkt immer dran, der Islam passt nicht zu Deutschland. Da sollten wir uns alle einig sein. Wir haben, ich glaube, heute genug Beispiele gehört, warum es an dem ist. Warum der Islam eine wirkliche Gefahr darstellt, auch für unser Land. Weil sie es nicht auf die Kette kriegen, Staat von Religion zu trennen. Für sie ist es wichtiger, was irgendein Steinzeit-Typ da irgendwann mal gemacht hat und sich danach zu richten ist. Für sie wesentlich wichtiger, als dann vielleicht dankbar zu sein, dass sie in einem Land leben, wo man nicht so hinterweltlich lebt und nicht so ein Blödsinn verzappt. Und darüber solltet ihr alle mal nachdenken. Und wenn ihr dann heute Abend dann euch ins Bettchen legt, dann könnt ihr ja für euch selber entscheiden, ob ihr da aus dem Islam austreten wollt, an meine friedlebende Muslime. Weil das ist das Einzige, was hier in diesem Land überhaupt noch Sinn ergibt. Wenn ihr dann aber den Glauben dann auf der spirituellen Ebene begeben wollt und den ausüben wollt, dann macht das. Daran hält euch und da hält euch niemand auf. Aber hört auf mit diesem blöden Piss. Ohne Scheiß, Alter. So, an der Stelle wünsche ich euch was. Einen schicken Abend noch. Ja, wie gesagt, ich bleibe mal noch ganz kurz. Nochmal danke für die Unterstützung von dir auch und so und auch von allen anderen. Ich bedanke mich auch bei den Rednern, die auch Sachen gesagt haben, die mir gar nicht gefallen. Aber trotzdem, aber trotzdem vielen Dank. Aber trotzdem gehört werden müssen, Patrick. Richtig. Diese Sachen müssen gehört werden. Richtig. Es ist ja an dem, wie viele sagen, der Islam stellt keine Gefahr dar. Wie viele sagen, wir wollen das alles gar nicht. Wie viele betreiben Takiyah, sind nur am Lügen. Wie viele sagen, nein, niemals wird es hier die Scharia geben. Aber jeder fromme Moslem muss gleichzeitig die Scharia annehmen. Mal ganz ehrlich, Alter. Leute, wacht auf. Kommt an. In der Realität. Wir haben es schon einmal erlebt. Am Ende ist es genau das gleiche wie 2015. Ihr winkt mit irgendeinem bescheuerten Teddybär und wisst gar nicht, dass ihr euch die Krieger ins eigene Land holt. Ohne Scheiß. Von daher, denkt nach. Wacht auf. Fangt endlich an, das Wahre zu sehen und nicht alles wegzuignorieren. Das kann so nicht mehr sein. Weil ganz ehrlich, irgendwann ist es zu spät. Und dann kommt nicht an und jault, weil dann könnt ihr nichts mehr machen. Ja, so ist es. Niklas, ich wollte jetzt, wie gesagt, eigentlich wirklich langsam mal Richtung Schluss gehen. Wir machen noch die 200.000 K voll, bitte. Haut mal nochmal richtig in die Tasten, bitte. Das sind nur noch 14.000 K. Das ist ganz schnell gemacht. Und bis dahin, Niklas, was willst du uns mitteilen? Ich guck mal fragen, warum du so voller Hass bist. Bin ich nicht. Okay, lass mich dann kurz ein bisschen weiter ausreden. Du wolltest doch hier bestimmte Diskussionen führen, nicht? Worüber? Mit dir? Das ist das allgemeine Thema. War das eine Diskussion oder? Ja klar war es eine Diskussion. In der Diskussion redet man doch in der Regel ruhig miteinander. Ja, das ist deine Art der Diskussion. Das ist nicht die allgemeine Art der Diskussion. Und deine Art ist auch nicht die vorherrschende. Und wenn dir meine Art und Weise nicht passt, wie gesagt, ich kann dir zeigen, wo die Tür ist. Ja, das interessiert mich gerade gar nicht, weil du mir jetzt schon aufdiktieren willst, wie ich mich zu geben habe. Und das lasse ich mir von einem dahergelaufenen wie dir nicht sagen. Patrick, bleib doch ruhig. Ich will dir doch gar nicht reden. Nein, da brauche ich auch gar nicht ruhig bleiben. Du greifst mich um meine Integrität an. Patrick, ich habe es verallgemeinert. Ich habe doch nicht gesagt, dass du nicht diskutieren kannst, sondern ich habe gefragt, ob dein Ziel eine Diskussion war. Und dass sie allgemein ruhig geführt wird. Das habe ich gesagt. Nein, war es nicht. Ja, dann leg mir aber nicht irgendwelche Sätze in den Mund, die ich so nicht gesagt habe. Ja, wie gesagt, du willst mir erklären, wie man sich zu artikulieren hat. Habe ich auch nicht. Ich habe dich für Allgemeinheit gefragt, ob das für dich die Diskussion war. Das habe ich gefragt. Ja, es war für mich eine Diskussion, aber wahrscheinlich nicht so eine Diskussion, wie du das gerne hättest. Dann habe ich die Frage doch beantwortet bekommen. Warum bist du denn so aggressiv, mein Freund? Ja, Digga, weil hier heute über zwölf Leute waren, die mir erklärt haben, dass eine neunjährige, erwachsene Frau ist. Das sehe ich genauso, dass das nicht der Fall ist. Aber bestimmte Leute können ja ihre Meinung haben, auch wenn du... Nee, das ist keine Meinung, Digga. Ich rede... Auch andere Meinungen hast du ja in den ganzen Live-Shows schon nicht akzeptiert. Also für dich ist das eine Meinung, wenn man sagt, eine neunjährige ist eine Frau. Das ist für dich eine Meinung. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe aber auch gerade eben gesagt, dass du allgemein irgendwie mit anderen Meinungen nicht so zurechtkommst. Ja, es sind ja auch keine Meinungen. Es ist Bullshit, wenn man sagt, dass eine neunjährige eine Erwachsene ist. Nö, das sehe ich genauso. Das ist nicht der Fall. Ich rede vom Gesamt... Ja, aber das hat nichts mit Meinung zu tun. Das ist eine Realität. Und dann muss man mir nicht anfangen zu erzählen, ja, nee, doch, eine neunjährige kann unter Umständen schon eine Erwachsene sein. What the fuck? Und jeder, der das irgendwie runterspielt und sich dann nicht aufregt, den muss ich schon hinterfragen. Hast du pädophile Tendenzen? Oder warum unterstützt du sowas? Also ich unterstütze sowas nicht, da ich dir eben schon gesagt habe... Aber du gehst auch nicht dagegen vor. Ich war doch nicht dabei. Ich habe dich nur, ich wollte dich, spreche dich allgemein darauf an, dass ich das Gefühl hatte, dass du in dem Live grundsätzlich zu jedem und seiner Meinung nicht zufrieden bist. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, aber den Eindruck hast du in mir erweckt. Deswegen spreche ich dich... Ja, aber das ist ja dein Eindruck. Ein subjektives Gefühl. Geh mir damit nicht auf die Eier. Geh mir damit nicht auf die Eier. Nein, hab ich nicht. Vor dir schon gar nicht. Ja, den kennst du mich nicht. Warum bist du so frech? Ja, warum bist du so frech und kommst hier rein und sagst mir, wie ich zu reden habe? Ich zeig dir, wie man allgemein reden sollte mit Leuten, die man nicht kennt. Ja, wie man sollte. Nach deiner Vorstellung. Aber deine Vorstellung interessiert mich einen Scheiß. Du bist einfach unreif. Das ist das Problem. Ja, das denkst du. Du bist unreif, weil du dich unterworfen hast. Nämlich irgendwelchen kulturellen, moralischen Regeln. Knigge, wie man sprechen darf. Dies, das, jenes. Ist dir klar, dass Moral nur für Bauern ist? Ich sehe das anders. Ja, du bist noch ein Kind. Ich höre das an deiner Stimme. Du bist maximal 20. Du hast im Leben noch nichts selber gelebt, nichts auf die Kette gekriegt, gar nichts. Hör mal zu, mein Freund. Ich bin 21, Rettungsanleger. Sag ich doch. Sag ich doch. Nix auf die Kette gekriegt. Ich arbeite in einem Job. Ich könnte potenziell derjenige sein, der dein Leben rettet. Ja, genau, Alter. Du kämpfst Leute nicht und redest mit denen in einem gewissen Ton und Atem. Ich verstehe nicht. Ja, aber das ist das. Dann ist das. Dann geh Leben retten mit deinen 21 und red nicht übers Leben, wovon du keine Ahnung hast, weil du erst 21 bist. Wer ist Julian Assange? Wie alt bist du? Wer ist 37? Wer ist Julian Assange? Für 37 verhältst du dich aber ganz schön unreif, mein Freund. Ja, das ist deine Meinung, weil du ja auch festlegst, was reif ist und was nicht. Wer ist Julian Assange? Woher soll ich den kennen? Woher du den kennen sollst? Der sitzt seit 14 Jahren in England in Untersuchungshaft, weil er die Kriegsverbrechen der Amerikaner aufgedeckt hat. Und das interessiert niemanden. Aber weißt du, warum du das nicht weißt? Weil es vor 14 Jahren passiert ist. Und du da noch ein Scheißer warst. Und dir fehlt es einfach an Lebenserfahrung. Ich sage nicht mal, dass du dumm bist, aber dass du mit 21 glaubst, die Welt verstanden zu haben und wie man sich zu artikulieren hat. Geh mal los und lern erst mal noch was im Leben, bevor du anfängst zu reden. Okay. Ich glaube, wir kommen ja nicht auf einen Nenner. Nee, wir kommen ja auch nicht auf einen Nenner, weil, ganz ehrlich, ich würde dich nicht mal als Haustier halten. Du kannst mir nicht das Wasser reichen, wenn du mein Kellner wärst. Okay. Lass mich doch trotzdem bitte ausreden. Ich wollte dich allgemein darauf ansprechen, dass ich der Meinung mich... Ja, deine Meinung juckt nicht. Ich bin unreif. Deine Einschätzung der ganzen Situation. Deine ganze Einschätzung der Situation. Nix. Komm, Alter. Laber keinen Müll, Junge. Geh einfach weiter. Diese ganzen weichgespülten Typen. Früher hat man sowas einen Waschlappen genannt. Ehrlich. Hallo, Badrik. Grüß dich. Ey, hammerhart. Ich kann bald nicht mehr. Hammer, krass. Komm da rein und wird dir deine Gesprächskultur hier. Ja, mit seinen 21. Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist so lächerlich. Ich habe schon alleine gewohnt, als der auf die Welt kam. Ja, genau. Genau. Und dann, oh, ey, weißt du, dann muss man einfach impulsiv sein, wenn es um Pädophilie geht, weißt du, um den in ihren Kinderficker. Ja, das kapieren die nicht, weißt du. Dann muss man da mal Respekt bringen. Langbelo, Langbelo, du darfst das so nicht sagen. Ich weiß, die Emotion ist da. Ich weiß, man will das Wort sagen, aber sag irgendwas anderes. Pädophila oder so. Hallo, Neurone. Ja, die mit dem Pädophilie. Weil sonst wirst du wieder geblockt. Und das macht auch keinen Wert, Alter. Hast du recht. Hast du recht. Aber Geistesgleich. Mit 21 will den Patrick belehren. Ja, richtig. Wenn mal mehr Deutsche so wären wie ich, dann wäre hier aber ganz schnell zappenduster mit Islam und dem ganzen Zeug. Weil dann würden die Leute einfach mal lernen, Nein zu sagen und das nicht mal zu begründen. Warum willst du den Islam nicht? Nein, ich will ihn einfach nicht. Ich muss das im Prinzip nicht mal begründen. Ich will es einfach nicht. Und wenn der Deutsche mal zu sich selbst ehrlich wäre, dann will er das auch nicht. Dann will er seine Städte von früher zurück, wo man zu jeder Uhrzeit einfach noch durch die Stadt laufen kann, ohne dass man Angst haben muss, abgestochen zu werden. Richtig, ganz genau. Ganz genau. Er hat immer mit ihrem Buch, immer, der kennt das nicht, der weiß das nicht. Dann zählen die Suhren, dann zählt das, dann ist das, dann hat es der nicht verstanden. Dann meint der Iman, hat es dann nicht verstanden. Und auch, hör auf. Ja, manchmal komme ich mir vor wie der letzte Deutsche. Patrick, ich bin bei dir. Die haben es dich letztens gesperrt, wo ist dich aus meinem Live? Mich haben sie da... Ja, 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 sicher. Aber der Widerspruch ist durchgegangen, ne? Ja, ne, bei mir nicht. Scheiße. Aber ist egal, ich habe fünf Accounts, mir haben sogar schon Leute ihre Zweitaccounts angeboten. Das heißt, wenn ich komplett gesperrt bin, kriege ich dann einfach sogar noch von anderen Leuten Accounts, damit ich weiterhin sprechen kann. Die Leute wollen mich reden, hören, also machen sie das auch möglich. Deswegen ist alles melden völlig irrelevant. Macht ruhig, gebt euch Mühe. Ja, siehst du auch. Wenn der Live mal so über 100 Stück hat, dann können sie eh melden, was sie wollen. Das lässt TikTok schon gar nicht zulassend zumachen, verstehst du? Ne, auf gar keinen Fall. Das hat ja jetzt Geld und Likes. Genau, das ist der Punkt. Ja, gemacht, das ist ja ganz klar. Aber, lol, der Typ ist 21. Ja, wie gesagt, der weiß nicht mal, wer Julian Assange ist mit 21. Peinlich, peinlich, einfach peinlich. Und das war wahrscheinlich so ein Geimpfter. Das hätte ich ihn noch fragen sollen, ob er geimpft ist. Aber bestimmt, so wie der sich angehört hat. Aber das lässt ja auch nicht mehr mit der katholischen Kirche kommen oder so. Die wissen doch ganz genau, wie wir zur katholischen Kirche stehen, dass das genau so eine Scheiße ist, verstehst du? Ja, ja, ich weiß, ich mach ja auch. Die Pädophilie der Deutschen, ja, wissen wir auch was. Dann kümmern wir uns schon drum. Was wollt ihr denn ihr von uns? Leider viel zu wenig. Da gehe ich sogar mit und sage, davon kümmern wir uns hier noch viel, viel zu wenig. Das liegt aber auch daran, dass unsere Polizisten sehr damit beschäftigt sind, sich um die neuen Bürger zu kümmern. Genau. Und diese Ressourcen könnte man nämlich dann auch auf die Pädophilen jagen. Aber nee, die müssen ja dann lieber sich um denen ihre Straftaten kümmern. Genau. Was denkst du denn, Patrick, warum diese ganzen Straftaten, alle die Massenvergewaltigungen, warum die alle auf freien Fuß gehen? Warum denn wohl? Was glaubst du, wie unsere Knäste ausschauen, unsere ganzen Gefängnisse aussehen? Die sind voll, Patrick, die sind voll von oben bis unten. Ja, ich weiß, aber das ist ja gut fürs Geschäft. Absolut. Weil ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das läuft, aber so ein Gefängnis, das ist ja praktisch immer vom Bundesland zu Bundesland. Und die sagen dann einfach, wie viele Häftlinge die haben, wie viele Kosten die haben werden. Das Ganze geben die dann ans Land. Und das Land gibt das Ganze dann weiter an den Bund. So, und das heißt, je mehr Leute so ein Knast inhaftiert hat, desto mehr Kohle kriegt er. Genau. Das ist ein einfaches Business. Weil deswegen bist du im Gefängnis ja auch nur eine Nummer. Genau, und noch der Zuschauer für die Zahlen hat, weit über 80% Ausländer da drin, verstehst du? Ja, aber das Witzige ist, 75% nur wegen BTMG. Krass, ne? Krass. Also alles Drogenvergehen. Aber das war auch schon vorher so. Das war auch schon vor 2015 so. Es gibt keine richtig krassen, echten Kriminellen mehr. Niemand rennt mehr mit Sturmhaube in die Bank rein und überfällt die wie in so einem schlechten Hollywood-Film. Das sind heute, sind das Gewaltstraftäter, Drogendealer, Internetbetrüger, Pädophile. Steuerhinterzieher. Ja, ja, sowas. Steuerhinterzieher. Vielleicht mal noch einer, der sich geweigert hat, GEZ zu zahlen. Ja, genau. Genau. Ja, und halt natürlich die Pädophilen. Und da sage ich dir ganz ehrlich, da wie Deutschland damit umgeht, das ist ganz klar zu kritisieren. Das ist wirklich zu kritisieren. Ja, richtig. Weil in Deutschland läuft das so, die Leute werden dann sogar in den Extra-Psycho-Knast überwiesen. Verstehst du? Ja. Das heißt, die sitzen dann, da sitzt dann ein Pädo neben dem anderen. So, und dann können die sich abends ihre Gute-Nacht-Geschichten erzählen, oder wie läuft das? Ja, richtig, richtig. Die werden ja gefreut von den anderen häftlichen Gehalten, verstehst du, dass ihnen nichts passiert. Da schützt man die. Ja, ja, aber in diesem Psycho-Knast ist es ja völlig egal, weil da sitzen ja nur solche. Ja, weißt das. Weißt das. So, und dann können die da noch gegenseitig ihre Adressen austauschen. Du weißt ja, wenn es eine Haftstrafe gibt, ist sie eh meistens nicht lang. So, und dann können die sich draußen wieder treffen. Ja. Im Prinzip ist das ein Ausbildungslager für Pädos. Richtig, richtig. Da können die erstmal richtig Kontakte knüpfen. Tja, so wie es halt mit der normalen Kriminalität auch ist im Knast, verstehst du? Da lernen sie dann den Rest. Ja, forensisches Gefängnis ist nochmal was anderes. Das ist halt für richtig Psycho durchgeknallt. Es gibt aber auch wirklichen extra Gefängnisse für eben, ja, Pädophile. Ja. Alles beabsichtigt von den Zions. Ja, der Zionismus ist auch ganz klar anzukreiden. Definitiv. Leute, leitet mal da hoch. Noch 203 Zuschauer auf 250. Ich muss Leipzig oben vollmachen, Leute. Was ist denn los mit euch? Nee, ich glaube... Patrick, ich plährt hier jeden Tag auf, was die vorhaben in unserem Land. Und ey, da müsste man was reinkommen auf seiner Kasse da oben. Nee, ich sag dir ehrlich, das war ein echt erfolgreicher Stream, sag ich mal. Wir hatten 12.000 Zuschauer insgesamt. Wir hatten, ich habe jetzt über 220 neue Follower. Und das ist auf jeden Fall ein echt stabiler Lauf gewesen, ja. Ja, ihr könnt auch noch meinem Hauptprofil folgen, meinem Zweitprofil, dem König der Aluhüte-Profil. Also, wenn ihr mir wirklich folgen wollt und nichts verpassen wollt, müsst ihr da schon überall folgen. Und auf YouTube, da findet ihr auf dem Hauptkanal in der Bio, findet ihr den Link für auf YouTube. Falls ihr mich da auch nicht noch ver... Also, falls ihr da auch nichts verpassen wollt. Jo, Langelo. Ja, ein Lackstil könnt ihr jetzt noch reinhauen, den Rest habe ich gemacht. Komm, eins. Oh, vielen Dank, Langelo. Super leid von dir. Jo, weil wie gesagt, ich werde jetzt auch mal Pause machen. Ich muss jetzt auch mal was essen und so. Ich habe jetzt die ganze Zeit hier nur gesessen und mir ein bisschen so süß abends reingeschaufelt. Vielen Dank für das Erreichen des Zieles. Super nice von euch. Die Unterstützung, ich weiß das echt zu schätzen. Ich weiß, ich rede vielen Leuten aus dem Herzen und manchen gehe ich richtig auf den Sack. Und das machen wir beim nächsten Mal auch genauso weiter. Auf jeden Fall. Du bist ein Teufel. Ja, wir sind ganz genau zu euch. Aber ey, du Typ, der dich hier mit drei Followern, ganz ehrlich, dein Gott hat mich doch so gemacht. Richtig, richtig. Wir sind die, die mit einem Flammenschwert über euch richten werden. Glaubt es. Und glaub mir, dein Gott hat sich was dabei gedacht. Und deswegen hat er mich so gemacht. Deswegen. Weil er sich was dabei gedacht hat. Er wollte, dass ich die Leute aufkläre. Er will, dass ich das tue. Wenn dein Gott wollen würde, dass ich das nicht mehr kann, dann würde er dafür sorgen, dass ich stumm bin. Egal auf welche Art und Weise. Er würde dafür sorgen, aber dafür braucht er auch keine gläubigen Menschen, die seine Taten ausführen. Versteht ihr? Ihr redet von einem allmächtigen Gott, der nicht in der Lage ist, diesen Teufel, wie du es nennst, zum Schweigen zu bringen. Wie mächtig kann der schon sein? Patrick, mach Schluss. War erfolgreich. Warte, ich will noch kurz wissen, was der jetzt sagt. Falls er was sagt. Du hast doch keine Ahnung von der Welt. Bleib so, wie du bist, das ist wichtig. Richtig, richtig. Obwohl ich alles Mögliche hasse, was immer das Gleiche bleibt. Aber selbst wenn ich mich verändere, bleibe ich im Inneren trotzdem immer der Gleiche. Weil ich stelle mich grundsätzlich auf die Seite des Schwächeren. Das ist auch der Grund, warum ich in diesem Konflikt zwischen Israel und Palästina eigentlich sogar eher zu Palästina tendiere. Nicht zur Hamas. Da mache ich ja einen Riesenunterschied zwischen Hamas und Palästina. Aber das, was Israel da gerade abzieht, das sind Kriegsverbrechen. Ganz klar. Und ich scheue mich nicht, das zu sagen. Und wenn ein Olaf Scholz sagt, wir sind alle Israelis, dann sage ich, Scholz, halte Mund. Halt deine Mundi. Halt deine Mundi. Wenn der das zu mir sagt, sage ich zu dem, halt deine Mundi. Du unnötiger Sauerstoffverbraucher. Ohne Spaß, das sage ich dann wirklich zu dem. Weil ich bin kein Israeli, ich bin auch kein Ukrainer. Ich bin Deutsche. Richtig. Und wie gesagt, ich sehe, was da passiert. Dieser Konflikt ist auch nicht von gestern. Das läuft da schon seit Ewigkeiten. Und da muss man mal wirklich aufräumen. Und es ist auch richtig, dass man nicht nur den Islam ankreiden muss. Man muss auch die Tora ankreiden und auch die Bibel. Aber das tun wir ja auch. Richtig, richtig. Das tun wir ja auch. Aber wir werden nur, weil das manchen Leuten nicht passt, bei dem Islam oder beim Koran keine Ausnahme machen. Richtig. Da machen wir auch keinen Stopp bei der katholischen Kirche oder bei der Bibel, ganz genau. Nein, die katholische Kirche war bei allem dabei. Hexenverbrennung, Inquisition, Nazireich, Impfpropaganda. Die sind immer und überall dabei gewesen. Die katholische Kirche, ich kann jedem nur empfehlen, der jetzt noch Mitglied der katholischen Kirche ist, geht am Montag hin und kündigt den Scheiß. Genau, zahlt die 20 oder 30 Euro, die müssen wir zahlen. Genau, Einwohner melden, 20 Euro Gebühr und stretet da aus. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich hoffe, dass der ein oder andere Moslem das jetzt noch mitbekommt. Danke, Manu. Ja. Und kapiert es, verstehst du? Kapiert es endlich. Das sind die Teufel, richtig. Und warum sollte ich als Teufel andere Teufel anschwärzen? Genau. Das macht doch gar keinen Sinn. Und vorhin war auch sehr gut, Patrick, wie du das mit der Beschneidung angesprochen hast. Genau. Was sind denn das für satanische Agendas, die da ablaufen? Wem beten sie denn ein? Ihren eigenen Gott berichtigen? Sowohl die Tora als auch ihr Buch, der Koran, verstehst du? Das kann nicht sein. Ihr berichtigt euren eigenen Gott, denkt mal darüber nach. Der ja so allwissend ist und keine Fehler macht. Genau. Und dann schneidet ihr euch die Vorhäute weg. Ja, gerade Klasphemie, Patrick. Klasphemie nennt man das. Sie kommt einem Gott ins Gesicht. Langelo, ich sage immer, ich bin dickhäutig. Musst du sein. Musst du sein. Nee, nee, nee. Dickhäutig. Dick von Englisch. Dick. Dickhäutig. Yarakhäutig sozusagen. Ja, genau. Dickhäutig halt. Oh, Patrick. Ja, das war auf jeden Fall ultra witzig. Ich bin sehr aufschlussreich. Wie gesagt, ich werde mich in Zukunft noch öfter nach Pädophilen umgucken. Ich muss Mitglied bei den Pädohunters werden, so wie das aussieht. Ja. Das ist ja alles nicht mehr normal. Da komm, die 25 kriegen wir noch voll, oder? Ja, natürlich. Das ist noch 1,3. Krass, was für ein Stream, Alter. Super. Gut gelaufen. Ja, nicht mehr weitermachen. Unbedingt. Unbedingt. Das wird ja immer mehr. Merkst du, Patrick? Das hat während vor einem halben Jahr darüber gesprochen. Ja. Ganz genau. Genau das müssen wir weitermachen. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Aber wie ist das krank? Was schon? Geistes krank, dem ihr glauben müsst. Ne, die brauchen den Teppich noch. Die müssen ja mit dem noch nach Hause fliegen. Ne, das war gemein, das war asozial, das war rechtsradikal. Das war aber auch nur ein Witz. Weil, wie gesagt, an sich, ich habe nichts gegen andere Menschen. Nur sobald andere Menschen denken, dass sie besser sind als ich, nur weil sie irgendeinen Scheiß aus einem Buch glauben, dann werde ich unangenehm. Ja, auch immer das Verwechseln zwischen Kultur und Glaube, verstehst du, als echter Hammer. Und dann, wie sagt man auf Englisch, we need to stand our ground. Wir müssen das hier verteidigen, das ist unser Land. Wenn Deutschland weg ist, dann hat der Deutsche nichts mehr. Richtig. Ja, für den Widerstand, Patrick. Und wenn er Pech hat, nicht mal meine Vorhaut. Ja, genau. Millionen von Kopftüchern, hau ab. Und Vollbärden, du siehst da nur noch Vollbärde und Kopftücher in Deutschland. Hör auf, das wollen wir nicht. Nein, nein, nein. Ey, das Kopftuch stört mich nicht mal wirklich. Nein, das war ja auch... Ne, 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 sag ich auch ganz ehrlich, das Kopftuch, das reinige, das alleinige Kopftuch, so dass man das Gesicht sieht, das stört mich überhaupt nicht. Es gibt Leute, die tragen Käppis, es gibt Leute, die tragen Hüte, was weiß ich, es gibt auch Nonnen. Es geht einzig und allein um die Burka. Richtig. Diese Vollverschleierung, das ist das, worum es mir geht. Ansonsten ist mir das doch scheißegal, was die Leute sich um den Kopf wickeln. Nein, ich habe nur das Kopftuch erwähnt, weil der eine Freund doch gesagt hat, unsere Töchter werden Kopftuch tragen. Verstehst du? Ja, das glaube ich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber dann kommt auch immer die Diskussion, ne? Ja, das ist ja freiwillig, die tragen das ja freiwillig. So, wenn ich jetzt, pass auf, wenn ich jetzt zu einem Kind hingehe und ich sage zu dem Kind, so, ey, der allmächtige Gott will, dass du das trägst, sonst kommst du in die Hölle. Ja. Wie freiwillig ist die Entscheidung von dem Kind noch? Ja, gar nicht mehr, wissen wir doch. Ist nicht frei. Eben. Und das ist so eine Sache, die schweigt man dann einfach weg und wenn man es anspricht, dann ist man wieder ein Nazi. Ja, vor allem schon wie geisteskrank der andere Freund das versucht hat zu erklären. Wenn dir dein Gott, Patrick, befiehlt, dass du eine sechsjährige heiratest, der Hammer hat, Alter. Dein sowas schon in Frage zu stellen. Ja, dann wird dieser Gott mich töten müssen, weil ich werde mich schweigern. Richtig, Patrick, richtig, richtig. Und ich werde meinem Schöpfer im Reinen sein, verstehst du? Ja. Ja, ist so. Und wie gesagt, wenn das der Schöpfer ist, dann will ich gar nicht zu ihm gehören. Wenn das der Schöpfer ist, dass er von mir verlangt, andere zu töten oder Kinder zu vergewaltigen, no, bro. Richtig. Gar keine Chance. Es sind die Religionen, verstehst du, die uns recht leiden wollen, die ihre eigenen Kinder beschneiden. Ja, aber du darfst es nicht vergessen, es ist keine Pflicht. Aha. Und ich bin ein fairer, ehrlicher Mensch. Es ist keine Pflicht, das heißt, nur weil du jetzt eine Tochter hast, musst du die nicht beschneiden lassen. Bei den Jungen ist das was anderes. Bei den Frauen ist das halt keine Pflicht. Ja, aber ich bin rein bei den Jungen. Aber es ist erlaubt. Ja, genau. Und bei uns nennt man das eigentlich nicht mal weibliche Beschneidung, sondern man nennt es Verstümmelung. Verstümmelung, ganz genau. Und das ist einfach schlicht und ergreifend alles, Leute. Werdet wach. Checkt einfach, dass es Probleme gibt, die angegangen werden müssen. Lasst euch auf gar keinen Fall von diesen Shisha, Shia-Moslems da, von Viteb-Moschee, lasst euch da nicht verarschen, dass das Frieden ist und dies und das. Es bedeutet Unterwerfung. Der Islam ist auch nicht gekommen, um sich unterwerfen zu lassen. Ja. Und das ist, ich begreifend alles. Sondern um zu siegen. Und die ganzen Leute, die sich hinstellen und sagen, nee, nee, das ist alles nicht so und dies und das, die wollen euch nur in Sicherheit wiegen. Genau. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr losgehen sollt und jeden Muslim hassen sollt. Das ist absoluter Blödsinn. Tue ich selber nicht. Ich habe, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe selber muslimische Freunde und die wissen auch, was ich hier mache. Richtig. Aber die verstehen, dass das hier mein Land ist und dass ich das Recht als Deutscher habe, mein Land zu verteidigen. Auch vor so etwas. Genau. Sogar unsere Pflicht, Patrick, ist das unsere Pflicht. Ja. Außer die Muslime legen alle zusammen, gib mir 10 Millionen, ich halte meine Schnauze. Ist das ein Angebot? Ja, vielleicht haut der Pierre dann auch noch eine Million dazu von seinem Geld. 10 Millionen, ich schwöre, ich lösche alles im Internet, ich gehe nie wieder ins Internet. 10 Millionen, gib mir 10 Millionen, ich gehe nie wieder ins Internet. Ich kaufe mir eine Insel und dann bin ich weg von euch allen. Ja, genau. Ich bin bei 50 erst zu kaufen. Ja, stimmt. Ich hätte hoch ansetzen sollen. Ja, ich nehme auch 50. Ne, Quatsch. Ich habe gesagt, ich nehme die 10, 10 reicht. Also komm, 100 Millionen ist doch nicht viel für euch. Aus der letzten Moschee, die Sie hier aufgemacht haben, vor zwei Wochen, waren 400.000 schon allein drin. Nimm mich mal mit. Auf meiner einsamen Insel nimm ich niemanden mit. Das mit den 52, 72 Jungfrauen, das hatten wir doch jetzt auch hier Update vom Koran gemacht. Das sind keine 72, das ist nur eine 72-Jährige. Oder eine mit 72 Geschlechtern. Genau. Wir wissen es noch nicht so genau. Wir sind noch am forschen. Ne, das war auch nur ein Witz, aber das muss man vertragen können. Warum muss ein Deutscher immer zwei Viagras fressen, Langello? Weiß nicht. Weil nach der ersten nur der rechte Arm steht. Ja, ja. Ja, das ist ein polnischer, beziehungsweise ein Pole hat mir diesen Witz erzählt und ich fand es lustig. Ja. Ich habe gelacht. Danach habe ich ihn dann gefragt, ob man polnischen Triathlon kennt. Kennst du das? Natürlich. Zum Hinlaufen, dort ein Schwimmen und mit dem gestohlenen Fahrrad wieder heimfahren. Ganz genau. Und weißt du was? Der Pole war voll cool, der hat dann auch gelacht und dann haben wir zusammen gelacht und es war kein Problem. Ist auch nicht. Ich mache auch Späße über Jesus, sei mal nicht böse. Mein türkischer Homie, der macht auch dauernd Witze über Deutsche. Letztens habe ich ihn gefragt, weißt du warum noch nie ein Türke im Weltall war? Warum? Weil BMW keine Raketen baut. Digga, der hat sich komplett weggeschmissen. Der hat sich komplett weggeschmissen, aber er hat nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass ich ein Rassist wäre. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Die Türken, mit denen ich aufgewachsen bin, sage ich, ja, ey, Kanagi, alles gut. Dann lacht er drüber. Ja, ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man so verbohrt sein in seiner Religion? Das ist fertig. Wie gesagt, ich habe meinen ganz eigenen Glauben. Wie gesagt, ich verfolge den Weg des Siddhartha, Gautama. Die meisten Leute wissen nicht mal, was das ist. Ja, aber ich sage zu niemandem, folge meinem Weg, du musst das machen, wie ich das mache, weil du sonst ein schlechter Mensch bist oder sonst was. Mir würde sowas nicht mal im Traum einfallen. Ich sage zu dir, du tötest jemand, du bist ein schlechter Mensch. Ich sage zu dir, du vergewaltigst jemand, du bist ein schlechter Mensch. Du machst deine Kohle auf dem Nacken unschuldiger. Zum Beispiel diese ganze Sklaventreiberei da unten in Afrika und so weiter. Auch das kreide ich an. Natürlich, natürlich. Aber das braucht dir kein Buch sagen, Patrick. Verstehst du, dass du deinen Nachbarn, dein Kind, dein Haustier, deine Frau, deine Oma, deine Tante, die Menschen, die dir am Herzen liegen, einfach gut zu behandeln hast? Brauche ich kein Buch dafür. Das nennt man Empathie, das nennt man Liebe, weitergegeben von den Eltern. Das war unsere Kultur, verstehst du? Ja. Aber das schenken die nicht. Mir muss das mein Buch nicht sagen. Nee, man braucht tatsächlich keine Religion, um ein moralisch guter Mensch zu sein. Richtig, Patrick, richtig. Im Prinzip ist es doch eigentlich das, was du nicht willst, was man dir tut, tu auch niemand anders an. Füge auch, was du nicht willst, was man dir tut, füge auch keinem anderen zu. Ja, genau. Altes, asthmatisches, deutsches Bauernregel. Richtig, richtig. Oleg, ich verliere jetzt schon die Sprache. Aber Patrick, weißt du, ich hatte einige muslimische Freunde, auch schon seit zig Jahren, und die haben das jetzt mitbekommen auf TikTok, und wie ich da letztens das Bild mit Mohammed und dem Schwein gezeigt habe. Was da los ist, Alter? Was glaubst du, was da los war? Ja, ich meine, ich würde sogar mitgeben, wenn ich nicht schon Bilder gesehen hätte von Jesus, wie Jesus einen anderen Mann küsst in Livestreams, wo dann eben die Muslime genauso ihre Bildchen haben und sich lustig machen und so weiter. Aber wenn man es dann mit ihnen macht, dann ist es Gotteslästerung. Das ist ja, weißt du, das ist Messen mit zweierlei Maß. Wir sind zwar im Land des Doppelmorals, zugegeben, aber wir müssen uns ja nicht anpassen. Ja, ganz genau. Ja. Und mit diesen Freundschaften hinterfragt, nur weil ich ein Bild zeige. Verstehst du? Wie krank ist denn das? Ja, und wie gesagt, mit diesen Worten entlasse ich euch jetzt alle nach neun Stunden des absoluten Wahnsinns. Entlasse ich euch alle ins Wochenende, genießt es. Hängt vielleicht nicht nur noch auf TikTok rum, ich weiß, ich habe gerade gut reden. Alles gut, Patrick. Ich bin von der Stunde erst zu zugestoßen, vielleicht mache ich dann weiter mit eurem Content mal gucken. Ja, gerne. Langelow ist auch jemand, der ähnlichen Content macht wie ich. Könnt ihr gerne mal noch mitfolgen, wenn ihr gerade schon dabei seid. Und dann, wenn er was aufmacht, bleibt immer dabei. Hört euch die Sachen an. Genau. Hinterfragt nicht mehr, macht die Augen auf. Und wie gesagt, Realismus ist kein Rassismus. Ja, ich werde mich jetzt brutalstens erholen, glaubt mal. Patrick, mach das. Danke, Neuro. Bis dahin. Bis dahin. Pass auf dich auf, Patrick. Leute, ciao.